Achtung, dieser Podcast kann persönliche Meinungen enthalten und hat keinerlei journalistischen Anspruch. Nach 1950, 1952 und 1984 gewinnt der VfB Stuttgart zum viertel Mal die Meisterschale. Jetzt müsste der Ball endlich noch einmal hereinkommen, jetzt kommt er weiter mit der VfB Stuttgart! Mario Gomez, spitze Winkel, noch einmal nach innen, Kikmitsa hat den Ball und es gibt noch einmal einen Abstoß. Und jetzt sieht das Spiel aus und der VfB Stuttgart ist deutscher Fußballmeister! Herzlich willkommen bei STR, mein Name ist Ricky und mit mir in der Leitung der stolze Besitzer eines unterschriebenen Santiago-Ascar-Sieber-Trikots, Sebastian. Guten Abend! Schönen guten Abend! Ich bin vielleicht auch einer der wenigen, die ein unterschriebenes Trikot von einem Spieler haben, der dieses Trikot gar nicht mehr trägt, oder? Genau, das stimmt. Er hat ja jetzt das Trikot in Berlin mit der Nummer 18, meine ich. Genau, und er hat ja das schwarze VfB-Trikot mit dem mintfarbenen Brustring, also eigentlich das Trauer-Trikot, habe ich ihm ja nach Berlin schicken können und er hat es unterschrieben und es wurde zurückgeschickt. Und die Unterschrift ist relativ kompakt, aber man kann deutlich erkennen, eine Nummer 6, also seine VfB Nummer 6. Und da wäre jetzt die Frage, ob er in Berlin anders unterschreibt und ob er jetzt für mich eine Ausnahme gemacht hat. Ich bilde mir das einfach mal ein. Aber auf jeden Fall an der Stelle nochmal vielen herzlichen Dank an Santiago-Ascar-Sieber und an Hertha BSC, dass sie das möglich gemacht haben. Und jetzt bin ich zum ersten Mal in meinem Leben Besitzer eines signierten Trikots. Ja, vielleicht hängt er einfach hinten noch plus 12 ran oder so in Zukunft. Ja, das kann natürlich sein. Wer weiß, was sich da so überlegt. Aber auf jeden Fall eine schöne Aktion und auch toll, dass es so schnell über die Bühne ging. Und ja, man würde sich wünschen, dass auch der VfB vielleicht ab und zu solche Aktionen einfach durchzieht. Klar, Berlin wird das auch nicht bei jeder Anfrage machen, aber ja, ich fand, da hat sich der Social-Media-Account der Hertha dann doch relativ Big-City-mäßig verhalten. Big-City-Schnell und Aska Sieber auch. Wenn man bedenkt, er ist ja jetzt ganz, ganz frisch gebackener Vater, also hat sich trotzdem die Zeit genommen. Also ich bin nach wie vor sehr angetan. Kann ich nachvollziehen. So ein bisschen fehlt er mir auch. Wobei, ja, ich bin mir nicht sicher, ob es jetzt mit ihm in zum Beispiel Hamburg besser gelaufen wäre. Aber da können wir nachher drauf zu sprechen, lieber Sebastian. Wir haben nämlich heute eine Menge vor. Das Gute ist, es gibt nicht so viele vereinspolitische Themen. Es gibt nicht so viele Themen, wo wir uns Matarazzo-Spieltaktik vornehmen müssen. Auch am letzten Transfertag, am 31.01. blieb es verhältnismäßig ruhig im Vergleich zur Sommerpause. Deswegen können wir noch ein kleines Thema dazwischen schieben, das uns auch am Herzen liegt. Und zwar geht es ganz kurz um die STR-Mailbox, die ja vergangenen Sommer eingeführt wurde und sich großer Beliebtheit erfreute. Und da sind wir schon gleich bei dem Problem. Also, ich kann jetzt erstmal nur für mich sprechen. Ich bin großer Fan dieser Mailbox und habe auch weiterhin viel Spaß, die zusammenzuschneiden. Das Problem ist nur, dass mittlerweile so viele Anrufe oder dann eben zu Hochzeiten so viele Anrufe eintrudelten, dass ich wirklich jeden Sonntag, im besten Fall sonntags, drei bis manchmal sogar fünf Stunden vorm Rechner saß, um eben daraus eine Mailbox zu schneiden. Das mache ich an und für sich sehr gerne, wenn ich eben die Zeit dazu habe. Aber aufgrund der Terminierung diverser Spiele jetzt des VfB Stuttgart, wird mir das einfach fast oder sehr selten möglich sein, dass ich mir die Zeit nehmen kann und die Mailbox so schneiden kann, dass sie halt auch so lustig sich anhört, wie sie sich eben damals angehört hat. Und deswegen würde ich jetzt mal so sagen, ist die Mailbox nicht irgendwie Geschichte oder dergleichen, sondern aufgrund dessen, dass es halt viele Spiele zu besprechen gibt. Und ja, wenn der VfB sonntags spielt oder sogar montags, dann habe ich einfach nicht die Zeit, am nächsten Tag eine Mailbox zu schneiden. Würde ich sagen, wir setzen die jetzt erstmal aus, bis es da irgendwie wieder mehr Struktur im Spielplan gibt, sozusagen. Also bis wir aufgestiegen sind, meinst du. Darauf wollte ich hinaus. Und dann vielleicht häufiger mal samstags ran müssen, ja. Das würde mir sehr, sehr helfen. Also wenn der VfB Samstag spielt, ist die Mailbox kein Problem. Aber ich dachte mir jetzt halt zum Beispiel, oder nehmen wir jetzt diesen Spieltag. Da hätte ich es auch nicht geschafft, die Mailbox zu schneiden, weil eben dann am Mittwoch schon wieder das Spiel gegen Leverkusen einsteht. Und ich will mich ja auch so ein bisschen auf den Podcast vorbereiten, ein paar Leverkusen-Szenen mir angucken und natürlich auch die VfB-Spiele nochmal komplett anschauen und analysieren. Von daher fand ich jetzt die Entscheidung, die Mailbox erstmal nicht wieder an den Start zu bringen, sinnvoll. Ja genau, und da muss man auch so sagen, die Mailbox ist nicht tot. Also die Mailbox ist auf Standby. Und wenn ihr mal so gar nicht aus eurer Haut wisst und irgendwas loswerden wollt, dann könnt ihr natürlich auch nach wie vor die jetzt mittlerweile geheime Nummer, wenn ihr sie nicht mehr wisst, anrufen. Also die Mailbox, die existiert noch. Ihr könnt drauf sprechen. Wir hören das dann vielleicht auch ab. Aber es wird vorerst jetzt nicht in einer Podcast-Folge landen. Aber das wird hoffentlich wiederkommen. Aber aktuell ist sie halt im Winterstab. Also die geheime Nummer, ich kann sie ja trotzdem mal nennen. Hast du noch? Natürlich habe ich die noch. 0-7-11 für Stuttgart, 25-28-16-04. Das ist die Nummer, die man eigentlich anrufen kann. Die Nummer gegen VfB-Kummer. Und ja, also wie gesagt, ich habe schon vor, das Ganze wieder zu schneiden und einen schönen Mitschnitt zu präsentieren in jedem Podcast. Aber aktuell schaffe ich es einfach zeitlich nicht, weil eben eine Menge ansteht, spieletechnisch. Und natürlich auch die Terminierung der diversen Spieltage eigentlich eine schöne Mailbox nicht zulässt. So muss ich es einfach sagen. Genau, aber es wird sich alleine schon wieder lohnen, damit Karl aus Birmingham wieder anruft. Das habe ich immer sehr, sehr genossen. Also wenn Karl anruft, dann schneide ich den Anruf rein. Karl, du hast hiermit auf jeden Fall die Erlaubnis, die Mailbox anzurufen. Und du kannst sogar länger als die sonst von mir geforderten, sagen wir mal, 100 Sekunden sprechen. Ich nehme den kompletten Anruf mit rein. Also von daher. Gut. Und wenn wir schon bei dem Thema sind, dass wir hier so ein paar Hausmeister-Tätigkeiten besprechen, habe ich mir gedacht, nehmen wir heute mal ein Thema ganz nach vorne, das sonst immer als letztes hier bei STR besprochen wird, nämlich der gute Dennis. Ich habe nämlich letzte Woche bemerkt, dass nicht alle Hörer bis zum Ende durchhalten, was ja auch nicht weiter verwunderlich ist bei der Länge, die wir immer so produzieren. Aber vielleicht geht ja die Information unter, dass der Dennis an dem chronischen Erschöpfungssyndrom leidet und immer noch ein paar Euro braucht, um eben dann seine Therapie, seine OP in Barcelona, findet es glaube ich statt, durchführen lassen zu können. Und es gibt auf unserer Webseite vfbstr.de einen Link, der auf die GoFoundMe-Kampagne von Dennis führt. Und ihr könnt da euch mit kleinsten Beträgen an der Spendenaktion beteiligen. Und wenn ihr noch nicht so genau wisst, was das eigentlich ist, dieses chronische Erschöpfungssyndrom, gibt es auch noch zwei Links, die sich ausführlich mit Dennis und seiner Krankheit auseinandersetzen. Dennis wurde da von unterschiedlichen Magazinen begleitet. Es gibt sogar ein ausführliches Video zu der ganzen Geschichte, dass ihr euch da vielleicht so ein Stück weit ein Bild von machen könnt. Und unser großer Wunsch ist es einfach, ja, in absehbarer, mittelfristig, so möchte ich es mal sagen, in absehbarer Zeit mit Dennis nochmal ins Neckar-Stadion gehen zu können. Und am besten natürlich regelmäßig. Und ja, die Hoffnung, die mit der Therapie... Genau, und das fehlen jetzt noch, ich habe gerade geschaut, also es fehlen jetzt noch fast exakt 20.000 Euro, das klingt erstmal viel, wenn man jetzt berücksichtigt, dass man 90.000 schon zusammen hat. Und wenn man überlegt, wie groß auch die VfB-Community ist und ja, wie viele Leute die VfB-Podcasts hören, also wenn da jeder nochmal ein bis zehn Euro irgendwie locker macht, ich glaube, dann ist das Ziel gar nicht mehr so weit weg. Also mach das mal. Also wenn jeder Hörer ein Euro spenden würde, dann hätten wir schon eine Menge zusammen. Dann würde nicht mehr ganz so viel fehlen, kann ich versprechen. Ohne jetzt ein ZDG zu wollen. Ich weiß gar nicht, warum man sich da immer so für schämt, für die Podcast-Hörer. Man kann das ja mal sagen, dass wir 50.000 Hörer haben, oder? Mindestens, ja. Mindestens. Also man muss ehrlicherweise dazu sagen, dass 45.000 Klicks von uns selber sind, weil wir es dann mal selber downloaden. Nein, Spaß beiseite. Also wir merken, wir müssen jetzt hier dann doch zu dem Thema kommen, das wir eigentlich bei STR ganz vorne hinstellen, nämlich den Fußball. Und ja, Sebastian, am Mittwoch ging es los ins neue Jahr. 2020 ist eröffnet, fußballermäßig. Und zwar hat der VfB-Stücker zu Hause gegen Heidenheim gespielt. Tja, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber diese Anstoßzeit 18.30 Mittwochs, die hat mich vor größere Probleme gestellt. Es wurde sehr, sehr knapp bei mir. Ich habe aber gehört, dass du mit dem Kater noch irgendwie beim Tierarzt warst oder so. Ja, gut, das muss ich ganz ehrlich jetzt zugeben, das hat meine Frau übernommen, Gott sei Dank. Aber es ist richtig. Du hast dich nicht persönlich um so Rakel gekümmert. Nein, Olaf leidet unter einem Infekt. Da kriegt er gerade ganz teure Immunsystemspritzen. Das ist wahrscheinlich irgendein Hokus-Pokus. Aber natürlich wissen die Tierärzte genau, wie man so um Tierbesitzer das Geld hat. Es gibt schon so Katzen-Homöopathie. Ja, bestimmt. Ich habe zu meiner Frau auch gesagt, wenn die jetzt sagen würde, sie müssen ihm das Medikament geben, das kostet 300 Euro. Was sollst du denn da sagen? Du kannst ja nicht sagen, nö. Also dann lasse ich den nicht sterben. Zeitlich hole ich mir neu aus dem Tierheim. Ja, genau. Das hätte ich meiner Tochter da mal beibringen müssen. Nein, so teuer wird es schon nicht sein, hoffe ich. Aber er befindet sich auf dem Wege der Besserung. Also von daher, das war nicht das Problem, warum es relativ knapp war, sondern einfach, weil ein normaler Mensch, oder das ist vielleicht ein bisschen falsch ausgedrückt, aber viele arbeiten halt so typisch bis 16, 17 Uhr und dann wird es einfach knapp mit 18, 30, wenn du davor dich vielleicht noch mal ganz kurz grundreinigen möchtest und vielleicht auch noch was essen. So war es dann auch bei mir. Ich kam relativ knapp am Stadion an und war erst mal überrascht, wie voll es eigentlich war für so ein ganz stinknormales Fußballspiel gegen einen Dorfklub. Und nichtsdestotrotz, wie gesagt, tolle Stimmung. Jetzt wollte ich von dir eigentlich mal wissen, darauf wollte ich jetzt zu sprechen kommen, was deine Erwartungen waren, als es dann losging. Wir waren ja alle ziemlich gespannt, wie lässt Matarazzo spielen, wie sieht die erste Aufstellung aus und dann geht es los. Und was dachte der Sebastian dann auf der Gegentribüne? Also ich dachte ja zuerst mal, Gott sei Dank bin ich noch rechtzeitig reingekommen, weil ich war auch relativ spät dran und hatte dann ja noch zwei Tickets zu übergeben, die wir verlost hatten beim Vertikalpass und das hat alles ein bisschen länger gedauert und stand deswegen auch erst, ich glaube um 18.15 Uhr, 18.17 Uhr oder so, 18.20 Uhr in der Schlange vorm Einlass und habe dann wirklich die Ränge betreten um wirklich 18.29 Uhr. Ich habe also auch von der Aufstellung halt klar vorher so ein bisschen was mitbekommen, war dann erst mal froh, dass der Anpfiff erfolgte, nachdem ich ungefähr zwei Sekunden saß und habe mich dann so ein bisschen sortiert und als ich dann Atakan Karasor in der Innenverteidigung zentral sah und Marc-Oliver Kempf links in der Verteidigung, da habe ich dann schon Matarazzos Mut bewundert, dass er dann doch so elementar umstellt. Also ich war auch überrascht, sage ich jetzt mal, dass das natürlich Karasor angefangen hat, auch wenn das getestet wurde und ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es das Springerblatt war oder der Kicker, die haben ja auch kurz davor nochmal berichtet, dass bei dem geheimen Abschlusstraining Karasor in der Innenverteidigung gespielt hat. Trotzdem habe ich nicht damit gerechnet, dass er direkt dann in Stuttgart seine Premiere feiern wird als Innenverteidiger. Ich war natürlich gespannt, wie der VfB sein Spiel nach vorne hin aufzieht, weil das war ja somit das, was uns am ehesten Probleme bereitet hat in der Hinrunde und man konnte dann, denke ich mal, relativ schnell erkennen, dass Matarazzo ernst macht und einfach wirklich vertikal nach vorne spielen lassen möchte. Und ich fand, das sah insgesamt, um das jetzt mal so allgemein auszudrücken, schon sehr, sehr gut aus, möchte aber gleich einwerfen, dass ich sehr enttäuscht war, was die Heidenheimer Qualitäten so anbelangte. Also das fand ich war wahrscheinlich mit der schlechteste Auftritt Heidenheims bislang in dieser Zweitligasaison. Hast du dir ein bisschen mehr erhofft von Heidenheim? Ich hatte mir noch viel weniger erwünscht, aber ich war auch ein bisschen, also nicht erschrocken, sondern angenehm überrascht. Ja, wie harmlos die dann zumindest in den ersten 50 Minuten waren. Also es war ja fast so ein bisschen, als ob die nicht aus der Winterpause rechtzeitig zurückgekommen sind. Aber dafür, dass die Tabellen Vierter waren, die Chance hatten, mit dem Auswärtssieger im VfB vorbeizuziehen, die, liege ich da richtig, die beste Defensive der Liga stellten. War das doch ein bisschen dünn, was da kam. Also ich habe das total genossen. Du hast glaube ich auch 0-0 getippt in unserer letzten Folge. Und also offensiv die 0 für Heidenheim, die schien zu stehen. Hinten haben sie jetzt dann auch ganz solide gestanden. Aber die waren ja in der ersten Halbzeit, haben die ja offensiv keinerlei Gefahr ausstrahlen können. Und auch nach 90 Minuten, muss man sagen, das war sicherlich nicht ihr bester Auftritt in der Saison. Und ich fand das gut. Also gutes Timing. Aber ja, sind nicht richtig in die Rückrunde oder in die Restrunde gestartet. Ja, also wir wollen natürlich das Spiel jetzt nicht tiefen analysieren. Dafür ist es einfach schon wieder zu lang her. Und St. Pauli ist dazwischen. Und dann steht schon wieder Leverkusen und Auer auf dem Tableau. Aber so ein paar Sachen, die mir aufgefallen sind, möchte ich dennoch kurz erwähnen. Und genau das, was wir ja so ein bisschen uns erhofft haben von Matarazzo, dieses clevere Pressing und natürlich dann auch dieses vertikale Spiel, das konnten wir gleich zu Beginn schon sehen. Da gab es zum Beispiel eine Aktion, da haben Didavi und Al-Ghadoui, also Al-Ghadoui war so ein klein wenig die Überraschung im Sturm vorne drin. Genau, also ich hatte mir auf jeden Fall, als ich dann auf meinem Platz saß und so dann nochmal über den Platz guckte und sah kein Mario Gomez, war ich schon ein bisschen erstaunt. Der übrigens mit Applaus zum Warmmachen empfangen wurde, ja, von der eigenen Kurve, also nicht von allen, aber von ein paar. Das fand ich schon bemerkenswert, weil normalerweise ist es jetzt nicht so, dass die Auswechselspieler, die sich nach 25 Minuten warm machen, von der Kurve mit Applaus bedacht werden. Aber Mario Gomez wurde mit Applaus empfangen und es gab dann den Daumen nach oben von Mario Gomez in Richtung Kantschatter Kurve. Also da haben sich offensichtlich zwei Gesuchten gefunden, wenn man das so sagen kann. Gut, auf was ich zu sprechen kommen wollte, waren die Veränderungen von Materazzo im Vergleich zu weiter und sinnbildlich dafür die siebte Minute, als die Davi und Al-Ghadoui die beiden Innenverteidiger von Heidenheim dann direkt mal unter Druck gesetzt haben, 40 Meter vor dem Tor. Das war dann eben genau das, was Materazzo immer wieder angesprochen hat. Also es gibt keine feste Pressinglinie, er sagt nicht, der Gegner darf bis dahin spielen und dann attackieren wir, sondern das variiert halt situationsbedingt und hier hat sich das Ganze dann auch direkt ausgesagt in der Druck, den die Davi und Al-Ghadoui ausgeübt haben, der führte dann zum Ballverlust der Heidenheimer und Förster bekommt dann den Ball, läuft auf der rechten Seite, runterflankt auf den zentralfreistehenden die Davi und der legt dann nochmal raus auf Nico Gonzalez. Ja, und da sieht man dann wieder so das Problem eines Nico Gonzalez, der dann, ja, von mir aus zu schnell schießt oder zu unplatziert ist, kann man jetzt sehen, wie man will, aber es war halt eine hervorragende Chance, die man dann eigentlich direkt mal nutzen darf. Aber man hat schon mal gesehen, in welche Richtung das so gehen könnte mit Pellegrino Materazzos Vorstellungen eines offensiven Fußballspiels. Nichtsdestotrotz gab es halt hier und da schon so ein paar Probleme, die mir aufgefallen sind beim VfB. Es gab weiterhin die schlechten Pässe, die schlechten ersten Kontakte. Das zieht sich einfach durch. Jetzt in St. Pauli hieß es, der Platz sei schuld. Ich glaube, in Stuttgart lag es nicht am Platz. Da war es dann eher die Qualität des einzelnen Spielers, der das dazu führte, dass das nicht so gut ankam. Genau, da würde ich gerade sagen, da kommen wir vielleicht nochmal zu zu der Platzqualitätsdiskussion. Aber ich glaube, wir oder der VfB darf sich über schlechte Plätze beklagen, sobald sich mal irgendein Klub über den guten Rasen im Neckarstadion beklagt hat. Ich finde, dann kannst du anfangen, dich über einen schlechten Rasen zu beklagen. Aber sonst müssten ja Auswärtsmannschaften, wenn jetzt Aue kommt, die haben wahrscheinlich nicht so einen guten Rasen wie der im Neckarstadion, wenn die sich hinterher beklagen, dass der Rasen zu gut war und der VfB deshalb sein Kombinationsspiel aufziehen konnte, dann kannst du dich auch beklagen, dass Auswärts der Rasen zu schlecht war. Aber vorher echt überhaupt gar nicht. Ja, also sehe ich auch so. Und du hast auch nach 15 Minuten im Spiel gegen Heidenheim das erste Mal gemerkt, dass die Bewegung, die wir am Anfang gesehen haben, eben in den ersten 15 Minuten und auch das Umsetzen von Matarazzos Taktik, das hat ja hervorragend funktioniert, dann so ein bisschen wieder abgenommen hat. Also man hat gemerkt, dass Heidenheim sich etwas mehr zurückgezogen hat. Interessanterweise hat auch Dorsch ab und zu mal Probleme gehabt bei der Ballverteilung. Ja, also das ist mir auch aufgefallen. Dorsch ist ja eigentlich ein wichtiger Spieler für Heidenheim im Zentrum, im defensiven Zentrum und dank Endo und Mangala führte das dazu, dass Dorsch nicht ganz so frei die Bälle verteilen konnte. Aber trotzdem war es dann nach 15 Minuten so, dass ich zum ersten Mal dachte, Mensch, es ist wieder zu wenig Bewegung im Spiel und es fehlt wieder so ein Stück weit die Zielstrebigkeit. Man muss auch ganz ehrlich sagen, bis zu dem Tor durch Kempf gab es da noch eine gute Chance für Gonzalez. Das war dieser Kopfball, der knapp neben das Tor gesetzt wurde, als er sich gegen Hüsing durchgesetzt hat. Aber ansonsten war es für das, was Heidenheim gespielt hat, eigentlich wieder zu wenig, was der VfB eigentlich nach vorne gezeigt hat. Ohne das jetzt irgendwie schlecht reden zu wollen, dass wir da gesehen haben, aber es war jetzt halt nicht ein mega dominanter Auftritt und nach vorne hin saugefährlich, sondern man hat das gut gemacht. Man hat es auf Sicherheit, sage ich jetzt erst mal, so runtergespielt. Die Restverteidigung stand stabil, allerdings wurde sie auch nie sonderlich gefordert und dann kam es eben zum 1-0 nach 32 Minuten und das war gleich eine, ich würde mal sagen, merkwürdige Situation. Vielleicht kannst du dich noch daran erinnern, dieser Eckball, der zum Tor führte. Hast du es noch auf dem Schirm? Ja, das war die Davi auf Kempf, Kempf auf die Davi, die Davi auf Kempf, Kempf zum Keeper Müller und dann wieder Kempf. Also Tor. Nichts Tor reingekämpft, genau. Und ich habe mich gefragt, ob die Eckballvariante so gewollt war, weißt du, wie damals im Pokal gegen Rostock, so kurz ausgeführt wird, zurückgespielt, dann nochmal reingeschippt oder ob das eher ein Zufallsprodukt war oder ob das VfB-Team tatsächlich Standards trainiert hat. Es gibt zwei Möglichkeiten. Wenn sie so gewollt war, dann hat entweder Kempf geschlafen oder die Davi hat es falsch ausgeführt. Weil es kann ja sein, dass das der Plan war, dass die Davi den Ball an die Strafraumkante spielt und Kempf sich irgendwie aus dem Pulk löst. Aber dann hat er den Moment verpasst oder die Davi hat irgendwie schlecht gespielt. Ich weiß es nicht genau. Auf was ich noch auf jeden Fall zu sprechen kommen wollte, war die Aktion, die zur Ecke führte. Denn da hat sich González richtig stark auf der linken Seite durchgesetzt gegen Morn und Busch, der als Rechtsverteidiger auflaufen konnte, ging, glaube ich, sogar ein bisschen angeschlagen ins Spiel. Und ja, seine Hereingabe, die wird dann zur Ecke eben geklärt. Und dann ist genau das passiert, was du jetzt gerade eben schon ausgeführt hast. Die Davi, der irgendwie versucht, jemanden anzuspielen, aber eigentlich ist niemand da. Aber Kempf ist dann doch noch etwas schneller gewesen als der Rest der Heidenheimer Abwehrkette. Und was ich auch interessant fand, war, dass Schnatterer, der auf der Linie stehen geblieben ist, die Situation nicht erkannt hat. Weil wäre Schnatterer rausgelaufen, hätte oder wäre die Davi im Abseits gestanden, weil Kempf hat ja noch mal den Ball zurückgespielt. Und da hätte eigentlich Heidenheim die Situation relativ leicht entschärfen können, indem Schnatterer die Linie verlassen hätte und dann eben die Davi somit ins Abseits gestellt hätte. Aber ja, das gelang den Herrschaften dann nicht so gut von Heidenheim und dann klingelt es halt zum ersten Mal. 1-0, Kempf, können wir mit leben, war okay, aber war jetzt kein super herausgespieltes Tor aus meiner Sicht. Das nicht, aber was ich ganz persönlich immer total geil finde, ist, wenn irgendein Spieler seinen eigenen Schuss abstaubt. Weil das heißt, der köpft nicht oder schießt nicht und guckt dann halt, ob der Ball ins Tor geht, sondern der setzt halt gleich nach. Der bleibt halt, Nico Willig würde sagen, der bleibt online, guckt halt, was damit ist, geht gleich nach vorne, um seinen eigenen Abpraller halt noch reinzumachen. Das machen halt nicht so viele, weil viele bleiben halt an denen und gucken blöd, wie ihr Ball vielleicht dann irgendwie gehalten wird, abprallt, an Pfosten geht, daneben geht oder so. Aber gleich hinterher zu gehen und dann seinen eigenen Nachschuss quasi zu verwandeln, das finde ich, ist eine Qualität, die man dann auch einem Innenverteidiger nicht unbedingt zutraut. Also das war schon ein großes Kino. Was mir auch noch aufgefallen ist in der ersten Halbzeit, dass die Darby häufig mit Chipbällen gearbeitet hat. Und da könnt ihr mir vorstellen, dass das irgendwie eine taktische Vorgabe war von Matarazzo, weil es gab das ein oder andere Mal auch eine Situation, wo ich jetzt als Fan gedacht hätte, Mensch, warum nicht einfach mal eine scharfe Flanke hinter die Verteidigung? Also das wäre ja auch eine Möglichkeit, gerade mit so einem großen Al-Ghadoui vorne drin. Auch González hat ein sehr unterschätztes Kopfballspiel, gewinnt viele Luftkämpfe, Luftzweikämpfe, Luftzweikämpfe und das wäre schon ein adäquates Mittel. Aber die Darby hat sich sehr oft für einen Chipball entschieden, ich glaube, dreimal in der ersten Halbzeit. Ja, aber ansonsten war nicht allzu viel los in der ersten Halbzeit. Das war okay, aber man wurde auch gerade defensiv nicht sonderlich gefordert, so würde ich es mal sagen. Genau, also das Tor in der 32. habe ich natürlich gerne zur Kenntnis genommen, aber mir ist am positivsten aufgefallen, dass Heidenheim wirklich 0,0 Chancen hatte. Da war ja gar nichts, also das war gut. Der VfB stand hinten halt bombensicher und das war eigentlich mehr, als ich erwartet hatte. Ja, und in der ersten Halbzeit lief es dann eigentlich ganz okay für den VfB, die zweite Halbzeit startete auch noch okay mit dieser Darby-Chance, den Daniel die Darby wirklich, also ich weiß nicht, wie hoch er übers Tor gezielt hat. Er hat ihn über den Zaun geschossen, also nicht nur über das Tor, sondern er hat ihn über den Zaun geschossen. Über welchen? Über alle. Über alle Zäune, die in Schickern stehen. Über den Torzaun hinter, der Ball landet ja in der Kranstädter Kurve. Und das ist mir bei dem Spiel so aufgefallen, es gibt ja immer dann relativ prominente Werbung auf der Anzeigetafel, dass jeder Ball, der im Publikum landet, behalten werden darf. Ich meine, als ob das sowieso irgendjemand zurückgeben würde, natürlich nicht, aber er wird ja dann gesponsert von einem Sponsor, der glaube ich in der Hinrunde, in anderer Wahl, als in der Rückrunde. Ich weiß gar nicht mehr, wer das jetzt ist. Und ich habe mir bisher immer gedacht, die müssen ja auch nie was zahlen, weil es landet nie ein Ball irgendwie im Publikum. Und gegen Heidenheim zwei. Der eine war dieser Schuss von Dan Didi Davi aus 20 Metern übers Tor und über den Torfangzaun. Und dann nochmal irgendeine klärende Situation, wo der Ball, glaube ich, auf der Gegentribüne irgendwie landete. Vielleicht ist das der günstigste Werbeplatz, den man im Stadion irgendwie bekommen kann. Da müssen wir uns mal drum bemühen. Ja, das wäre mal was. Wenn der Ball ins Publikum geht, dann müssen sie STL hören. Das wäre es eigentlich. Aber ich muss nochmal ganz kurz die Aktion von Didi etwas genauer ausführen, denn González hat ja eigentlich einen guten Pass gespielt auf Didi, der dann original 17 Meter wirklich zentral vom Tor zum Schuss kommt. Und das ist echt fast schon eine Kunst, den Ball so über den Fangzaun zu hämmern. Also, ja, das war dann vielleicht ein schlechtes Omen für das, was dann folgen sollte. Weil dann fand ich... Gut, aber ich würde sagen, einer wie Daniel Didavi, der kann ja aus der Distanz schießen. Und ob er jetzt dann zwei Meter drüber schießt oder wie in dem Fall halt 20, ist dann eigentlich auch gerade egal. Wenn hinterher volles Risiko und das Ding verrutscht ihm halt völlig. Aber trotzdem, man darf halt auch erwarten, dass einer wie er dann den Ball aus der Distanz zumindest mal aufs Tor bringt. Darum ging es mir. Also es sollte zumindest mal in die Richtung des Tors gehen. und nicht vertikal nach oben. Gut, also dann kam so ein Stück weit Heidenheim besser ins Spiel und hat den VfB gehörig unter Druck gesetzt. Und dann gibt es gleich eine Situation, die ich immer schildern will. Und die sollte man sich jetzt im Gedächtnis abspeichern und dann später im St. Pauli-Spiel nochmal hervorrufen. Und zwar geht es um die 62. Minute. Da hat Marc Schnatterer seine, glaube ich, einzige Chance im gesamten Spiel. Sonst blieb der relativ plass. Und da war es so, dass Kershbaumer am Mittelkreis Förster den Ball abnimmt. Ja, eine Situation, die ab und zu mal passiert bei Herrn Förster. Ach, kommen wir, wie gesagt, nachher nochmal drauf zu sprechen. Und über Dorsch kommt der Ball dann zu teuerkauf auf die linke Seite und Stenzel kommt nicht mehr so richtig hinterher. Und hier kommt die Situation dann, nee, ich beschreibe gerade die falsche Situation, merke ich gerade. Wie das immer so ist mit den Notizen, die man hier vorliegen hat. Eigentlich ging es mir nämlich darum, es gab eine Situation, ich glaube, es war sogar in der ersten Halbzeit, die will ich jetzt eigentlich kurz erzählen. Um die geht es mir jetzt hier gerade gar nicht so sehr. Da war es so, dass Förster einen Ball verliert und zwar so ungefähr 40 Meter vor dem eigenen Tor. Und da hat er die Eigenschaft, das habe ich jetzt schon mal ein paar Mal bemerkt, dass er dann, wenn er Zweikämpfe verliert, so mehr oder weniger unmotiviert stehen bleibt und im besten Fall so, weiß nicht, in Richtung Ball dann wieder trabt. Aber die Situation hat sich schon so weit verlagert, dass er überhaupt nicht mehr eingreifen kann, geschweige denn irgendwie den Spieler nur durch Anwesenheit irgendwie unter Druck setzen kann. Und das ist etwas, das für mich ein ganz, ganz großes Problem ist beim VfB Stuttgart und so ein bisschen auch die Probleme der kompletten Hinrunde zusammenfasst. Es sind immer diese Momente, wo Spieler mit sich selber so sehr beschäftigt sind und unzufrieden sind und in diesen Momenten braucht es halt einfach die sogenannten Grundtugenden, wo du halt dann trotz verlorenen Zweikampf aufspringst und hinterher wetzt. Und dann sind wir genau bei so einem Spieler wie Santiago Azcaciba, da hast du das nämlich regelmäßig gesehen. Er hat ja auch nicht jeden Zweikampf gewonnen, beileibe nicht. Aber er war dann trotzdem immer wieder der Spieler, der aufgesprungen ist und hinterher gerannt ist wie so ein Irrer. Und das löst ja auch schon was aus. Und das fällt mir bei Förster sehr oft auf, dass er dann mehr oder weniger so umherirrt, planlos, nachdem er irgendwie einen Zweikampf verloren hat. Und das führte eben dann in der 62. Minute auch, nachdem er den Ball verloren hat, zu eben dieser Torschance von Schnatterer. Und zuvor in der ersten Halbzeit gab es auch mal eine Szene, wo er einfach dann, ich weiß nicht, zu schnell abschaltet oder so. Ich kann mir das gar nicht erklären. Ich habe mich nur daran erinnert, Sebastian, und vielleicht weißt du das auch noch, dass Tim Walter mal erzählt hat, zu der Zeit, als Förster beim K-Szene Jugendunterbeiter gespielt hat, fehlte ihm immer so der letzte Biss, der letzte Wille und auch die Bereitschaft, die Kilometer runterzuspulen. Das hat er ja abgestellt. Aber genau dieser fehlende letzte Biss, so dieses, diese, du kochst mich jetzt hier nicht ab und wenn, dann hole ich mir den Ball zurück. Genau das fehlt mir an diesen Situationen. Also wahrscheinlich renne ich bei dir jetzt offene Türen an, weil ich weiß natürlich ja. Ja, ich muss mich ein bisschen zurückhalten. Also in Heidenheim habe ich Philipp Förster noch relativ neutral gesehen. Ich habe mich dann, also ich will jetzt nicht auf einzelne Spieler mich irgendwie einschließen, aber ich habe gegen St. Pauli, das hat mich wirklich aufgeregt. Naja, er hat gegen Heidenheim, nur mal, damit ich dich vielleicht noch ein bisschen anstacheln kann, insgesamt 42 Beikontakte gehabt. Also er fand mehr oder weniger nicht statt. Als Mittelfeldspieler ist das nicht besonders viel. Hat 23 erfolgreiche Pässe gespielt. Okay, das lasse ich mir gefallen. Hat zwei Flanken versucht. Eine kam an, zwei lange Bälle geschlagen. Er hat dreimal ein Dribbling versucht. Das war zu Beginn der Saison auch häufiger der Fall. Und er hat jetzt gegen Heidenheim nicht allzu viele Bälle verloren, aber es ist halt trotzdem der VfB-Spieler mit den meisten Ballverlusten. Und dadurch, dass er natürlich relativ zentral meistens spielt und sowieso im Mittelfeld beheimatet ist, bedeutet das halt gleich, wenn der Gegner gegen Förster den Ball gewinnt, hat er schon mal eine Kette überspielt und hat nur noch unter Umständen einen Sechser und von mir aus zwei Abwehrspieler vor sich. Also es sind natürlich immer sehr gefährliche Ballverluste, die Förster da unterlaufen. Und gerade dann, meine ich, muss der Spieler zumindest hinterher rennen. Also du musst zumindest als Gegenspieler das Gefühl haben, da ist mir noch jemand irgendwie auf den Fersen und möchte mich jetzt hier unbedingt noch weggrätschen oder keine Ahnung, aber das findet ja bei Förster überhaupt nicht statt. Und wie gesagt, gegen St. Pauli haben wir das dann gesehen, zu was das führen kann. Aber da kommen wir nachher noch drauf zu sprechen. Also das nur mal so als... Ja, nee, da bin ich bei dir. Und irgendwie, ich frage mich, du hast das Spiel, glaube ich, ja nochmal gesehen, woran lag es denn, dass der VfB in der ersten Halbzeit wirklich überhaupt nichts zugelassen hat in der Defensive und dann so ab der 50. Minute für 20, 25 Minuten so unter Druck kam. Hat Heidenheim irgendwas verändert? Also Heidenheim hat in der ersten Halbzeit, wie auch in der zweiten Halbzeit, häufig versucht, über Flanken irgendwie zum Erfolg zu kommen. Und das hat in der zweiten Halbzeit etwas besser funktioniert. Also sie haben relativ häufig geflankt, aber in der ersten Halbzeit gar nicht. Und das war so mit einer der Unterschiede. Und der VfB wurde auch ein bisschen schlutriger, sage ich jetzt mal. Gerade diese Aktion von Förster, die ich gerade angesprochen habe, in der, wann war es, ich habe es jetzt schon wieder vergessen, 62. Minute, genau, die dann zum Torschuss von Schatterer geführt hat, war halt einfach so eine Situation, da machst du halt den Gegner, sage ich mal, stark und sorgst dafür, dass die dann vielleicht doch noch die Hoffnung haben, hier irgendwas mitnehmen zu können. Weil Leiparz hat ja dann ein paar Minuten später die nächste große Chance gehabt, als Karasor die Davi anspielen will. Und da war es halt auch wieder so, statt dem Ball entgegen zu gehen, dreht sich die Davi schon ab, orientiert sich schon nach vorne, schließt eigentlich schon mit diesem Pass ab und denkt schon eine Aktion weiter, was ja an sich okay ist, aber es führte halt dazu, dass dann Meinkert den Ball abfangen konnte, schlägt ihn weit nach vorne auf Robert Leiparz. Und ja, also, so entstehen halt dann relativ schnell solche Kontersituationen, die wir eigentlich irgendwie verhindern sollten. PIN, ja. Und ja, Leiparz steht nicht im Abseits, läuft dann halbrechts raus und taucht auf einmal frei vor Kobel auf und auch hier kann man wieder sagen, Förster, der begleitet ihn mehr oder weniger, nur greift nie richtig ein. Das sind halt auch so Momente, wo ich mir denke, mein Gott, dann taggel ihn mal weg oder von mir aus setz zu einer Grätsche an, bevor er dann im Strafraum drin ist. Also, das kann man dann schon mal machen, dieses einfach nur begleiten, nicht irgendwie versuchen, den Spieler anzugehen. Das finde ich schwierig bei Förster. Also, das kann er definitiv besser, weil zu Beginn, als er hier beim VfB ankam, war es ja genau diese Aggressivität, die mir eigentlich ganz gut gefallen hat. Und das hat er irgendwie so ein bisschen verloren über die letzten Spiele hinweg. Ich weiß nicht, an was das liegt, ob das eine Einstellungsfrage ist oder vielleicht auch irgendwie, der wird ja nicht satt sein, der hat ja mehr oder weniger noch nichts erreicht, wenn man ehrlich ist. Also, ich bin ein bisschen unzufrieden mit der Situation bei Herrn Förster. Ich weiß nicht, wie es hier da geht. Ja, absolut. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass er kam dann eigentlich immer, gespielt hat, oder? Er war fast in der Stammelf. Ja. Und das war ja schon ein bisschen stark. Ich habe gesagt, ah, das ist vielleicht Walters Liebling und er will ihn unbedingt spielen lassen. Jetzt haben wir einen neuen Trainer. Jetzt sind wir wieder zwei Mal in der Startelf gewesen. Also, mal gucken, wie es jetzt Mittwoch und Samstag sein wird. Aber, ja, vielleicht ist es auch mal ein Kandidat, der vielleicht eine Pause gut gebrauchen könnte. Ja, wobei wir ja gerade erst die Rückrunde jetzt begonnen haben. Also, wenn der jetzt schon überspielt ist, nachher nachher. Nein, ich rede nicht von überspielt, aber einfach so, weißt, irgendwie so vom Kopf her oder so. Weiß ich nicht. Wir haben ja einen tiefen Kader. Also, da gibt es ja auch andere Leute, die seine Position spielen könnten. Ja, absolut. Da kommen wir nachher noch drauf. Also, hauptsächlich, der Unterschied von der ersten zur zweiten Halbzeit war, wie gesagt, dass Heidenheim etwas besser in den Aktionen so über die Flanken kam und mehr Flanken versucht hat. Da kam jetzt auch nicht so viel mehr an, aber der VfB hat sich da irgendwie ein bisschen schwer mitgetan. Haben insgesamt auch mehr Zweikämpfe gewonnen dann in der zweiten Halbzeit, das muss man auch ehrlicherweise sagen. Also, sind etwas robuster zu Werke gegangen, haben in der zweiten Halbzeit mehr Tackles gewonnen. Also, könnte man jetzt schon sagen, dass sie einfach nochmal eine Schippe draufgelegt haben, ein bisschen robuster das Ganze angegangen sind, aber trotzdem nie so wirklich den VfB in Gefahr gebracht haben. Aber man hatte halt so, dass man dachte so, das läuft jetzt bestimmt so, wie häufig in der Hinrunde, dass der VfB dann irgendwie doch ein blödes Tor bekommt und dann nicht mehr in der Lage ist, zurückzuschlagen und dann geht das Ding hier irgendwie 1-1 aus. Also, die Befürchtung hatte ich schon, muss ich ehrlicherweise sagen. Ja, da stimme ich dir zu. Also, ich glaube, so 60., 65. Minute saß ich schon auf meinem Platz und dachte, hey, wir betteln doch eigentlich gerade unter den Ausgleich und der wird früher oder später fallen. Also, wenn sich da jetzt nichts ändert oder irgendwie glücklich einer ins Heidenheimer Tor reinfällt, dann kriegen wir den Ausgleich. Wir haben auch relativ lange da gezielt, aber das war echt keine gute Phase. Ja, umso besser war es, dass Materazzo dann eben reagiert hat, die Davi runtergenommen hat. Dem merkte man auch irgendwie an, dass er nicht mehr ganz so rund lief. Also, man hat ja jetzt auch schon gehört, dass er sich eben an der Schulter verletzt hat, aber vielleicht war er auch einfach noch nicht so bei 100%. Die Verletzung aus der Hinrunde scheint ja auch noch irgendwie eine Rolle zu spielen, haben wir jetzt in Erfahrung bringen können. Ja gut, und die Davi ist dann auch einfach kein Spieler, der irgendwie 10 Jahre lang verletzungsfrei gekickt hat und jetzt mal eine Verletzung hatte, sondern der ist ja vorbelastet einfach. Also, da muss man glaube ich generell so seine Einsatzfähigkeit ja nicht in Frage stellen, aber ob er halt wirklich immer und auf Dauer über 90 Minuten dann seine Top-Leistung bringen kann, ist glaube ich für mich dann auch fraglich. Das sehe ich genauso. Also, 72. Minute kam dann Zosa und man muss sagen, ihm ist nicht viel gelungen, aber Gott sei Dank eine Aktion ist ihm gut gelungen. Nur um das nochmal ganz kurz zu unterfüttern, warum ich sage, ihm ist nicht viel gelungen. Insgesamt hat er in seinen 18 Minuten, die er auf dem Platz stand, zwar 15 Ballkontakte gehabt, hat er allerdings achtmal den Ball verloren und hat auch gleichzeitig ja nur 30 Prozent seiner Pässe an den Mann gebracht. Also, das war jetzt nicht ein glorreicher Auftritt von ihm, aber die Flanke war dafür umso besser in der 75. Minute. Ich meine, wie er flanken kann, oder? Also, ich glaube, Zosa, der kann so gut flanken, wenn ich mit meinen gefühlten 1,50 da zwischen irgendwelchen zwei Meter Innenverteidigern spielen würde, ich glaube, wenn Bonas Zosa einen guten Tag hat, dann kann der so flanken, dass ich ein Kopfballtor machen kann. Das ist unfassbar. Ja, selbst Clement hätte es ja fast geschafft. Also, der war wahrscheinlich auch ganz überrascht, als er den Ball gegen den Kopf bekommen hat. Das ist unfassbar gut. Also, das ist halt wirklich, hätte irgendwie so ein Revival von Inzuat der Rotte Tor sein können, wenn wir ein bisschen mehr Kontinuität in den Personalfragen hätten, irgendwie aber, ja, also großartig die Flanken. Absolut. Und was man auch nicht verheimlichen sollte, Kempf, der zuvor am Mittelkreis den Ball gewinnt und dann Richtung Strafraum marschiert und eben dann so 25 Meter vorm gegnerischen Tor den Ball rüberspielt zu Zosa. Und dann hast du ja alles schon perfekt beschrieben. Die Flanke kommt auf González, wirklich Top-Flanke. Besser kann man es einfach nicht machen. Und dann steht es 2 zu 0. Man muss dazu sagen, hier hat man gesehen, dass die beste Abwehr der zweiten Liga dann doch nicht so sattelfest ist. Nee, das stimmt. Also, Herr Sparmer, Busch und auch MeinKar, die sehen da nicht besonders gut aus in der Situation. Aber, ja, gut, uns kann es egal sein und González darf dann seinen Trademark-Jubel wieder auspacken, zu meiner Freude. Wahrscheinlich hat er sich die Finger auch ins Ohr gehalten, als am Samstag sein Wecker klingelte zur Spielversprechung. Das kann gut sein, ja. Also, wundern würde es mich nicht. Aber da kommen wir vielleicht auch nachher noch drauf zu sprechen. Ja, dann wurde irgendwann mal Mario Gomez eingewechselt. Ich weiß nicht mehr genau, wann das der Fall war. Also, ich glaube, der wurde noch kürzer vor seinem Tor eingewechselt als Borna Sosa vor seinem Assist. 84. Das sehe ich gerade. 84. Minute kam Gomez, zwei Minuten vor seinem Tor. Ja, also das wird schon stimmen. Und da haben wir halt auch wieder davon profitiert, dass bei Heidenheim längst nicht mehr alles so rund lief. Da war es so, dass es eine verunglückte Kopfball-Rückgabe von Robert Leiparz gab und die hat dann Al-Ghadoui oder landete bei Al-Ghadoui und das war halt echt gut gemacht von Al-Ghadoui, der da aufmerksam war, aufgepasst hat und dann schnell den Ball in den Lauf spielt von Förster. Und jetzt, Sebastian, bin ich gespannt, wie du dann den Rest dieser Situation einschätzt für dich. Denn dann kommt Förster mit Tempo in den 16er und will und legt auch auf Mario Gomez quer, der dann ins Tor schießt mit einem kleinen Umweg, möchte ich mal sagen. Aber wie bewertest du die Situation? Wie hat der VfB die Situation ausgespielt? Ja, wir haben uns ja nach dem Spiel am Tag drauf, am Donnerstag ausgetauscht und ich fand es im Stadion, war die Situation schon irgendwie äußerst skurril, wo ich mir dachte, warum spielt der da jetzt nochmal ab? Der Gomez hat doch irgendwie den Keeper und den Innenverteidiger auf den Füßen gemacht. Das Gomez ist natürlich mit all seiner Erfahrung wirklich brillant und wackelt die zwei aus und schiebt halt dann locker rein und ich habe mir das dann am Tag drauf noch so oft angeguckt, das Tor, aber der Pass von Förster, der wird halt einfach nicht besser und ich bin da wirklich vorsichtig, weil ich hatte ja, wurde da getroffen, gegen Nürnberg war das glaube ich, zum 3 zu 1, wo ich dann auch gesagt hatte, das ganze Tor ist frei und er schießt ihn halt wirklich komplett auf den Keeper und hat Glück, dass der Keeper irgendwie wegspringt und habe mir damals ja schon anhören müssen, ja typisch Stuttgart-Fan, da trifft ein Spieler und wird trotzdem kritisiert, aber auch am Mittwoch gegen Heidenheim, also ich persönlich fand diesen Pass von Förster brutal schlecht, weil er bringt Gomez damit wirklich in die Bredouille, weil er hat zwei Leute auf dem Schlappen stehen und Förster hatte nur noch den Keeper vor sich und er muss entweder meiner Meinung nach diesen Pass auf Gomez viel, viel früher spielen, aber eigentlich muss er abschließen, weil er ist alleine vorm Tor, der ist das Tor und der ist der Keeper und sonst niemand und er muss dann einfach reinmachen und ich bin der Meinung, nur weil er sich nicht traut, den Abschluss zu suchen, spielt er nochmal auf Gomez einen richtig, richtig schlechten Pass und ja, und Gomez dann, wie gesagt, mit all seiner Erfahrung wackelt die zwei aus und schiebt ihn rein, aber dass das Tor dann noch gefallen ist, ist zu 105 Prozent Mario Gomez zu verdanken. Ja, und Al-Ghadoui, den wir nicht vergessen wollen. Der natürlich, der das Ganze eingeleitet hat, gar keine Frage. Genau, und ja, ich habe mich da auch gewundert, vor allen Dingen, der Pass war so lasch gespielt und eigentlich muss, also muss da ein vernünftiger Pass folgen und also stell dir so eine Situation vor beim 0-0 und dann verspielst du die Chance in der Sechse. Nee, vor allen Dingen, wenn er viel früher spielt, er ehrt ja quasi den Verteidiger noch an Hacken Förster, wenn er früher spielt, dann schickt er halt Gomez ins 1-zu-1 gegen den Keeper oder er schließt selbst ab, wenn er 1-zu-1 gegen den Keeper spielt, aber dann halt rüber zu spielen und Gomez dann halt beide wirklich auf den Füßen stehen, das ist halt einfach kein guter Pass, ne, und ja, und das ist halt das, was ich auch in St. Pauli so ein bisschen gesehen habe, ich finde, Philipp Förster fehlt einfach so die Entscheidungsfreude, ne, also der weiß nicht, was er machen soll, er kann das alles, aber er trifft die Entscheidung viel, viel zu spät. Das ist der Punkt, also es fehlt nicht die, also aus meiner Sicht nicht die Entscheidungsfreude, sondern eher die Geschwindigkeit bei der Entscheidung ist das Problem für mich, also. Ja, aber ich denke nicht, dass es körperlich ist, sondern ich glaube wirklich im Kopf, weil es dir überlegt, zu lange, was er machen soll. Es, ja, gebe ich dir recht, aber ich glaube trotzdem auch, dass Philipp Förster einfach jetzt kein Spieler ist, das ist jetzt vielleicht ein bisschen gemein, aber es ist für mich halt einfach kein Spieler, der bei einer Mannschaft groß auftrumpfen kann, die um den Aufstieg mitspielt und dann irgendwann mal in der Bundesliga spielt, also das ist ein guter Zweitligaspieler und für mich ist es halt so jemand, der, weiß ich nicht, in Fürth eine super Karriere hinlegen würde und von mir ist auch, nennen wir irgendein Beispiel, Regensburg oder weiß der Kuckuckuck, irgendwie so eine Mannschaft halt, die unter den ersten sechs, sieben immer mitspielt in der zweiten Liga, aber, ja, jetzt eigentlich nicht aufsteigen wird, also ich sehe Philipp Förster einfach zu schwach für den VfB, sorry, das ist halt so mein Eindruck jetzt von den ersten Monaten, die er hier verbracht hat, der bringt einen gewissen Ehrgeiz mit, aber in manchen Situationen reicht es dann irgendwie nicht und das ist diese Handlungsschnelligkeit, die du einfach brauchst oder die ich fordere von den Spielern, die du brauchst, vor allem natürlich dann in der Bundesliga, weil da fällst du sonst aufs Maul, also, diese Drantütigkeit, die wird uns irgendwann zum Verhängnis werden und wurde uns auch schon zum Verhängnis in Hamburg dann jetzt am Wochenende und ich möchte auch noch eins dazu sagen, weil es natürlich jetzt alles sehr negativ klingt und der VfB hat ja 3-0 gewonnen und hin und her, ich fand das Spiel an und für sich, so wie das ablief, fand ich in Ordnung, ja, also da gibt es überhaupt nichts auszusetzen eigentlich, also man muss ja auch erstmal dann so eine gute Abwehr haben mit 3-0 nach Hause schicken, ja, das passiert nicht einfach so, das fand ich gut, ich fand auch die Einstellung, die insgesamt auf dem Platz gezeigt wurde, auch okay, also da sind einzelne Spieler mal aufgefallen, die eben nicht in den entscheidenden Situationen dann vielleicht nochmal den zusätzlichen Schritt gemacht haben, hier und da Unkonzentriertheiten bei relativ einfachen Pässen, bei der Beiverarbeitung, da warte ich mir einfach ein bisschen mehr Konzentration in der, also das wirkt halt immer so, ich bin schon beim nächsten Schritt eigentlich, ja, ich fordere zwar Handlungsschnelle, aber trotzdem musst du die Situation erstmal zu Ende bringen und wie gesagt, konzentriert dann dein Beiverarbeiten, weil sonst bringt dir das ja alles nichts, wenn du schon vier Schritte im Voraus denkst, aber den ersten nicht richtig ausführen kannst. Also das ist das, was mich einfach stört und ich bin natürlich froh, dass der VfB 3-0 gewinnt gegen Heidenheim und damit gut in die neue Saison startet, aber ich weiß halt genau, dass so Spiele auch anders ausgehen können. Wir haben es ja dann in der Hinrunde mehrfach erlebt, dass du dann auch immer wieder so Kleinigkeiten nicht besonders gut hinbekommst, Chancen verbaselst und hinten bist du immer wieder gut für Fehler. Das zieht sich halt komplett durch die Serie bis jetzt. Genau, wobei ich fand, das war gegen Heidenheim jetzt ja wirklich jetzt kein Spiel, wo ich dann hinterher gesagt habe, das hätte auch 0 zu 2 ausgehen können, weil dafür hatte die strukturende Defensive Heidenheim eigentlich zu sehr im Griff, weil auch in der Drangphase von Heidenheim waren das ja keine glasklaren Chancen und das fand ich schon gut. Ich fand gut, dass ich das, ich hatte zumindest das Gefühl, dass die Spieler des VfB ein bisschen entschlossener zu Werke gehen, ein bisschen mehr Einsatz zeigen, also einfach ein bisschen mehr auf dem Platz sind und das nicht so an sich vorbeilaufen lassen, sondern wirklich jederzeit konzentriert bei der Sache sind. Was ich halt auch, das haben wir am Anfang dazu schon angesprochen, dass Karasor aus der Innenverteidigung mit vertikalen Pässen aufgebaut hat. Auch Philips hat das gemacht, was ich total erstaunlich fand, weil da denkst du ja, naja, das ist so der Aushilfs-Innenverteidiger, der ist halt gut und da ein paar Stürmer abzugrätschen, aber auch der hat beim Aufbauspiel gut mitgemacht. Wobei, da muss ich da ganz kurz reingrätschen, weil Philips Bälle, die er nach vorne spielt, der ist vermutlich und spielt diese Bälle, aber er ist dazu ungenau in seinen Aktionen. Also er hat neun lange Bälle versucht, sage ich jetzt mal, an den Mann zu bringen, vier kamen an, das war auf St. Pauli dann noch viel schlechter. Also der Versuch ist löblich und irgendwann geht auch einer mal durch und das reicht wahrscheinlich auch, wenn ein, zwei dann da landen, wo sie hingehören. aber, ja, die Streuung wurde relativ groß dann gegen St. Pauli, aber dazu kommen wir dann. Ja, na gut, aber er spielt halt neun Bälle halt in die Tiefe, von denen vier ankommen und unter Walter hat er den halt irgendwie zum Sechser, der zurück zum Innenverteidiger, er zurück zum Außenverteidiger, also du weißt, was ich meine. Da haben wir dann irgendwie 20 Ballkontakte gehabt, bis der Ball dann vorne war und so ist es halt ein Pass und natürlich kann der dann nicht so oft ankommen, wie der Kurzpass, weil man halt viel mehr Risiko geht, aber da hat man schon gesehen, dass das, dass Materazzo es dann irgendwie in der Winterpause tatsächlich geschafft hat, der Mannschaft ein anderes Spielsystem einzuimpfen. Vieles war natürlich auch noch wie in der Hinrunde, aber ich finde gerade so beim Spielaufbau aus der Innenverteidigung über die Innenverteidiger, die dann wirklich, ja, die vertikalen Pässe gesucht haben, hat man das deutlich gesehen. Was mich noch komplett aufgeregt hat gegen Heidenheim und auch gegen St. Pauli, das wird wahrscheinlich auch der Rest der Saison so bleiben, sind immer diese Mega-Kurzpässe im Mittelfeld, weißt du, dieses Abklatschen lassen, wieder einen Meter kurz spielen, wieder einen Meter kurz spielen, wo ich mir wünschen würde, warum spielt nicht irgendjemand mal diagonal auf eine andere Seite, macht eine komplette Flügelverlagerung, dass man wieder Platz hat, aber man spielt halt so klein, 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 klein und da ist natürlich dann der Gegner immer sofort da, das war gegen Heidenheim schon schlimm und ich fand es gegen St. Pauli halt dann noch viel schlimmer, dass da noch so ein bisschen die Übersicht fehlt oder vielleicht auch die Vorgabe, mal Bälle einfach diagonal zu spielen. Was du da gesehen hast, ja, ist das Resultat von dem, was Jos Luukai und Frank Schmidt gesehen haben, denn der VfB hat in der Anfangsphase gegen Heidenheim nämlich versucht, das Spiel immer auf eine Seite zu verlagern durch diese kurzen Pässe und hat dann mit, nicht zu verlagern, sondern zu, da stattfinden zu lassen, so, und dann mit einem langen Ball hat man dann versucht, links rüber Gonzalez irgendwie anzuspielen mit einer Flanke und es hat ein, zweimal ganz gut geklappt, vielleicht auch dreimal gegen Heidenheim und dann hat Frank Schmidt darauf reagiert und hat dem VfB dieses Mittel so ein Stück weit genommen, gerade in der zweiten Halbzeit hast du das dann gesehen, da haben sie viel früher gepresst und die hatten gar nicht mehr die Möglichkeit, das Spiel so hinzuschieben, wie sie das wollten, die Stuttgarter und unter Jos Luukai fand das nämlich gar nicht mehr statt, diese Seitenverlagerung, die eigentlich gar nicht so blöd sind und auch so ein Nagelsmann-Modell einfach sind, das fehlte so ein Stück weit, kann aber auch damit zusammenhängen, muss ich ehrlicherweise sagen, dass Gonzalez dann gegen St. Pauli in der ersten Halbzeit nicht gespielt hat, also der ist halt da wirklich gut für sowas, weil er schnell ist, weil er Kopfball stark ist, Zweikampf stark ist und du kannst über die linke Seite gerade sowas machen, mit Silas ging das dann noch besser, als der dann im Spiel war gegen St. Pauli, aber auch da hat es nicht mehr so richtig funktioniert, also das ist ein Mittel und ich glaube, dass es dann so eine gewisse Einfallslosigkeit war, was macht man denn jetzt, wenn wir nicht uns auf die rechte Seite verlagern können, so wie wir uns das vorgestellt haben, dann wird es irgendwie ein bisschen zentrumlastiger und da sind sie halt einfach nicht so risikobereit, das merkst du auch, dass wir haben halt keinen Thiago, um es mal so auszudrücken, der nach vorne marschieren kann mit dem Ball, ja. Aber genau, das hat mich, das regt mich immer wieder auf, also sowohl zu Hause wie auch auswärts, dieses auf, weißt du, auf acht Quadratmetern irgendwie mit drei Spielern die Bälle immer wieder kurz prallen zu lassen, nochmal quer, nochmal kurz und so und das mal einer irgendwie dann den Blick hätte zu sagen, hey, der Ball muss mal irgendwie komplett anders sein, weil der Raum wird immer dichter, es werden immer mehr Spieler, es gibt immer mehr Druck und früher oder später ist der Ball weg und ja, das finde ich immer für mich persönlich total belastend, weil du weißt genau, das kann einfach nicht funktionieren. Aber da muss man ehrlich sein, das machen die Gegner halt auch immer wirklich gut, die lassen sich dann weit zurückfallen und lassen den VfB erst mal so 40 Meter vorm Tor oder bis 40 Meter vorm Tor machen, was sie wollen und dann wird es halt brutal eng, also dann ist es halt auch schwer, da wirklich Lücken aufzureißen, dann sind wir da beim Thema Mut, Dribblings und sowas, mit solchen Aktionen kannst du sowas mal bringen und du brauchst halt, das ist das A und das O, du brauchst halt viel, oder viel mehr Tempo und dazu gehört halt einfach dann auch das genaue Zuspiel und das genaue Passen und da hapert es für mich wirklich durchgehend in der kompletten Saison. Ja genau, die Passgenauigkeit war auch gegen Heidenheim wirklich alles andere als berauschend, das war verheerend. Pässe waren, gucken wir gleich mal, dann können wir das sagen, also wahrscheinlich sagt, die Statistik straft mich zu scheinlich Lügen. Ja, das Problem ist, du müsstest ja die Statistik, ich bräuchte eine andere Statistik, die reine Passstatistik sagt 82% der Bälle, der Pässe kamen an. So, aber was sagt das aus? Also ich müsste ja jetzt ja wissen, was waren das für Bälle? Also wie wurden die gespielt? Das ist natürlich ein Unterschied, ob ich quer spiele, nach hinten spiele oder risikobereit mit Tempo nach vorne. Also bräuchte ich jetzt eigentlich die schnell gespielten Bälle, wie man das sagen möchte. Ja, und kurz und lang und so weiter. Ich habe jetzt am Sonntag auch Köln gegen Freiburg gesehen, wo dann die langen Bälle irgendwie auf John Cordoba gespielt wurden, einer nach dem anderen und der konnte fast jeden irgendwie sinnvoll verwerten, wo du dir denkst, also eigentlich Mario Gomez, der müsste es doch auch können in der zweiten Liga, aber wir spielen diese Bälle nicht, vielleicht kann er es nicht, vielleicht kann er es, aber das ist ja auch so ein bisschen vielleicht Variantenreichtum, den man bräuchte, mal irgendwie kurz, kurz, mal über die Außen, vielleicht auch mal lange Bälle irgendwie ins Zentrum, wo dann halt irgendwie ein Wandspieler die ablegt oder so und das fehlt halt natürlich nach wie vor noch. Also gegen Heidenheim hat man sich an verschiedenen Varianten versucht und deswegen ging das Spiel aus meiner Sicht auch 3-0 aus, also das war, fand ich eigentlich ganz gut, es war robust in manchen Situationen, man hat hier und da versucht, mit Dribblings irgendwie einen Raumgewinn zu erzielen, man hat Flanken geschlagen, da sind wir immer bei dem Problem, dass natürlich wenig Flanken ankommen, also von 18 kamen 5 an, das ist nicht besonders viel. Also ein guter Wert, oder? Ja, wie man nimmt, wie man es nimmt, also führt er halt Gott sei Dank eine zum Tor, also das ist schon mal dann auf der Haben-Seite zu verbuchen, ist halt immer das Ding, wenn du Sosa vorne drin hast, ist das nicht vorne, sondern an der Seite hast, ein probates Mittel. Ich würde sagen, wenn es Borna Sosa 18 von seinen Zuckerflanken reinschlägt, dann fallen er mindestens 6 Tore. Ja, dann sind wir im Endeffekt schon im April Meister. Nein, Quatsch. Also, ja, also ich fand, gegen Heidenheim hast du schon gesehen, in welche Richtung das gehen kann, mit Matarazzo, und du brauchst aber trotzdem auch einen Gegner, der vielleicht nicht seinen besten Tag hat, weil genau das war jetzt hier gegen Heidenheim der Fall. Die waren nicht in Topform, um das mal so auszudrücken. Genau, weil normalerweise, wenn du gegen Heidenheim spielst, machst du vermutlich irgendwie irgendwann mal einen einzigen Fehler und Schnatterer schießt aus 18 Metern irgendwie das 1-0. Ja. Also, das war schon gut und ich war wirklich nach Abpfiff auch wahnsinnig, wahnsinnig froh, dass der VfB so gut in die Restrunde dann gefunden hat, weil das hatten wir ja vorher, also ich glaube, ein 3-0 hatte von uns niemand auf dem Zettel. Einen Sieg vielleicht manche, aber dass der dann so klar ausfallen würde, das war dann schon eine sehr positive Überraschung. Nach dem Spiel gab es zwei Zitate, die ich dir jetzt kurz vorlesen werde und ich bin gespannt, wie du die einordnest für dich. Zum einen sagte Nico Gonzalez, das war ein gutes Spiel von uns, ich bin sehr zufrieden, es macht Spaß mit dem neuen Trainer, weil wir jetzt schneller nach vorne spielen. Das ist das erste Zitat. Und Materazzo sagte nach dem Spiel, wir sind bei offensiven Prinzipien einen Tick weiter, als ich dachte, aber es ist viel Luft nach oben. Für mich persönlich war das erste Spiel emotional und intensiv. Es war sehr, sehr schön, also da hat er sich natürlich nochmal auf die ganze Atmosphäre und so bezogen. Und es gab dann auch noch die Aussage, die ich mir jetzt hier leider nicht notiert habe, dass er, wie hat er das gesagt, der Meinung ist, dass das Pressingverhalten zu 60% richtig ausgeführt wurde und 40% könnte noch besser sein. Aber im Großen und Ganzen sind hier beide Befragten sehr zufrieden und Materazzo spricht sogar davon, dass man einen Tick weiter ist, als gedacht. Ich habe schon, als ich die Zitate gelesen habe, Sebastian, irgendwie so leicht zusammengezuckt. Da läuten schon sämtliche Alarmglocken, oder? Oder? Ist doch so. Ja. Also ich habe nach dem Spiel auch dann irgendwie, oh geil, 3-0. Und dann irgendwie so eine Millisekunde später, oh scheiße, 3-0. Die sind schon wieder zufrieden. Die dann doch irgendwie so ein bisschen zu relaxed irgendwie ins Auswärtsspiel rein. Wäre nicht vielleicht ein knappes 1-0 auf Biegen und Brechen besser gewesen? Und man ist einfach als VfB-Fan über die Jahre, ist man ja wirklich irgendwie erfahren geworden, was solche Situationen angeht. Und ein überzeugender und vielleicht einen Tick zu hoch ausgefallener Sieg ist irgendwie langfristig nie gut, wenn man aufs nächste Spiel blickt. Also ich dachte mir so, hätten sie nicht jetzt einfach so was sagen können, also gerade Nico González, damit haben wir jetzt vielleicht gerade mal so ein Spiel wie gegen Kiel ausgeglichen oder so. Ja, genau. Also irgendwie so eine Gierigkeit auf die Aufholjagd, so die fehlt ihm ja so ein Stück. Weil das hörte sich nicht nur bei Nico González, sondern auch bei Marc-Oliver Kempf so an, dass man einfach jetzt zufrieden ist mit dem, was man da gezeigt hat. Und man hat jetzt ein gutes Gefühl, weil der Trainer macht das besser und ist hier besser. Und ich habe dann gleich so ein ungutes Gefühl. Also ich habe dann immer gleich das Gefühl, beim nächsten Mal ist man sich dann vielleicht doch wieder zu schade, dann irgendwie in dem richtigen Moment nochmal die eine entscheidende Grätsche auszupacken oder sowas dergleichen. Also ich kann das gar nicht richtig beschreiben. Es fühlt sich für mich immer wieder falsch an, obwohl die Aussage an und für sich ja gar nicht falsch ist. Also auch, dass Materazzo das Gefühl hat, die Mannschaft sei weiter als er dachte, mag ja erstmal nicht falsch sein. Aber als ich das wieder gehört habe, dachte ich sofort, ja, da gibt es bestimmt jetzt ein, zwei, vielleicht sogar drei Spieler, die sich denken, ja, also wenn wir schon weiter sind als gedacht, dann... Genau, da können wir jetzt erstmal einen Gang zurückschalten. Nee, und wir kennen den VfB jetzt seit vielen, vielen Jahren. Pellegrino Materazzo jetzt seit zwei Monaten vielleicht. Niko González auch noch nicht so wahnsinnig lang. Und du weißt genau, das sind halt die falschen Aussagen. Also eigentlich, weißt du doch, als VfB-Trainer musst du sagen, 3-0 gewonnen ist super, aber wir hätten 5-0 gewinnen müssen. Und als González musst du sagen, ja, war ein gutes Spiel von uns, ich habe ein Tor gemacht, ich hätte eigentlich drei machen müssen. Also, das ist ja so das, was dem VfB immer so nachhängt. Zu viel Zufriedenheit und zu wenig Gier zeigen ja auch die Aussagen danach im St. Pauli-Spiel einfach. Das fehlt halt komplett. Ich habe ja die neue Rubrik ins Leben gerufen, drei Spieler, auf die man achten sollte. Jetzt habe ich noch hinzugefügt, fünf Spieler, über die wir sprechen müssen. Da geht es aber dann um die Spieler, die in den jeweiligen letzten Spielen aufgelaufen sind. Und ich mache es jetzt in dem Fall ganz kurz, weil wir ja noch ein Spiel zu besprechen haben, aber nur damit du mal so ein Gefühl dafür bekommst, wie ich mir das in Zukunft vorstelle. Also, ich habe mir jetzt fünf Spiele rausgesucht, die mir besonders gut oder von mir aus auch der ein oder andere nicht so gut gefallen haben. Bei uns oder beim Gegner? Sowohl als auch, jetzt in dem Fall nur bei uns. Weil bei Heidenheim konnte mich keiner überzeugen, beim VfB haben mich einige nicht überrascht, aber die fand ich so gut, dass ich sie hier mit drin haben wollte. Und los geht's schon mit Stenzel. Der mal wieder eine gute Partie gezeigt hat, mit sechs Klärungen, die meisten Klärungen aller Spieler, dem sind diese gelungen. Und im Endeffekt hat er dazu beigetragen, dass Heidenheim nicht so gefährlich war wie sonst, wieder viele Ballkontakte, viele Zweikämpfe gewonnen. All sowas, was man sich eigentlich von Pascal Stenzel erhofft, hat man gesehen, auch wenn er eine leicht veränderte Rolle wieder hatte. Und was auch gut war von ihm, waren, dass er auch acht lange Bälle geschlagen hat, von denen fünf ankamen. Und das war gerade so in der ersten Halbzeit, in den ersten Minuten, gab es da einige davon. Und das war das, was ich vorhin beschrieben habe, dieses Verlagern. Das hat mit Stenzel richtig gut funktioniert. Also das hat mir, ich würde mal sagen, imponiert, dass der Herr Stenzel eben nicht nur das variable Genie als Rechtsverteidiger ist, sondern dass er mehr kann. Also der kann auch so einen ganz klassischen Rechtsverteidiger spielen. Und Walter war schon, ja, also da war er auch manchmal so defensiv ein Mittelfeldspieler und sowas. Also hat er alles gemacht. Und das gefällt mir sehr gut, wollte ich nicht unerwähnt lassen. Aber jetzt haben wir doch zum Ende der Runde immer drüber geredet, dass Pascal Stenzel mal, dass der überspielt wirkt und eine Pause braucht. Jetzt kommt er in die Restrunde, spielt richtig, richtig gut und prompt sitzt er dann gegen St. Pauli nur auf der Bank zum allerersten Mal, seit er beim VfB ist. Ja, wobei das ja taktische Gründe wohl gehabt hat, meinte er im Atarazzo. Also das kann ich, ich kann das sogar nachvollziehen, dass du dann mit einem schnellen Außen gegen, jetzt müsste ich nochmal den Namen hier raussuchen von dem St. Pauli Spieler, der auf links gespielt hat. Ach, das war der Engländer Penny, hieß er genau. Und das war eigentlich ein guter Schachzug von Matarazzo, weil Penny ein Problem hat mit technisch guten Spielern, schnellen Spielern. und da ist Massimo natürlich schon ein Gift für Penny. Und Massimo hat ja auch eine gute Partie gezeigt. Ja, total. Ganz so blöd war der Schachzug von Matarazzo nicht und um das auch nochmal kurz zu sagen, Stenzel hat eine gute Partie gemacht, aber er hat auch schon bessere gezeigt. Aber trotzdem fand ich halt einfach so das neue Gesicht, das er unter Matarazzo da gezeigt hat, als mehr oder weniger klassischer Rechtsverteidiger in dieser neu formulierten Dreierkette beziehungsweise dann Fünferkette, wenn er als Verteidiger gespielt hat, das fand ich schon einfach gut und wollte ich hier nicht unerwähnt lassen. Ja, also ich kann es taktisch nachvollziehen und von daher kann ich ganz gut damit leben, dass er jetzt dann Massimo die Chance gegeben hat. Ein weiterer Spieler war Atakan Karazzo, der hat dir ja glaube ich auch ganz gut gefallen im ersten Spiel als Innenverteidiger, hat da überrascht. Ja, 94 Ballkontakte, die meisten aller Spieler, acht Ballverluste, die wenigsten aller VfB-Spieler. Auch das war glaube ich wichtig für ihn, weil er ja eben dann im zentralen Mittelfeld häufiger das Problem hatte, dass er in den entscheidenden Momenten immer mal wieder so einen Ball verloren hat, der dann einen Konter eingeleitet hat oder unter Umständen dann auch ein Gegentor. Also das war einfach ein guter Auftritt von Karazzo. Viele gute Pässe, das kann er ja sowieso und es scheint so, als ob man mit Karazzo an der Innenverteidigung erstmal leben könnte. Jetzt gerade, wenn es keine gibt, keine Innenverteidigung. Mit der Einschränkung dann in der zweiten Halbzeit die Szene, wo er sich die gelbe Karte abgeholt hat. Ich glaube, ich fühle mich nicht wohl damit, wenn Atakan Karazzo letzter Mann ist und dann ins direkte Duell gehen muss mit einem robusten, schnellen Mittelstürmer, weil ich glaube, da fehlt ihm dann wirklich so die körperliche Präsenz. Das wird dann heikel, aber so, ja, im Aufbauspiel und so in den, in 90% aller Szenen wunderbar in der Innenverteidigung. Aber gerade da hat man gesehen, ja, wenn da halt irgendjemand ihm entgegenkommt und er ist alleine, dann könnte es ein bisschen schwierig werden. Ja, irgendwie so einen kleinen Ausrutscher hat er immer drin oder ist irgendwie mit dabei, wenn irgendwas merkwürdig läuft, auch in der 88. Minute seinen Rückpass auf Kobel, wobei ich hier eher Gregor Kobel den Vorwurf mache, weil der auf dem Weg raus ist aus dem Tor. Ich glaube, das war noch irgendwie der Kobel, der so spielen wollte, wie Walter das gefordert hat. Der Walter Kobel, ja. Ja, und dann war es halt gerade nichts und da haben wir ein bisschen Glück gehabt, dass da nicht das Tor fällt. Aber Karazzo für mich nochmal irgendwie Comeback des Jahres 2020, jetzt schon irgendwie und unter Walter komplett gehypt als Balance-Spieler und Mittelfeldgott irgendwie installiert, mitgeschleppt worden, obwohl er keine Leistung gebracht hat, dann in die Verbannung geschickt worden und jetzt irgendwie, ja, wieder auferstanden als Innenverteidiger und hat es richtig gut gemacht. Also freut mich total für ihn. Ja, also da kann man nicht viel hinzufügen, das passt so. González mit seinem Tor, auch sehr gut, 66 Beikontakte, die meisten aller Offensivspieler, dann natürlich auch noch stark zwei Schüsse aufs Tor, ein Schuss daneben, also die meisten Torschüsse abgegeben, ähm, viele Dribblings versucht, acht waren insgesamt, fünf waren erfolgreich, auch das ist immer wieder eine Möglichkeit gewesen, um eben wieder Räume aufzumachen und Raumgewinn zu erzielen, also das war richtig gut. Er muss natürlich weiter daran arbeiten, dass er seine Großchancen besser nutzt, weil auch in diesem Spiel hätte er vielleicht sogar zwei, wenn nicht sogar drei Tore erzielen können und, ähm, ja, das, das bleibt so ein Stück weit sein Manko, möchte ich mal sagen, oder? Ja, also er ist immer dafür gut, eine Großchance kläglich zu, ähm, versemmeln, ist halt auch dafür gut, halt irgendwie eine Kleinchance dafür da mal reinzumachen, ne, aber, ich glaube, mit dieser Varianz muss man bei so einem jungen Spieler, ähm, einfach, einfach leben, aber, ja, er macht schon Spaß, wenn er auf dem Platz steht. Und was ich auch nicht unerwähnt lassen möchte und auch vorhin ganz kurz schon mal angerissen habe, ist die Zweikampfstärke von Nico Gonzalez, die ist nicht selbstverständlich bei einem Offensivspieler, neun Zweikämpfe hat er insgesamt bestritten, sechs gewonnen, drei seiner vier Luftzweikämpfe gewonnen, gegen St. Pauli hat er auch wieder viele Luftzweikämpfe gewonnen, das ist echt eine Waffe, ähm, für uns, also wenn du so einen Kopfballstarken Spieler hast, so einen schnellen, zweikampfstarken, offensiven Spieler, das ist schon, das ist der schon richtig gut, muss man ganz ehrlicherweise auch mal hier sagen, wir haben ja auch schon oft über ihn gemeckert, was weiß ich, Trademark Jubel, verballerte Chancen, manchmal vielleicht auch nicht die 100% richtige Einstellung, die man von einem Profi erwartet, aber im Großen und Ganzen ist das schon ein sehr guter Spieler und wir können uns glücklich schätzen, dass der hier in der zweiten Liga für den VfB aufläuft. Mario Gomez, muss man natürlich auch erwähnen, hat brilliert, möchte ich sagen, in diesem ganz kurzen Aufsritt, er hat insgesamt nur sechs Ballkontakte gehabt, Sebastian, aber, das sind wahrscheinlich mehr als in Hamburg dann, oder? In Hamburg waren es glaube ich über 20, aber ich weiß nicht, was du meinst, was du ansprichst, aber nur mal so, was er mit sechs Ballkontakten gemacht hat. Voll gut, also gar keine Frage. Halt dich fest, ein Tor geschossen, zwei erfolgreiche Dribblings hingelegt, also richtig gut, dann hat er zwei Zweikämpfe gewonnen und noch einen Luftzweikampf gewonnen, also er hat 100% seiner Zweikämpfe gewonnen, 100% seiner Dribblings waren erfolgreich, jeder Torschuss war ein Treffer, auch wenn es nur einer war, und das alles nur mit sechs Ballkontakten in sechs Minuten, also so kann es weitergehen. Das heißt eigentlich in Zukunft immer in der 84. einwechseln? Es ist der neue Joker. Ja, aber warum nicht? Ja, klar, also das war schon gut, auch gegen St. Pauli, was er da so gezeigt hat, natürlich kann man jetzt wieder sagen, ja, der fand ja in den ersten Minuten gar nicht statt, aber du musst halt dann auch die Qualität haben und in der 81. oder 82. Minute eben das 1-1 machen, keine Ahnung, ob das zum Beispiel ein Förster geschafft hätte. Ja, du musst dazu nichts sagen. Gut, und den letzten, den ich hier mit reinholen möchte, das ist Borna Sosa, der natürlich hauptsächlich deshalb auffällig war, weil da eben die Vorlage, die wunderschöne Vorlage zum 2-0 geliefert hat, aber dann halt trotzdem auch wieder genau die Schwächen gezeigt hat, die mich zur Weißglut bringen bei Borna Sosa. Häufige Ballverluste, dann natürlich auch immer wieder Pässe, die nicht ankommen, Defensivverhalten nicht besonders gut und du siehst dann diese Flanken und denkst dir, was sind dir diese Flanken in der Rückwärtsbewegung wert? Also so musst du ja eigentlich rangehen an die Sache. Wenn Sosa aufläuft, kannst du davon ausgehen, dass zwei so Flanken vielleicht kommen in 90 Minuten und die können das Spiel entscheiden, aber auf der anderen Seite hat er halt immer wieder so einen Lapsus drin. Ihm fehlt auch so ein bisschen, hat es mir aufgefallen, gegen St. Pauli dann vor allem so die Körperlichkeit, das wundert mich eigentlich. Ja, weil er trainiert ja viel, also du siehst ja oft auch auf Instagram, dass er irgendwelche Krafttrainingsübungen macht und so. Der macht wahrscheinlich dann fünf Minuten Krafttraining, macht dann irgendwie fünf Fotos und dann legt er die Hantel wieder weg. Ja, das könnte natürlich auch sein, aber das... Da kommen wir noch drauf, gegen St. Pauli mir dann gefallen hat, dass er ja dann quasi vor Pascal Stenzel auf der linken Seite gespielt hat und das ist ja eh so eine Sache, die wir ja auch mal schon vor gefühlt ewigen Zeiten bei Maffeo besprochen haben, ob er überhaupt ein Linksverteidiger ist und ob Maffeo überhaupt ein Rechtsverteidiger ist, ob die beiden nicht einfach in der Position nach vorne rutschen sollten. Also in so einer Fünferkette kann ich mit Sosa als links, in Anführungsstrichen Linksverteidiger leben, weil die Defensivaufgaben dann halt vielleicht dann durch den Ja, kleiner Fünferkette schon, aber jetzt in der Viererkette... Ne, also das passt für mich nicht so richtig, also entweder muss er sich da noch steigern, ja, defensiv, oder er muss dann halt wirklich im linken Mittelfeld spielen und hat dann hinter sich einen Castro oder so. Ja, aber diese Flanken, oh, Traum. Ja, also ich behaupte jetzt einfach mal, in der Bundesliga werden die noch eher verteidigt als in der zweiten Liga. Natürlich, aber wir sind ja nicht in der Bundesliga, noch lange nicht. Noch nicht, noch nicht. Wenn man bei deinen fünf Spielern, denen man ein Sternchen geben sollte, so ein bisschen fehlt, ist für mich Gregor Kobel, weil ich fand, der war gegen Heidenheim und auch gegen St. Pauli, um mal da vorzugreifen, wahnsinnig souverän. Ja, ja. Wahrscheinlich gibt es jetzt keine tollen Statistiken, die das belegen. Doch, ich könnte sagen, dass er drei hohe Bälle abgefangen hat, das war schon mal gut. Die haben mit einer Seelenruhe abgefangen, also, nee, aber das war echt für mich so ein Gefühl, wie viel Bälle mit Seelenruhe abgefangen wurde. Wie damals bei Jens Lehmann, da kommt halt eine Flanke in den Strafraum gesegelt, Richtung Fünf-Meter-Raum und du weißt genau, wir haben einen Torwart. Der kommt raus und der greift die sich mit einer Hand, mit zwei Händen, mit drei Händen, egal, aber der hat die halt einfach. Und diese Ruhe strahlt Gregor Kobel aktuell aus und ich finde, es ist nicht selbstverständlich, nachdem halt Tim Walter noch diese Torwart-Diskussion angezettelt hatte und er dann zum Ende der Hinrunde nicht im Tor stand als Nummer eins und jetzt ist er wieder Nummer eins und ja, spielt halt da hinten, als ob er seit 20 Jahren irgendwie im Tor steht. Also ich fand das in den letzten beiden Spielen relativ gut von ihm. Ja, da gebe ich dir absolut recht und ich habe noch ein paar Statistiken, die dann doch das unterstreichen, was du vielleicht nur gefühlt hast oder auch bemerkt hast und zwar eine sehr interessante Statistik sind die Pässe. Da schaue ich immer wieder drauf, wie spielen die Torhüter hinten raus, verlieren die den auf den Ball oder schießen den ins Aus oder so. Nee, beim Kobel war es wieder so, dass 91 Prozent seiner Pässe ankamen, also sehr guter Wert und neun lange Bälle hat er geschlagen, sechs kamen an. Auch das ein guter Wert für den Torhüter. Also ja, man könnte schon sagen, Kobel hat eine sehr gute Partie gezeigt gegen Heidenheim und dein Einwand ist berechtigt. Und wie gesagt, diese Präsenz halt im eigenen 16er oder im eigenen 5er halt rauszugehen und dann halt diese eine Szene, diese Flanke halt mit einer Hand herunter zu pflücken, da brauchst du halt das Selbstvertrauen, der hat's, obwohl er halt irgendwie ja nicht mehr ohne Konkurrenz Nummer 1 war und das fand ich schon ja ziemlich stark von ihm. Ja, also da bin ich bei dir, da möchte ich dir gar nicht widersprechen. An Kobel lag es auch dann auf St. Pauli nicht, dass wir nur 1-1 gespielt haben. Nee, auch da war er richtig gut, fand ich. Absolut, da kommen wir gleich jetzt oder kommen wir jetzt eigentlich zu. Just Luokai sagte bei der Pressekonferenz Folgendes zu diesem Spiel, also wir sind jetzt beim Spiel St. Pauli gegen den VfB, Tore sind dafür da, dass man nach dem Spiel viel mehr Freude hat. Sebastian, was sagst denn du dazu? Hattest du nach dem Spiel viel mehr Freude wie Just Luokai? Vielleicht. Nee, aber ich verstehe auch seinen Satz überhaupt gar nicht. Ja, da ging's darum, der hat sich tierisch drüber aufgeregt und ich kann's nachvollziehen, dass man dieses Spiel nicht gewonnen hat. Denn, um das mal gleich so als grobe Analyse vorweg zu schicken, St. Pauli war über 90 Minuten für mich das gefährlichere Team und muss dieses Spiel eigentlich gewinnen. Da bin ich bei Just Luokai. Sie haben die besseren Chancen, spielen Konterschlecht aus und müssten eigentlich dieses Spiel gewinnen. Und er hat sich halt tierisch darüber aufgeregt, dass man aus den vielen guten Konterschancen nur ein Tor erzielen konnte und meinte dann, Tore sind halt wichtig für seine Jungs, die sind dafür da, dass man nach dem Spiel viel mehr Freude hat. Ja, man hat recht, klar. Und so muss er sich halt immer damit rumärgern, dass irgendwelche gegnerischen Trainer sagen, ja, das ist die Mannschaft, die die wenigsten Chancen zulässt, die meisten Konterschancen kreiert und er sagt halt, ja, was bringt mir das? Ich stehe trotzdem nur auf Platz 13, 14 oder wo auch immer die jetzt gerade rumdümpeln. Also, ich verstehe den Frust von Just Luokai, denn man hat in diesem Spiel sehr gut sehen können, dass St. Pauli mit einfachen Mitteln doch sehr okay in Fußball spielen kann. Also, da gibt es einige Mannschaften, die sich da mit Sicherheit schwer tun gegen St. Pauli und umso verwunderlicher ist es ja, dass sie so weit unten stehen. Ja, total. Also, wahrscheinlich, weil sie zu wenig Tore schießen. Genau. Und zu einfach dann wiederum Tore fangen. Also, das, oder zulassen, Chancen zulassen. Ja, es sind nicht so viele, aber, ja, dieses 1-1, was da gefallen ist, das war halt auch relativ dämlich, sag ich mal, wenn du da neun Minuten vor Schluss dir einen Konter fängst. Ja, genau. Ich verstehe Just Luokai in solchen Momenten, dass ihm da der Kragen platzt, das muss St. Pauli ein bisschen besser machen. Aber lass uns erst mal vorne anfangen und es war ja so, dass nach dem Heidenheim-Spiel eigentlich kein Grund zum Wechsel bestand, aber der Herr Materazzo dachte sich, tja, da verändere ich mal den VfB auf vier Positionen. Aber es gibt eigentlich für fast jede Position eine nachvollziehbare Erklärung. Die eine haben wir ja gerade eben schon durchgekaut, dass Massimo gegen Penny vielleicht die etwas sinnigere Option ist, weil er eben schnell ist und Penny einfach so ein bisschen Probleme hat mit Gegenspielern, die besonders schnell sind und auch technisch stark sind. Also kann man das so ein Stück weit nachvollziehen. Die Davi war angeschlagen, hatte die Schmerzen in der linken Schulter und wenn ich das richtig verstanden habe, immer noch so ein paar Nachwehen von seiner langen Verletzungspause in der Hinserie. Also auch da kann man nachvollziehen, dass er sagt, okay, die Davi setzt sich auf die Bank und ich gebe Klement eine Chance. Also finde ich jetzt auch nicht so abwegig. Für Gonzalez haben wir auch eine Erklärung bekommen, der war nämlich einfach mal zwei Minuten glaube ich zu spät bei der Mannschaftsbesprechung. Ich glaube, das muss man jetzt auch nicht größer machen, als es ist, oder? Nee, aber ich denke halt, wenn du viel Geld dafür bekommst, dass du deinen Job machst, dann könntest du es auch schaffen, pünktlich zu sein. Wenn du es nicht schaffst, dann kriegst du halt eine Sanktion und dann ist es auch gut. Genau, finde ich auch, kann man so stehen lassen. Und der letzte Wechsel war dann, hilf mir mal kurz auf die Sprünge, weißt du es? Gomes natürlich für Al-Ghadoui, ja auch das ist natürlich nachvollziehbar gewesen, weil Al-Ghadoui im ersten Spiel zwar gearbeitet hat, so möchte ich es mal ausdrücken, aber sehr torungefährlich war und da verstehe ich natürlich, dass man Gomes dann reinwirft, wenn beide ungefähr gleich gut sind und der eine trifft und macht auch sonst oder liefert gute sechs Minuten ab, dann kann ich schon nachvollziehen, dass der Coach sagt, komm, dann kriegst du beim nächsten Spiel die Möglichkeit dein Können unter Beweis zu stellen. So, damit ging es mehr oder weniger dann in die Partie und da muss man sagen, da gibt es jetzt ein paar Sachen, die wir heute besprechen müssen, denn es ging schon mal los mit einer Situation, da bin ich auf deine Einschätzung gespannt. Nach zwei Minuten hätte der VfB, und ich gebe meine Einschätzung hier schon mal bekannt, aus meiner Sicht elf Meter bekommen müssen, denn Matthew Penny, der Linksverteidiger, den wir ja schon ein paar Mal angesprochen haben, zeigt sofort seine Probleme, die er mit Roberto Massimo hat, nämlich Massimo dringt von rechts in den Strafraum ein, setzt dann zum Schuss an und wird von Penny an der Sohle getroffen, für Brüch und Ham Osmos, der als VAR agierte, war das kein strafwürdiges Foul, jetzt bin ich mal gespannt, wie du das siehst. Schiebung! Nee, aber es ist jedenfalls nicht so klar, kein Elfmeter, als dass man nicht irgendwie ausführlich darüber diskutieren müsste und das finde ich auch schon wieder komisch, dass irgendwie sowohl Schiedsrichter als auch Videoschiedsrichter da irgendwie so gar kein Problem denn sehen, also ich bin der Meinung, du kannst da sehr wohl Elfmeter pfeifen. Ja, also sehe ich auch so. Und dann, mein Freund. Dann geht das Spiel natürlich ganz anders aus. Dann geht das Spiel natürlich in einem ganz anderen Lauf, klar. Nein, also ich sehe es genauso wie du, also für mich ist das halt einfach ein Elfmeter und ich sage mal so, wenn jetzt der Herr Brüch da in dem Moment kein strafwürdiges Foul erkennt, kann ich es nachvollziehen, aber spätestens bei der Wiederholung in Köln sollte es auffallen, sein, dass Massimo hier klar an der Sohle getroffen wird. Und es ist ja nicht so, dass Massimo irgendwie die Sohle drauf hält oder so, sondern der Spieler, der Penny versucht irgendwie den Ball wegzuschlagen, trifft den nicht und trifft stattdessen Massimo eben an der Sohle und dann ist das für mich halt ein Foul und dann muss es eigentlich Elfmeter geben. Also so. Ja, das war schon so ein bisschen hour reloaded. Ja, genau. Als González, denke ich, so abgeräumt wird. Ja, genau. Also das ist für mich ein Problem gewesen und ich spule jetzt nochmal eine Minute vor, da gab es noch eine Situation von einem Spieler, auf den schieße ich mich jetzt hier in diesem Spiel etwas mehr ein, nämlich Borna Sosa. Gott sei Dank hat er nur 45 Minuten gespielt. Ja, da kommt es nämlich zur folgenden Aktion. Der Sosa bekommt einen Ball, stoppt den und will jetzt an ich glaube Sebastian Olsen war es vorbeigehen, das ist der Rechtsverteidiger. Und dann führt er die Aktion nicht so richtig konzentriert aus, sondern so ein bisschen schlampig und lässt den Ball einfach liegen. Das ist so ein typischer Sosa, davon habe ich auch vorhin schon gesprochen. Das betrifft noch nicht mal nur Sosa, sondern viele Spieler des VfB. Diese Aktionen nie konzentriert zu Ende führen, sondern immer irgendwie so halb schludrig und dann aber auch mit sich selber total unzufrieden, dass es jetzt nicht geklappt hat und nicht bereit, dann hinterher zu hechten, möchte ich fast schon sagen und irgendwie noch den Ball zu erreichen. Nee, dann ist man immer so ein bisschen angepisst mit der Platze-Scheiße und ich habe das schon nach dem Hannover-Spiel gesagt, diese Ausreden, das sind für mich halt einfach Ausreden, mit der Platze-Scheiße kann ich, das ertrage ich nicht. Und wenn die auf Beton spielen müssen, ist mir das scheißegal. Du bist trotzdem die bessere Mannschaft, bist besser aufgestellt und kannst genauso alles, wie man so flotselmäßig sagt, reinwerfen, wie der Gegner halt. Das ist ja das, was ich einfach nur fordere, dass man das Mindeste an Leistung und Einsatz auf den Platz bringt und eben nachdem ich einen Ball verloren habe, warum auch immer, technischer Fehler, Gegner war besser, wie auch immer, dass ich meine Beine in die Hand nehme und hinterher wetze. Und dann halt einfach versuche wenigstens noch Präsenz zu zeigen dem Gegner gegenüber. Aber der Sosa, der wird halt bei mir noch ein paar Mal erwähnt, kann ich dir schon sagen. Gut, Elfmeter, hätte es geben müssen. Sollen wir uns noch ganz kurz hier an Herrn Brüch abarbeiten oder nicht? Aus meiner Sicht, wir können ja gleich weitergehen zur nächsten Situation, wahrscheinlich mit die spielentscheidende Situation, als Mark-Oliver Kempf verletzt raus muss, gab es das Foul zuvor von Miyagi, Rio Miyagi, den wir hier noch als einen der Spieler vorgestellt haben, auf die man achten muss. Hat er, denke ich mal, dann auch unter Beweis gestellt, warum? Ja, nicht unbedingt positiv, aber ja, es war ja keine Absicht. Ja, aber... Es war keine Absicht. Es war definitiv keine Absicht. Okay, aber es ist nicht so, dass in solchen Situationen dann auch die Folgen eines Fouls berücksichtigt werden müssten? Natürlich, gar keine Frage. Also ich finde immer, du kannst nicht irgendwie die Schwere der Verletzung als zur Grundlage machen, wie du einen Spieler bestrafst. Aber es war sicherlich ein Foul mit ganz schwerwiegenden Folgen. Aber es war natürlich von ihm keine Absicht. Er ist jetzt nicht mehr im Ellenbogen voraus in den Zweikampf gegangen, sondern irgendwie mit der Schulter unglücklich. Also es ist für mich ein Foul, es ist für mich eine klare gelbe Karte, aber das war es dann halt auch. Für den Brüch nicht. Nein, für den Brüch natürlich nicht. War schon die zweite Fehlentscheidung nach vier Minuten. Ja, das muss ich nur mal schaffen. Also wie gesagt, ich fand den Tweet ganz, ganz cool, ob er sich den FIFA-Patch irgendwie selber genäht hat. Also normalerweise, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich den Brüch nicht so schlecht. Also das ist ja sowieso so ein merkwürdiges Verhalten der VfB-Timeline, das Gefühl, jeder Schiedsrichter immer gegen den VfB zu pfeifen scheint. Das kann ich nicht so richtig nachvollziehen, aber in dem Fall muss ich sagen, wenn nach vier Minuten zwei so Situationen vorfallen, der Kapitän ausgewechselt werden muss, ein Elfmeter nicht gegeben wird, dann schwillt mir auch schon der Kamm. Also da fehlt mir dann jegliches Verständnis. Es gab in der zehnten Minute nochmal eine Situation, da bekam der VfB kein Elfer nach einem Foul von Östigard gegen Gommes. Das war aber richtig entschieden, denn zum einen stand Gommes im Abseits und zum anderen wurde Mangala an die Hand geschossen, wobei, weiß ich gar nicht, ob man das jetzt so heranführen kann, als richtiges Handspiel, weil, wo soll er denn hin? Er steht zwei Meter vor dem Gegenspieler und der kriegt den Ball dann irgendwie vor den Beinen, will ihn wegschießen und schießt halt eben Mangala an die Hand. Und außerdem könnte man vielleicht noch darüber diskutieren, ob Östigard wirklich Gommes getroffen hat. Da gab es jetzt keine Zeitlupe, die das so aufgelöst hat, dass man das zweifelsfrei belegen hätte können. Also von daher möchte ich das mal jetzt hier dem Herrn Brüch durchgehen lassen. Wie gesagt, dadurch, dass es eine Abseitsstellung war von Gommes, ist es auch völlig okay. Und dann gab es noch eine Situation und damit möchte ich das Brüch-Bashing hiermit abschließen. Das Buch-Brüch. Ja, genau. In der 29. Minute, da gab es kein Gelb nach einem taktischen Foul von Sopota gegen Massimo. Das ist auch was, was mir in der zweiten Liga schon mehrfach aufgefallen ist, vielleicht jetzt nur bei uns, ich weiß es nicht, aber früher war es halt mal so, taktisches Foul gibt Gelb. Das ist nicht immer so. Also ich verstehe da nicht so ganz die Linie, die da gefahren wird. Und in dem Fall war es halt dann auch so eine Situation, wo ich dachte, ja, klares taktisches Foul von Sopota gegen Massimo, kein Gelb. Ja, also ich dachte auch, er hat die Karten vergessen, wie man so schön sagt. In der 39. Hat dann Flum eine bekommen. Ich glaube, es war auch ein taktisches Foul, ich weiß es gar nicht mehr genau. Aber das kam dann schon ein bisschen überraschen, dass er doch gelbe Karten dabei hat. Und dann ganz gegen Ende nochmal Mangala hat eine bekommen. Aber ja, das war am Anfang vielleicht, ich kann es irgendwie auch immer schlecht einschätzen, wie so ein Schiedsrichter so ein Spiel angeht. Und vielleicht wollte er es irgendwie so ein bisschen eher lockerer laufen lassen und hat dann am Anfang den Faden verloren. Ja, weil klar, das Ding gegen Kempf war eine klare gelbe Karte. Also da müssen wir ja gar nicht drüber reden. Ja, ganz kurz vielleicht noch zu Kempf. Die meisten werden es gelesen haben, mitbekommen haben. Also zwei Brüche am Kiefer, darunter ein Trümmerbruch. Deswegen wurde heute auch vier Stunden operiert in Stuttgart. Dazu wurde noch ein Zahn entwurzelt. Also da ist gefühlt alles im Arsch. Da ist es wahrscheinlich jetzt erstmal eine Zeit lang aus dem Strohhalm essen, wenn man das so sagen kann. Oder mit dem Strohhalm essen. Ja, und das Schlimme ist eigentlich die Ausfallzeit. Also da können wir schon mit acht Wochen rechnen. Und wenn es wirklich ganz blöd läuft, es kämpft dann erst wieder im April gegen den HSV zurück. Und fehlt damit wirklich eine lange Zeit. Es ist sehr unglücklich jetzt, muss man ganz ehrlich sagen, dass ausgerechnet der Innenverteidiger ausfällt, der einen linken Fuß hat. Und dann natürlich auch noch der Kapitän ist und so. Also Mensch, gut ist es nicht. Ja, und weil jetzt halt nach Holger Badstuber und Massi Kaminski der dritte Innenverteidiger ist, der langfristig ausfällt. Und ja, man kann ja so ein bisschen als Gradmesser vielleicht nehmen Christian Gentner, weil ich glaube, der war nach seinem Gesichtstotalschaden nach dem Spiel gegen Wolfsburg, glaube ich, für genau acht Wochen weg. Und dann hat er echt schon wieder gespielt mit Maske. Der hat ja, glaube ich, auch Nasenbeinbruch und Augenhöhlenbodenbruch und so weiter. Aber ich glaube auch, dass irgendwie Kieferbruch vermutlich irgendwie das diffizilste ist, weil das ja alles in Bewegung ist und dann wieder passen muss. Und da lässt man ihm dann sicherlich auch gerne lieber mehr Zeit als zu wenig. Also ich denke auch da vor April oder so wird das schwierig werden mit Marc-Oliver-Kempf. Also ich weiß ja nicht, ob du es wusstest, aber ich bin ja kein Arzt. Aber trotzdem gibt es so eine gewisse mir bekannte Brüche-Ausfallzeit-Statistik. Da ist es so. Aber nicht Dr. Dr. Brüche-Ausfallzeit. Nee, das nicht. Das Ding ist, also grundsätzlich kannst du wirklich bei jedem Bruch so sechs Wochen rechnen. Aber natürlich bei so einem Trümmerbruch wird es dann etwas interessanter, weil dann ist natürlich wahrscheinlich auch die Gefahr größer, würde ich jetzt mal sagen, dass da nochmal was schief geht, wenn du zu früh irgendwie ansetzt. Wollen wir jetzt irgendein Mistreden? Ist egal. Aber ich glaube, dass es bei Christian Gentner deswegen relativ schnell wieder zu einem Einsatz kam, weil bei ihm halt einfach keinen Trümmerbruch vorlag, sondern alles einfach nur, ich sag mal, normal gebrochen ist. Glatte Brüche, ja. Ja, genau. Und ich könnte mir vorstellen, dass jetzt hier bei Marc-Oliver-Kempf durch diesen Trümmerbruch dann doch vielleicht eben diese acht Wochen erreicht werden und ja, also der fällt jetzt erstmal eine Weile aus. Darauf können wir uns einigen, denke ich mal. Leider Gottes. Der Arme, irgendwie was für eine Woche, dann feiert er Geburtstag, dann Restrundenauftakt, er schießt das 1 zu 0, irgendwie bist du halt irgendwie so, ja, auf dem Gipfel deines Schaffens und dann spielst du in Hamburg gegen St. Pauli und nach sieben Minuten springt dir halt irgendjemand im Zweikampf mit der Schulter in die Fresse und dann hast du irgendwie alles gebrochen. Total übel, ne? Ja, Gott sei Dank hat er sich vorher. Aber da weiß man auch, wofür die Fußballprofis dann ihr Geld bekommen. Also wenn man drüber stimmt, wie viel Kohle die verdienen, also das gehört auch mit dazu einfach, ne? Ja, und er hat ja davor eine ordentliche Portion Kuchen bekommen zum Geburtstag, also ist das vielleicht jetzt gar nicht so schlecht, dass er erstmal nur Suppen schlürfen muss. Nein, Spaß beiseite, also wir wünschen natürlich... Ne, also gute Besserung auch von uns für den Capitano und ja, der wird uns fehlen, also nicht nur, weil so viele andere Innenverteidiger fehlen, aber jetzt auch in seiner neuen Rolle als Linksverteidiger, da geht der VfB echt schon sperr ab. Da sprichst du was anderes, da muss ich kurz abschweiben. Das finde ich in den letzten Tagen sehr verwunderlich, wie da die Fachpresse darüber berichtet, was der VfB da hinten so macht. Also er wird plötzlich von Atakan Karaso als Libro gesprochen, Atakan der Libro. Ja, aber erklär mir jetzt mal ganz kurz, es war doch eigentlich so, dass der Libro eher hinter praktisch den beiden Innenverteidigern gespielt hat früher, oder? Also ich bin so alt, als ich noch in der Jugend auf Ascheplätzen, auf Schlackeplätzen gespielt habe, da gab es ein Libro, einen Vorstopper und zwei Außenverteidiger. Also für mich wird das momentan so ein bisschen falsch erklärt, was da beim VfB passiert hinten. Also auch, dass das Kämpf den Linksverteidiger gibt, das sehe ich überhaupt nicht. Das ist einfach ein linker Innenverteidiger in der Dreierkette, das ist was ganz anderes als ein Linksverteidiger. Ja, aber... Ja, es ist was anderes. Er spielt ja keinen Linksverteidiger im Sinne eines Links... Guck mal, Borna Sosa als ein Linksverteidiger in dem System von Walter. Das ist halt... Der Tönsloh, der steht. Ja, aber das wird für mich so dargestellt, als ob der Tier kämpft, weil es ja auch dann schon wieder so ausgedrückt wurde, kämpft muss jetzt die Position übernehmen, die er eigentlich gar nicht mag als Außenverteidiger. Das stimmt ja nicht, er spielt ja keinen Außenverteidiger, er spielt halt Innenverteidiger Links. Genau, das sehe ich nicht so, aber jetzt im System. Walter war ja Borna Sosa auf der linken Seite der VfB-Spieler, der am nächsten zur eigenen Grundlinie war. Ja. Und jetzt ist es Marc-Oliver Kempf. Jetzt ist es halt nach seiner Verletzung ist es Pascal Stenzel und Borna Sosa spielt eine Position vor ihm. Also insofern haben sich die Rollen ja schon so ein bisschen geändert. Ja, ja, ich weiß, was du meinst, aber er ist ja trotzdem, wenn der Gegner auf uns zukommt, ist er kein Linksverteidiger im Sinne eines Linksverteidigers. Darum geht es mir ja letzten Endes, dass wir in der Vorwärtsbewegung das dann hinten so haben, wie du es gerade beschrieben hast, mag ja sein, das war aber auch unter Walter so. Ich finde es halt immer ein bisschen irreführend, wenn man dann davon spricht, dass er jetzt als Linksverteidiger aufläuft. Also für mich ist es weiterhin Innenverteidiger, wie gesagt, aufgrund dessen, dass er einen linken Fuß hat, macht es natürlich Sinn, ihn als linken Innenverteidiger einzusetzen und Atakan Karaso ist für mich halt auch kein Libro, also ich verstehe gar nicht, warum er da ist. Aber natürlich haben wir mit Karaso und Phillips jetzt zwei Innenverteidiger, während natürlich dann die anderen eher Außen-Innen-Verteidiger sind. Genau, jetzt wird es ein bisschen kompliziert, selbst für mich. Ich muss kurz nachdenken, Außen-Innen-Verteidiger, okay, aber jetzt habe ich es geschnallt. Okay, also bleiben wir beim Spiel gegen St. Pauli und erkennen mit Schrecken, dass der VfB eigentlich wirklich kaum eine Chance hat, in der ersten Halbzeit. Ganz im Gegenteil, das ist dann der, ich möchte es nochmal sagen, von uns, ja, mit Lobeshymnen besungene Ryo Miyagi, der in der 33. Minute gleich eine Riesenmöglichkeit bekommen hat. Da war genau die Situation, die ich vorhin schon ein bisschen thematisiert habe, die Förster zu verursachen, verursacht hat und zwar, weit in der gegnerischen Hälfte verliert Förster einen Zweikampf gegen Subota. Ich weiß nicht, ob du dir das gerade nochmal vor dem geistigen Auge hervorrufen kannst und statt dann dran zu bleiben, orientiert er sich so Richtung Mittelkreis, dreht so ein bisschen ab und genau das gibt Subota die Zeit und eben den Raum, den er braucht, um so einen langen Ball auf Henk Fährmann zu schlagen. Also er hat einfach die Zeit, die er vielleicht nicht gehabt hätte, wenn Förster trotz dessen, dass er diesen Zweikampf verliert, weiter dran bleibt. Ja, also da macht Förster für mich den entscheidenden Fehler und ja, Endo steht da nicht nah genug bei Fährmann dran, wird natürlich auch von der Situation überrascht, muss man ehrlicherweise sagen und du spielst ja gegen Henk Fährmann, der irgendwie zwei Meter groß ist und Endo ist glaube ich 1,80 oder 1,78 oder so. Also da gibt es schon einen kleinen Größenvorteil und so kann Fährmann dann den Ball weiter auf Miyajachi verlängern und da sieht man dann auch wieder das Problem in der Stuttgarter Innenverteidigung, Stenzel ist nicht richtig positioniert, Karaso auch nicht, dann auch bei dem Klärungsversuch stellt er sich nicht so gut an, muss man ganz ehrlicherweise sagen und dann können wir halt froh sein, dass Rio Miyajachi nicht der Goalgetter vor dem Herren ist und diese richtig, richtig schlecht. Also diese Riesenschance so zu vergeben. Ich meine, er setzt ja nicht knapp neben das Tor oder Kobel muss irgendwie retten her, er spielt sie ihm halt einfach komplett in die Arme, das ist halt richtig, richtig schlecht einfach. Ja, da haben wir Glück gehabt. Das habe ich auch über St. Pauli gedacht, also außer Henk Fährmann ist da ja auch niemand, der richtig torgefährlich ist und wir können dankbar sein, dass es so ist, weil sonst hätten wir das Ding, hätten wir keinen Punkt geholt bei St. Pauli. Da gebe ich dir recht, Miyajachi bringt halt genau diese Komponente mit rein, die ich immer vom VfB fordere, diese schnelle, mutige, das bringt er halt über seine rechte Seite mit rein. Also deswegen hat er halt... Er war halt präsent, also nicht nur wegen des Fouls, wie gesagt, ich glaube nicht, dass es Absicht war, aber er geht da halt 100% rein und ja, trifft er mit der Schulter dann im Kämpf, aber er war ja total präsent, aber er war halt selten effizient. Ja. Und in der einen Situation, wo er dann das Tor wirklich machen muss, 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 versagte halt komplett, weil er halt null Torgefahr ausstrahlt und ich bin nicht undankbar drüber. Ich auch nicht. Es gab dann in der 41. Minute die erste Chance, wir haben sie vorhin schon kurz angeteasert, von Klement, als es wieder eine tolle Sosa-Flanke gab. Ja, war einfach wieder gut gemacht von Borna Sosa, die Kanne halt, haben wir jetzt vorhin schon ein paar Mal thematisiert und dann war es halt eben Klement, der, ja, relativ frei eigentlich zum Kopfball kam und dann können sich diesen Paulianer bei ihrem Torwart Robin Himmelmann bedanken, dass der das Ding noch an die Latte lenkt. Ich glaube, Gomez hat aus seiner Position einfach nicht mehr machen können, das ging ja zu schnell. Ja, aber ich habe es mir irgendwie zig Mal angeguckt und ein paar Mal dachte irgendwie, boah, den Abstauber, den muss er reinmachen. Dann habe ich wieder gedacht, den kann er gar nicht reinmachen, aber ich bin da zu keinem Schluss gekommen, weil die Perspektiven waren irgendwie so komisch. Also manchmal sah es irgendwie total easy aus und manchmal unmöglich. Also weiß ich nicht, ob der wirklich so schwierig war, den Abstauber zu versenken. Also mir kam es so vor, dass es in dem Moment enorm schnell war. Also er hätte eigentlich, wenn dann überhaupt mit links irgendwie in den Ball kommen müssen. Ja, vielleicht, ja. Also auf jeden Fall kein Vorwurf verdienen. Also Clement hätte ich dieses Tor einfach gegönnt. Das hätte er, glaube ich, jetzt auch mal gebraucht. Aber es wäre aus meiner Sicht nicht so verdient gewesen. Möchte ich mal von dir wissen, als du die erste Halbzeit dir angeschaut hast, was da deine Meinung zu war? Also warst du enttäuscht oder hast du irgendwie gedacht, das ist halt der VfB, den wir jetzt auswärts schon ein paar Mal gesehen haben. Wie hast du das eingeschätzt? So ohne eigentlich große Chance bis auf das Clement-Ding. Ja, du bist irgendwo, ich war irgendwie so in meinen Erwartungen ein bisschen bestätigt, weil das Spiel wird angepfiffen. Samstag 13 Uhr, das Wetter ist scheiße, der Platz ist ein Acker und du weißt genau, ey, das wird super schwierig. Also ich weiß nicht, woran es liegt, ist dann die fehlende Einstellung. Glaubt dann das Team von Stuttgart, dass er auch bei den Verhältnissen der Gegner irgendwie sich mit Kurzpassspiel zurechtlegen können, aber ich sah mich dann nach 45 Minuten in meinen Erwartungen ziemlich exakt bestätigt. Das Ding ist, ich habe mir dann die Mühe gemacht und habe mal alle statistischen Daten, die ich finden kann, verglichen mit den Statistischen, also über das Spiel gegen St. Pauli, mit denen verglichen, die ich vom Spiel gegen Heidenheim gefunden habe. Und da unterscheidet sich der VfB eigentlich nahezu überhaupt nicht. Also fast alle statistischen Daten sind bis auf wenige Unterschiede gleich. Und das gilt übrigens auch für den Gegner. Also die haben auch nicht irgendwie groß was anderes gemacht als Heidenheim oder waren in irgendwelchen Dingen erfolgreicher. Das Einzige, was sich massiv unterschieden hat, waren die langen Bälle. Also da hat St. Pauli einfach das aus meiner Sicht einfachere Mittel gewählt, hat viel häufiger den langen Ball gespielt und kam damit zum Erfolg. Du hast natürlich da drinnen, du hast ihn ja vorhin schon genannt, Henk Fehrmann, der einfach hervorragend als Wandspieler fungieren kann vorne drin. Dann hast du auf der anderen Seite noch Miyagi, der das Tempo mit reinbringt in die Aktionen. Und so konnte man eigentlich mit wirklich ganz simplen Mitteln den VfB immer wieder vor Probleme stellen. Und ja, hat auch gleichzeitig es geschafft, dass der VfB nicht mehr ganz so mutig nach vorne agiert hat, wie vielleicht gegen Heidenheim. Also bei den ersten Minuten, erinnere dich, die waren ja eigentlich schon noch mutig und der VfB wollte. Also dass diese Elfmetersituation relativ früh entstanden ist, war ja kein Zufall. Aber irgendwann gab es dann so einen kleinen Knick, hat mit Sicherheit auch was mit Kämpf zu tun gehabt, als der raus musste. Und dann wurde die Statik nochmal verändert, da kommt jemand Neues rein, der diese Position so noch nicht gespielt hat in einem Pflichtspiel. Also klar, das kommt alles so ein Stück weit mit dazu. Aber es kann ja nicht sein, dass du einfach nur ab dem Moment, wo der Gegner lange Bälle spielt, deine Idee nach vorne hin komplett, ja, dass du deine Stärke auch komplett beraubt wirst. Also das geht mir dann zu leicht, möchte ich fast schon sagen. Mir fehlt da irgendwo der Ansatz, weißt du, deswegen mache ich jetzt hier gerade so ein bisschen rum, weil ich suche für mich selber nach einer Lösung, wie man dieses Problem beheben könnte. Und mir fällt dann immer wieder nur ein, du brauchst mehr Tempo in den Aktionen, dann bin ich immer wieder bei diesen Punkten mit Passspiel, Beiverarbeitung, Entscheidungsfindung. Diese drei Dinge, die irgendwie nicht so richtig passen, bei keinem Spieler. Also bei dem einen klappt es mal in einer Aktion, dann klappt es aber wieder bei vier nicht und also irgendwo ist immer irgendwie der Wurm drin im entscheidenden Moment. Ja, ich glaube, du brauchst halt mehr Tempo, du brauchst mehr Kreativität, du brauchst vielleicht mehr Mut und ja, also es ist schwierig, aber wir drehen uns ja im Kreis, immer geht es darum, der Gegner steht hinten drin und wir sollen mal gegen den ein Tor schießen. Aber jetzt guck dir an, Arminia Bielefeld hat siebenmal auswärts gewonnen und der VfB hat zweimal auswärts gewonnen und gegen Bielefeld stellen sich die Mannschaften hinten rein und Bielefeld ist jetzt ja auch nicht die Ausgeburt der Kreativität, aber die schaffen es halt auswärts zu gewinnen und ich bin der Meinung, wenn du nach, wie viele haben wir jetzt, 17, 18, 19 Spieltagen, Achter in der Auswärtstabelle bist, dann wird es halt echt schwierig aufzusteigen und du musst da halt irgendwie eine Lösung finden, um auswärts Tore zu schießen und zu punkten und das können für mich aus lange Bälle sein oder Flanken oder Kurzpaßspiel oder Distanzschüsse, aber du musst irgendeinen Weg finden. Ja und genau daran scheitere ich selber, wenn ich mir so überlege, wie würde ich jetzt, wenn ich Trainer wäre, ja bei FIFA oder von mir aus bei Fußballmanager, was würde ich jetzt umstellen oder was würde ich jetzt meiner Mannschaft mit auf den Weg geben wollen, damit das eben gegen tiefstehende Gegner besser funktioniert. Also das, was ich mich halt die ganze Saison schon frage, ist, warum versuchen wir es nicht mit scharfen Flanken direkt vor das Tor? Da kann man jetzt sagen, na gut, wir haben nicht die Spieler, die diese Flanken schlagen können. Sosa kann zwar gute Flanken schlagen, aber der schlägt keine scharfen Flanken so direkt vor das Tor. also, weißt du, mit viel Schnitt, das macht er halt einfach irgendwie nicht. Dann muss man vielleicht auch die Frage stellen, haben wir überhaupt einen Stürmer, der die vorne verwerten kann? Gommes kann das vielleicht, aber wann hat Gommes das letzte Mal so ein geiles Kopfballtor erzielt? Ich weiß es jetzt wirklich nicht. Kann sein, dass es sogar die Saison mal war, aber mir fällt jetzt halt nichts ein. Fällt dir auch mal so ein? Aber Mario Gommes... Hat er diese Saison schon Kopfballtor erzielt? Ja, klar. Borna Sosa, Flanke, Gommes Tor, aber ich weiß nicht, gegen wen es war. Stimmt, da gab es noch noch was. Aber jetzt pass auf, Mario Gommes hat im Jahr 2020 genauso viele Zweitligatore geschossen wie im Jahr 2019. Und wir haben Anfang Februar. Verrückt, wo soll das noch hinführen? Ja, Wahnsinn, oder? Also die Möglichkeiten sind unendlich. Ich glaube, das Team hatte die Qualität, das hinzubekommen, sei es über Flanken oder über kurzem Spiel, aber jetzt ein Spiel wie in Hamburg, das ist für mich eine reine Mentalitätsfrage, weil du siehst in der Situation, wo wir dann das 1-1 erzielen, dass das halt dann doch relativ einfach geht. Du hast einen Spieler wie Silas, der vermutlich doppelt so schnell ist wie jeder andere Spieler auf dem Platz und der läuft halt dann links mal irgendwie die Linie runter, spielt dann einen Ball in die Mitte, der total präzise ist, den eigentlich noch González theoretisch auch noch verwandeln kann. Der lässt ihn halt dann durch, weil er auch nicht ganz rankommt und Gommes macht den eiskalt rein und es spricht ja nichts dagegen, dass wir solche Situationen häufiger generieren. Da muss aber erst mal der Gegner die Fehler machen, die St. Pauli in dem Moment 18.75. Was ist dann passiert? Also ich weiß nicht, was du hinaus willst. Unser Tor. 81. Also St. Pauli führt 1-0 und lässt sich eine 81-Minute auskontern. Das ist halt die Qualität von Zweitligamannschaften. Okay, wir gehen ganz kurz noch auf das 1-0 ein, denn auch da spielt der Herr Förster eine gewisse Rolle. Da habe ich mir etwas mehr Zeit genommen, um das Ganze zu analysieren, denn das war es mir dann doch schon wert. Es ging nämlich damit los, dass St. Pauli in aller Ruhe auf der rechten Seite des VfB praktisch auf der rechten Seite den Ball zirkulieren lassen konnte und wir hatten da auf der rechten Seite dann einen Clement, einen Endo und einen Massimo und alle drei schauen zu, wie sich Rico Benatelli, der ein gutes Spiel gemacht hat, Viktor Giorgeres und Matthew Penny einfach die Kugel so hin und her spielen. Also das interessiert eigentlich keinen dieser drei. Also man guckt halt so zu und irgendwann flankt Penny und dann kommt der erste Fehler aus meiner Sicht, nämlich Carasor, der diese Flanke relativ hektisch klärt. Da hat er ein bisschen mehr Zeit gehabt, hätte er mit ein bisschen mehr Ruhe vielleicht von mir aus dann einfach einen Befreiungsschlag hinlegen können. So gab es die Situation, dass er irgendwie versucht mit dem Kopf hinzugehen und dann so halb im Fallen, schon am Boden liegen, trifft er den Ball noch mit dem Kopf und der Ball, dieser ungenaue Ball, landet dann bei Subota. Der spielt dann per Kopfweite auf Fährmann und auch hier wieder technische Ungenauigkeiten bei Fährmann. Der kann den Ball nicht genau verarbeiten und eigentlich denkst du, die Situation ist geklärt, denn der Ball landet bei Mangala. Aber da ist doch die Situation, der Angriff eigentlich beendet, oder? Eigentlich muss der, das ist das, was mich jetzt schon wieder, ich muss mich schon wieder beherrschen. Wie kannst du denn eine Flanke, die vor dir praktisch aufkommt, aufditscht, sag ich jetzt mal, auf dem Boden, wie kannst du denn da versuchen, den mit dem Kopf irgendwie rauszuspielen? Im schlimmsten Fall bleibt er mit dem Knie hängen bei der Aktion und reißt sich noch das Kreuzband, der Karasor. Also das ist so eine Situation, da denke ich mir, geh doch einfach hin zu dem Ball, stopp den und schlag ihn nach vorne oder nach rechts oder nach links oder weißt du, guck, nein, er geht da hin, wie gesagt, total hektisch und versucht ihn mit dem Kopf zu knarren. Da muss dann vielleicht auch irgendwie der Torwart, ein anderer Innenverteidiger, Kollege oder sowas rufen. Ich weiß es nicht, ich verstehe halt nicht, warum der da immer so hektisch ist. Er ist es doch sonst nicht. Es gibt immer so ein paar Situationen, wo Karasor gefühlt in einem anderen Körper steckt auf einmal. Also dann kann er sich nicht mehr ordentlich bewegen und wird ganz nervös und so. Das kann ich mir überhaupt nicht mehr erklären. Da denke ich immer so, der Awuja ist gerade in den eingefahren. Sorry. Lieber Bobo. Gut, jetzt kommen wir genau zu dem Punkt, den du gerade angebracht hast. Eigentlich ist die Situation geklärt, als Henk Fährmann zu blöd ist, den Ball richtig zu verarbeiten und Mangala, immerhin U21-Nationalspieler, Belgians, großes Talent, ich glaube für 15 Millionen wird auf der ganzen Welt gehandelt, der kriegt es dann nicht hin, die Passgeschwindigkeit so anzupassen, dass dieser Ball den 10 Meter entfernten Philipp Förster erreicht. Genau, also für mich ist die Situation als Angriff für St. Pauli beendet, als Mangala den Ball hat, weil er ist der Ball zum ersten Mal in der ganzen Szene unter Kontrolle und Mangala kann sich theoretisch überlegen, ich schicke mal vorne den Gommes und spiele halt irgendwie so einen 50 Meter Pass. Macht er nicht, ist auch nicht verwerflich, sondern er spielt dann halt auf Philipp Förster, vielleicht dann ein bisschen schlecht temperiert. Auf 10 Meter! Nee, 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 jetzt mal echt, Sebastian, da müssen wir uns doch... Wenn der Pass ist, Kacke und Förster ist auch nicht gut, also gar keine Frage. Aber das geht doch nicht mehr, dass wir jetzt wirklich noch nach dem nächsten Trainingslager uns darüber aufregen müssen, dass die Spieler es nicht schaffen. Es geht ja nicht mal darum, dass der Ball nicht genau in die Richtung kommt von Förster. Es geht wirklich darum, dass er den Ball wirklich so spielt wie ein Siebenjähriger, weil die können es auch nicht abschätzen, wie stark muss ich auf den Ball hauen, damit er genau bei meinem Mitspieler ankommt. Sondern die haben einfach kein Gefühl dafür und das erwarte ich einfach von so einem Mangala. Und dann lasse ich diese Ausrede mit dem Platz nicht gelten. Und dann kommen wir zum nächsten Punkt. Was macht der Förster? Der Förster sieht... Der wartet, der wartet. Mensch, wann kommt denn der Ball endlich? Ja, wann kommt denn der Ball, ne? Ja, so. Und hinten denkt sich dann der Flumio. Ist ja nicht schlecht, dass hier alle nicht mehr so richtig mitmachen. Und er läuft sich den Ball und dann kommt das Nächste. Da könnte man ja immer noch hinterherrennen, weil der Förster ja vielleicht jetzt erkennt, ja, okay, habe ich ein bisschen verkackt in dem Moment. Ich hätte mich vielleicht zum Ball hinbewegen müssen. Jetzt renne ich mal hinterher. Nö, da bleibt er widerstehend und guckt sich das an, wie der Flum das macht, wie der mit dem Ball läuft. Und der Flum hat die Zeit und kann dann Miyagi dem Ball zuspielen. Und da hast du auch wieder das Ding, danach sagt jeder, ja, schau dir an, wie der Stenzel da ausgetanzt wird von Miyagi. Ja, aber da kommt der Miyagi, der ist irgendwie so schnell wie Usain Bolt vermutlich und der kommt auf den Stenzel zu und da legt ihn sich vorbei. Also, nee, also, wenn ich in der, also, das ist eine Fehlerkette, aber Pascal Stenzel, nee, also, der hat dann vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, fünf Prozent Schuld in dieser Kette. Die Fehler passieren woanders. Der Stenzel muss sich ja auf drei Situationen einstellen eigentlich. Der muss den Flum im Auge haben, der muss, dann hat Miyagi den Ball, dann weiß er nicht, legt er nicht an mir vorbei, so wie er es jetzt gemacht hat, flankt er, spielt er nochmal zurück auf den Flum. Weil die anderen beiden, die pennen sich ja da einen ab. Die nehmen ja nicht mehr am Spiel teil. Das ist doch genau das, was ich auch gegen Heidenheim schon so ansatzweise kritisiert habe. Du musst doch in dem Moment einfach ein wenig hinterher rennen. Du kannst doch nicht da stehen bleiben und unzufrieden sein damit, dass der Platz jetzt scheiße ist. Da kannst du dich danach von mir aus dann drüber aufregen, wenn du 3-0 gewonnen hast, dass der Platz scheiße war. Aber doch nicht in dem Moment. Da kannst du nicht immer so abschalten in diesem Moment. Vor allen Dingen, selbst wenn der Platz halt irgendwie knöcheltiefer Matsch ist, dann musst du als Mangala halt dann nicht irgendwie am eigenen 16. den Ball 10 Meter nach vorne spielen, sondern musst dann halt lang schlagen, dass er halt aus der Gefahrenzone raus ist. Und wenn dann doch irgendwie kurz passt, dann darf es sich nicht beschweren, wenn er gleich zurückkommt. Ja, und dann ist es halt so, Miyagi geht eben an Stenzel vorbei. Okay, hat er geschafft. Macht er gut, ja. Macht er gut, keine Frage. Dann wird Fährmann angespielt. Da steht Endo für mich nicht so gut. Allerdings Phillips und Karasor, ja, die haben halt auch in dem Moment den Fährmann überhaupt nicht auf dem Schirm. Also das ist ja auch eine Situation, die nicht innerhalb von einer Sekunde entsteht, sondern die entwickelt sich ja dahin. Also Flum passt auf Miyagi. Und trotzdem, wenn du dir ein Standbild machst, also wenn du einfach mal kurz auf Pause klickst, siehst du, dass sich Phillips und Karasor eigentlich überhaupt nicht an irgendeinen Gegenspieler orientieren. Das hat mich auch ein bisschen verwundert, weil in dem Moment hast du ja nur einen, und ich glaube, weiter hinten stand noch der, ich weiß nicht, der nochmal, der Georgaris oder wie der heißt, der stand irgendwie noch ein bisschen weiter hinten im Strafraum, aber da war dann auch, weiß ich, Massimo oder wer auch immer da noch rumgeturnt ist. Also das hättest du dann so noch verteidigen können. Aber es hat mir einfach nicht gefallen, wie man sich da verhalten hat und wie einfach man dann wieder ein Tor kassiert. Da bin ich wieder bei dem Punkt, wir kassieren regelmäßig Tore durch individuelle Fehler. Hier waren es halt dann mehrere Fehler, die zum Tor geführt haben, aber es sind immer wirklich fast schon idiotische Fehler, die wir machen. Und die zerstören uns eigentlich wirklich die komplette Auswärtssaison, so muss man es letzten Endes sagen, weil ich weiß nicht, wie viele Gegentore wir jetzt durch individuelle Fehler gefangen haben, aber gefühlt würde ich sagen, 80 Prozent der Gegentore sind wirklich durch eigene Dummheit verschuldet worden und nicht aufgrund Stärken des Gegners. Nee, und klar, und woran liegt es? Weil die VfB-Verteidigung unseren Podcast nicht hört, weil du hast vom Fährmann gewarnt und das ist, glaube ich, echt der Einzige, der Torgefahr ausgestrahlt hat und das Tor macht da echt überragend mit so einem Gerd-Müller-Move dann, den kannst du dann echt wirklich so gut wie gar nicht mehr verteidigen und die Fehler sind vorher passiert. Gott sei Dank habe ich mir für das Aue-Spiel nur Defensivspiele rausgesucht, also da kann nicht so viel schief gehen. Ja gut, ich sage nur Standardsituation. Ja, wir kommen dann später drauf zu sprechen. Kurz danach haben sie übrigens nochmal eine Chance. St. Pauli, die hätten da 2-0 machen müssen, naja, okay, können, sage ich jetzt mal, als Carasor diesen langen Ball von Matthew Penny mit dem Kopf zu Kobel weiterleiten wollte. Kannst du dich daran noch erinnern? Kobel, der so irgendwie 27 Meter vor dem Kasten steht, ich glaube, der wollte auch zum Ball, wo ich mich gefragt habe, wo ist denn hier die Absprache? Da muss doch irgendwie ein Kommando kommen, entweder von Kobel oder von Carasor oder was weiß ich nicht, das ist ja auch wieder so ein Abspracheproblem, was die da hatten und dann können sie halt froh sein, dass Kobel sich da mehr oder weniger unkonventionell noch auf den Ball schmeißt und somit die Situation klären kann. Er macht es richtig, richtig gut. Also, wie gesagt, aus den letzten zwei Spielen, wenn du meinen Mann der letzten zwei Spieler hören willst, ich sage Gregor Kobel, also richtig, richtig gut. Ja, also gegen St. Pauli war auf jeden Fall... Ist so, ist so, ist so. Gegen St. Pauli hat er uns den Punkt gerettet, muss man so sagen, wie es ist. Eben, und er ist gegen St. Hausen, Entschuldigung, St. Hausen gegen Heidenheim, super souverän und gegen St. Pauli eventuell Punktwinner. Ich gucke immer die ganze Zeit schon nach Bochum, wie es da steht, aber es steht immer noch 0-0. Interessiert natürlich niemanden, der den Podcast hört, aber ich muss es dir jetzt mal sagen. Gut, 73. Minute, nochmal Riesenchance für St. Pauli und so langsam wird klar, warum Jos Nuhukay einfach unzufrieden ist mit dem Punkt. Da war es dann wieder Miyajachi. Carasor verliert am Mittelkreis im ersten Zweikampf gegen Fehrmann und da die meisten Stücke da zu dem Zeitpunkt schon aufgerückt waren, weil es halt einfach eine Offensivaktion vom VfB eigentlich werden sollte, haben wir dann hinten so eine 4-gegen-3-Situation und ja, weiß ich jetzt nicht, ich glaube, Miyajachi spielt es dann doch ganz gut aus. Zuerst sah es so aus, als ob er da vielleicht die mitlaufenden Spieler, ich glaube, Görgeres und Weidemar Sobotta sind mitgelaufen, mehr mit einbeziehen hätte können, aber er hat sich dann dafür entschieden, selber zu schießen, aber ich habe es mir jetzt in der Zeitlupe nochmal angeschaut, das hat er ja schon gut gemacht und auch da war Kobel halt einfach wieder da und hat das Ding abgelenkt und ja, eine Riesenchance vereitelt. Also wirklich nochmal, Kobel hat uns hier einfach im Spiel gehalten und ja, dann haben wir halt das Glück, dass wir so einen starken Außenspieler haben wie Silas, den du einfach mal auswechselst und der da dem Sebastian Olsen gefühlt auf drei Metern, weiß ich nicht, oder auf fünf Metern, drei Meter abnimmt oder sowas in der Art, also das war halt einfach fast schon unfair, wie der Silas da an Olsen vorbeizieht und du hast ja schon gesagt, tolle Zuspiele dann oder ein tolles Zuspiel ins Zentrum, Gommel steht da, 23 Meter mit links trifft und also ich persönlich war glücklich, als das Tor gefallen ist. Es gab so ein paar Leute auf Twitter, die trotzdem noch unzufrieden waren, aber ich muss im Nachhinein sagen, ich kann mit diesem 1-1 ganz gut leben. Also ich fand, viel mehr war einfach nicht drin. Nee, viel mehr war nicht drin, also es hätte mehr drin sein können, aber jetzt aufgrund des Spielverlaufs muss man in dem Punkt total zufrieden sein und also ich, hatten wir das gesagt oder hat nur ich das gesagt, aus den ersten drei Spielen sieben bis neun Punkte brauchen wir und ja, also wenn du jetzt gegen Aue zu Hause gewinnst, dann hast du die sieben Punkte, das ist dann ja auch echt noch okay, aber ja, das ist ja auch, glaube ich, weniger Qualitätsproblem als viel mehr Mentalitätsproblem und du darfst halt nach dem 3-0 gegen Heidenheim dann nicht nach Hamburg fahren und denken, dass du die halt mit ein bisschen Passspiel irgendwie dann besiegen kannst. Das funktioniert halt einfach nicht. Ich bleib bei einem Motivationsproblem, weil es ist halt einfach, das fühlt sich oft so an, als ob die Spieler sich nicht in dieser zweiten Liga sehen eigentlich, sondern für was Höheres berufen fühlen und das ist ein Problem, was uns immer wieder auf die Füße fällt. Das mag sein, aber jetzt pass mal auf, jetzt These, so wie Pellegrino Materazzo auf der Pressekonferenz zu den Reportern spricht, zu den Journalisten spricht, spricht er auch zur Mannschaft. Also, wie ich das finde, willst du wissen? Weiß ich nicht, aber glaubst du, dass die dann halt sich die Lunge aus dem Leib rennen? Also, reicht das oder braucht man dann einen Klopp oder irgendjemanden, der die Leute halt so heiß macht, dass sie gegen St. Pauli besser spielen? Das ist eine gute Frage, weil ich kann jetzt nur von mir aus gehen und ich bin da anders gepolt, glaube ich, vielleicht als der ein oder andere dann, der bei uns im Kader steht. Ich bin halt so, dass ich in jedem Spiel das Optimum für mich erreichen, egal gegen wen ich spiele. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Lewandowski wäre, wenn ich jetzt im Körper das Lewandowski gefangen wäre und müsste gegen St. Pauli spielen, dann wäre mein Ziel halt nicht ein Tor zu erzielen und zu gewinnen, sondern mein Ziel wäre zu gewinnen und zwölf Tore zu erzielen. Und du hast das Gefühl, dass unsere Spieler auf den Platz gehen und denken, das kriegt man schon hin. So, also weißt du, ja, diese, ich weiß gar nicht, wie das ausdrängt, ist für mich, wie gesagt, ein Motivationsproblem einfach. Wenn du eigentlich denkst, das mache ich ja auf einer Arschbacke, da muss ich mich nicht voll reinhängen, ja, dann sieht das letzten Endes so aus. Das sind auch nicht immer alle Spieler, das möchte ich auch gleich noch dazu sagen, die meisten Spieler, die hauen da schon immer alles rein, aber es sind dann so Kleinigkeiten, wie zum Beispiel der Pass vom Mangala, wie zum Beispiel die zwei Aktionen von Förster, die eins hat zum Tor geführt, das andere hätte beinahe zum Tor geführt. Das sind so Kleinigkeiten, so Nuancen, die dann eben so ein Spiel ja, unentschieden ausgehen lassen oder auch, ja, dann so wie zum Beispiel gegen Sandhausen zu einer Niederlage werden lassen. Und das ist das, was mich als Fan unglaublich wütend macht, weil ich immer wieder sehe, dass jeder Spieler für sich genommen in vielen Situationen besser spielen könnte, als es dann in dem Moment tut. Ja, also ich weiß gar nicht, wie ich das anders ausdrücken soll. Ich möchte halt einfach diesen überzeugenden Auftritt nach jedem Spiel sehen, vor allem nach dieser Hinserie, weil wir haben ja was aufzuholen, wir müssen ja was gut machen letzten Endes. Und das ist das, was mir jetzt so ein bisschen fehlt. Also ich gebe dir ja recht, sieben Punkte aus den ersten drei Spielen, da kann man mit leben, aber andererseits kannst du auch wieder sagen, wir müssen halt aufholen und dann sind sieben Punkte aus den ersten drei Spielen vielleicht zu wenig. Ja, also vielleicht müssen es bei neun sein. Also weißt du, womit ich nicht leben kann, ist halt mit zwei Auswärtssiegen bislang, in der ganzen Saison. Ja, insgesamt ja. Insgesamt. Und davon ist einer in Bielefeld gewesen, wo du in der, weiß ich nicht, 92. glücklich noch den Siegtreffer erzielst. Also wichtig, 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 gar keine Frage. Und dann hast du in der ganzen Saison zweimal auswärts gewonnen. Einmal glücklich in Bielefeld, einmal, ich glaube, nicht minder glücklich in Regensburg. Dann spielst du auf St. Pauli ein Spiel, das du eigentlich gewinnen musst. Also jetzt nach dem Spiel muss man sagen, eigentlich kann man glücklich sein, dass man nicht verloren hat. Und dann kommt vom offiziellen Kanal ein Tweet, der lautet, mit dem Punktgewinn am Millern-Tor, wo der HSV und Bielefeld leer ausgingen, da fehlt ein Leerzeichen, und der FC St. Pauli 18 seiner 22 Punkte geholt hat, können die VfB-Akteure mit etwas Abstand gut leben. Ja, es kann doch nicht sein, dass ich sage, alle um mich rum sind noch schlechter als ich, deswegen ist meine schlechte Leistung auch okay. Und ich finde, solche Corporate Communication, die untergräbt doch alles, was der Trainer vorgibt, dass du irgendwie jedes Spiel gewinnen musst und irgendwie immer mehr wollen musst. Und dann kommt nach dem Spiel dann so ein Scheiß, also über einen offiziellen Kanal. Das hat mich echt noch mehr aufgeregt, als der Ballverlust vor dem 0 zu 1. Es kommt noch dazu, dass ja die sportliche Führung ganz klar ausgegeben hat, wir müssen aufsteigen, das ist das Ziel. Also wir reden ja nicht davon, dass der VfB versucht, oben mitzuspielen oder so, sondern wenn du sagst, ich muss aufsteigen, dann heißt das, ich muss auf Platz 2 kommen, mindestens, um direkt aufzusteigen, weil die Relegation ist, ist halt viel zu gefährlich, dass du dann in zwei Spielen das irgendwie vergeigst. Also musst du auf Platz 2 kommen und dann musst du halt auf St. Pauli gewinnen. Punkt. Und dazu kommt, dieses St. Pauli ist so Heimstark-Thema, das hat ja dann auch immer der Sky-Kommentator die ganze Zeit erzählt, dann gucke ich einfach mal Spaß, habe ich geguckt, so Heimtabelle, okay, die stehen nicht schlecht da, aber die haben halt von, ich glaube von 11 Spielen 6 verloren. Ne, halt 6 nicht gewonnen, so war es, es waren ein paar Unentschieden dabei. Da denke ich mir, das ist halt keine Heimstärke, wenn ich von 11 Spielen 5 gewinne. Also das ist für mich keine Heimstärke. Der Heimstark ist der VfB, weil die sind Tabellenerste in der Heimtabelle. Die ersten 3 oder so, das sind für mich die heimstarken Mannschaften. Also dieses, wir suchen jetzt hier irgendwie ein Grund, wie wir diese Niederlage oder dieses Unentschieden in dem Fall irgendwie möglichst gut verpacken können, das braucht es doch auch gar nicht. Also auch diese Interviews dann danach von Gomez und wirklich, also ich habe nichts gegen Mario Gomez, ganz im Gegenteil, es gibt so viele Aktionen jetzt auch in den letzten Monaten wieder von Mario Gomez, da ziehe ich einfach meinen Hut. Aber ich frage mich, warum er sich dann hinstellt und versucht zu erklären, dass so ein Unentschieden auf St. Pauli, das ist schon ganz okay ist. Ich sage das ja auch, ja, weil man, wenn man das Spiel sieht, einfach mit diesem Unentschieden zufrieden sein muss. Aber wenn es Mario Gomez sagt, dann hört es sich immer so an, als wäre er wirklich auch damit zufrieden, dass es nur ein Unentschieden ist. Und das will ich irgendwie nicht hören, von keinem Spieler. Ich möchte von keinem... Ja, aber ich finde, du brauchst doch eigentlich für jeden Offiziellen, der sagt, ein Unentschieden bei St. Pauli ist okay, brauchst du doch auch einen Offiziellen, einen Spieler, einen Trainer, der sagt, wenn wir auswärts gegen St. Pauli Unentschieden spielen, steigen wir nicht auf. Das ist zu wenig. Und diese Balance, die sehe ich halt gerade einfach nicht. Ja, man hat das Gefühl, dass man wirklich davon ausgeht, dass man das jetzt... Irgendwann werden wir schon auf Platz 2 landen. Also, das wird sich schon irgendwie richten. Also, man hofft so ein bisschen darauf, dass Bielefeld die Leistung nicht aufrecht halten kann. Und ich sehe es ja auch so, dass Hamburg sich nicht leicht tut. Ich gucke ja jetzt hier mit einem Auge immer auf das Spiel in Bochum. Die haben genauso Probleme auswärts und auch zu Hause, das ein oder andere Mal. So ist es ja nicht. Aber ich messe mich ja eigentlich nicht mit Mannschaften wie Bielefeld und Hamburg. Sorry, aber das sind halt beides Mannschaften, die letzte Saison auch in der zweiten Liga gespielt haben. Die sind jetzt halt der VfB, der viel Geld investiert hat und der ganz klar als Ziel ausgegeben hat, wir müssen aufsteigen. Das hat zum Beispiel Bielefeld nicht. Die haben zwar gesagt, okay, wir können nicht als Erster sagen, wir schauen jetzt mal, was die Rückrunde so bringt. Also da ist auch klar, man möchte so lange wie oben mit dabei sein. Aber die sind trotzdem mit einem anderen Ziel in die Saison reingegangen. Und ich glaube auch der HSV ist mit der Einstellung reingegangen, wir müssen irgendwie aufsteigen. Aber VfB, Hannover, Nürnberg, die werden halt wahrscheinlich ein Wörtchen mitreden. Jetzt haben sie das Glück, dass Hannover und Nürnberg komplett abkacken. Und der VfB, ganz ehrlich, kackt eigentlich auch ab, muss man sagen. Also für das... Ich meine, dein ärgster Verfolger ist halt gerade die Spielvereinigung Kreuter führt. Das ist halt armselig irgendwie. Also, sorry, bei allem Respekt, aber da muss halt mehr gehen irgendwie. Ja, und ich möchte, das ist jetzt auch wieder das Problem, ich habe vorne so ein bisschen schlecht geredet oder habe versucht, es eigentlich nicht schlecht zu reden, das Spiel gegen Heidenheim. Ich fand es halt nicht so geil, wie mancher das dann schon auf Twitter geschrieben hat. Genauso wenig fand ich jetzt das St. Pauli-Spiel so unfassbar schlecht, wie es oft auf Twitter geschrieben wurde. Aber so insgesamt sind wir halt weiterhin bei 1,75 Punkte in dieser Saison pro Spiel. Und mit dieser Quote wird es halt brutal schwer aufzusteigen. So, und wenn ich dann wieder bei dem Thema bin, dass die sportliche Führung sagt, wir müssen aufsteigen, dann sehe ich hier ein Problem, weil ich könnte sogar dann eher damit leben, wenn man an dieser Aussage festhält, die man zu Beginn der Saison rausgehauen hat, nämlich, man möchte oben mitspielen und wenn es nicht klappt, ja, also wenn man zwar ordentlich mitspielt, aber es reicht dann letztendlich nicht, ist es zwar schade, aber wir spielen dann halt einfach nochmal eine Saison. Das ist mehr oder weniger mit eingepreist, weil eben dieser Umbruch stattfindet. Und das hat man halt komplett überworfen, das Thema, und steht jetzt auf der Seite, dass man sagt, ja, wir müssen, ist alternativlos, aber mit dem Punkteschnitt wird es halt schwierig. Also da bleibe ich dabei. Wenn da nicht jetzt mal irgendwie so ein Lauf zustande kommt, dass man wirklich mal drei, vier Spiele in Folge gewinnt, dann könnte es schon echt eng werden. Und wir reden jetzt dann von Marc-Oliver Kempf, der als wichtiger Spieler fehlt, Badstuber, da heißt es ja, der kommt ja bald zurück, aber müssen wir auch mal abwarten. Die Davi, auf den kannst du dich nicht verlassen. Dann hast du mit Kaminski einen Spieler, der nach einem Kreuzbandriss zurückkommt. Also, dass du den überhaupt mit einrechnest. Nicht mitkalkulieren, ja. Das haben wir schon so oft erlebt, dass so Spiele zurückkommen und sich dann nochmal schwer verletzen. Also da würde ich einfach das wirklich Piano angehen lassen und jetzt nicht große Hoffnungen auf Kaminski projizieren. Also, ich bin weiterhin davon überzeugt, dass der VfB aufsteigen wird. Aber dass es so eng bleibt und auch wird, wie ich jetzt momentan davon ausgehe, das hätte ich glaube ich nicht gedacht. Also, ich dachte, wenn die anderen so schlecht sind, wie sie halt eben auch sind, dass sich der VfB dann insgesamt leichter tut. Also, 1,75 Punkte im Schnitt nach 20 Spielen, das hätte ich ehrlich gesagt nicht für möglich gehalten. Ja, das ist dünn. Du brauchst halt die gleiche Serie wie in den ersten 7, 8 Spielen in der Saison. Dann läuft das halt schon, weil die Konkurrenz echt jetzt nicht so überragend ist. Aber bei uns läuft es halt auch nicht überragend. Und wenn du jetzt guckst, was für Gegner kommen, das Pokalspiel mal ausgeklammert, dann musst du halt echt Dreier einfahren am Fließband. Und sonst wird das bis zum Saisonende spannend. Ihr habt jetzt noch so viele Notizen und Statistiken, die haben wir jetzt alle außen vorgelassen. Wir sind ins Plaudern gekommen. Ist aber auch gut so. Finde ich gar nicht so schlimm. Denn diese Statistiken, die sagen ja im Endeffekt dann auch immer nur, sagen wir mal, das aus, was man aus ihnen rauslesen möchte. Also ich finde da für jede Argumentation wahrscheinlich irgendwie eine Statistik, die jetzt belegt, dass der VfB sich Mühe gegeben hat und eben auch nicht Mühe gegeben hat. Ich finde es insgesamt auf die Saison, und das sage ich jetzt nochmal, etwas zu dünn. Aber ich möchte hier noch kurz anführen, das, was es vorhin auch schon beim Heidenheim-Spiel gab, nämlich die fünf Spieler, über die wir kurz nochmal sprechen. Also einer wurde schon ausführlich besprochen, möchte ich sagen. Und das ist Philipp Förster. Diesmal ein paar mehr Ballkontakte, immerhin 65 Passquote. 79 Prozent allerdings kamen nur 31 Pässe an. Also das waren jetzt nicht so viele für einen wichtigen Mittelfeldspieler. Fünf Flankenversuche gab es von Philipp Förster. Keine kamen an. Auch eine verheerende Zweikampfquote. Insgesamt zwölf Zweikämpfe, nur vier gewonnen. Auch nicht so besonders gut. Und dann wieder eine Menge Ballverluste. 21. Also Philipp Förster bleibt sich damit treu und ist der VfB-Spieler im Durchschnitt mit den meisten Ballverlusten in 90 Minuten. Das ist nicht so besonders gut. Ein anderer wurde vom Kicker, glaube ich, mit vier bewertet. Ich halte ja nichts von diesen Noten, aber nichtsdestotrotz fand ich Nathaniel Phillips eigentlich ganz gut in diesem Spiel. Es war der Spieler mit den meisten Klärungen, vier. Dazu auch mit den meisten gewonnenen Luftzweikämpfen. Da hat er eine richtig beeindruckende Quote, nämlich zehn Zweikämpfe in der Luft hat er bestritten, neun hat er gewonnen und am Boden hat er alle Zweikämpfe gewonnen. Also das war einfach eine richtig starke Leistung von Nathaniel Phillips. Insgesamt ja auch die meisten Ballkontakte, auch das finde ich interessant. Also das hätte man jetzt auch nicht gedacht, dass Nathaniel Phillips der Spieler ist, der dann mal den Herrn Stenzel mit den Ballkontakten beerbt, oder? Stimmt, ja. Und ich habe den Kicker zufällig zur Hand, Note drei. Und damit nach Kobel und Mangala der beste Spieler. Ja, Mangala 2,5, glaube ich, Das ist auch, naja. Ja, und vor allen Dingen Endo dann eine 4 oder sowas. Ne, 3 auch. Ach, auch eine 3, okay. Vielleicht soll ich den Kicker dann doch genauer lesen. Förster 4, Clement 4,5, damit der Noten schlechteste Spieler. Karasor 4, Sosa 3, Förster 4, Massimo 3,5, Gomez 3. Sosa hat eine 3? Äh, ja. Aha, also muss ich nochmal kurz... Also nur damit, man sich das ungefähr dann vor Augen halten kann, wie er sich diese 3, ich möchte sagen, erspielt hat, ja, um es mal vorsichtig auszudrücken. Also Borna Sosa hat in seinen 45 Minuten 28 Ballkontakte gehabt, hat 11 Pässe an den Mann gebracht, immerhin 84%, 6 Flanken geschlagen, 2 kamen an, 4 Dribblings versucht, 1 war erfolgreich und hat von 5 Zweikämpfen einen gewonnen. Dazu noch 11 Ballverluste. Ja, gut. Aber er hatte die Haare schön. Ja, gut. Ist auch ein schöner Mann. Ja, auf jeden Fall. Und Spieler des Spiels, Henk Fehrmann. Ja, das würde ich so mitgehen, der ist bei mir auch noch in der Liste, aber wir sind noch ganz kurz bei Philipps, der sich auch wieder mal bei den Passversuchen ganz weit vorne einfindet. Und zwar ist es der Spieler, der die meisten Pässe, ich muss sagen, versucht hat beim VfB Stuttgart. Er war auch der Spieler, der die meisten genauen Pässe an den Mann gebracht hat, nämlich 83%. Aber seine Passquote war nicht so gut, war nur 75%, weil er halt viele Pässe gespielt hat. Aber insgesamt hat er die meisten Pässe an den Mann gebracht und er hat auch die meisten langen Bälle geschlagen, aber leider Gottes kamen von diesen 13, die er geschlagen hat, nur 4 an. Aber du hast ja vorhin gesagt, das Mittel ist absolut in Ordnung und man sollte das versuchen und wenn eben von 13 Bällen 4 dann irgendwie ankommen und daraus Chancen entstehen, ist das schon mal besser als das Hin- und Hergeschiebe und da weiter. Das habe ich richtig verstanden. Ja, 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 ja. Also insgesamt fand ich, das ist ein guter Auftritt von Philips, der etwas reifer wirkt, komischerweise nach seinem Auftritt da in Liverpool für die paar Wochen, oder? Ja. Hat man ein gutes Gefühl. Das ist der Kloppo-Faktor. Scheint so. Vielleicht sollte man da noch andere Spieler hinschicken. Der Endo, der hat mir auch wieder gut gefallen. Kommt mir ein bisschen schlecht weg im Kicker, weil ich fand ihn eigentlich als den besseren Sechser im Vergleich zu Mangala fand ich ihn deutlich besser sogar. Insgesamt 108 Ballkontakte. Was mir aber wieder sehr gut gefallen hat, sind seine Zweikämpfe. Ja, also sieben Zweikämpfe am Boden, davon sechs gewonnen. Sieben Luftkämpfe, Luftzweikämpfe, davon sechs gewonnen. Also das sieht ganz gut aus. Klärende Aktionen, abgefangene Bälle, jeweils zwei. Und auch nach vorne hin mit einer guten, soliden Passquote mit 81 Prozent. Also ich finde, Endo auf der Sechs ist eigentlich so die Überraschung bislang bei uns in der Saison. Also damit hätte ich überhaupt nicht gerechnet, dass der da so stabil eigentlich diesen Platz einnimmt. Ja, als der kam, wussten wir ja alle nicht so richtig, was wir zu erwarten haben von ihm. Und jetzt muss ich sagen, können wir echt froh sein, dass wir so einen Spieler haben. Also richtig gute Verpflichtung von Sven Mislintat an der Stelle. Genau, der wurde von Walter dann vielleicht ein bisschen zu schlecht eingeschätzt, dass er ihn im Mittelfeld nicht gebracht hat und dann für die Verteidigung als zu klein eingestuft hat. Aber jetzt auf der Sechs, ja, ist er ja wirklich eine Macht. Also das macht er richtig gut. Da können wir ja ganz kurz abschweifen. Wir sprechen ja nochmal noch über den Neuzugang aus England, über Clinton Mola. Und da wurde ja auch dann schon diskutiert, dass das ein Alleingang war von Sven Mislintat. Übrigens war auch Bateru Endu ein Alleingang von Sven Mislintat. Auch da war der Trainer nicht mit involviert. Genau, so vielmehr sind ja eigentlich alle Verpflichtungen in Alleingang von Sven Mislintat. Finde ich auch nicht so schlimm, ganz ehrlich. Oder? Nö, also. Guck mal, bei einem Verein, wo der Trainer dreimal im Jahr wechselt, da kann ich ja nicht auf den Trainerrücksicht nehmen. Da muss ich eigentlich. Tatsächlich nicht, ja. Das ist wohl wahr. Also dann hätten wir irgendwann mal einen 45er-Kader oder sowas. Also das geht nicht. Also von daher. Ja, Rino, ich hätte gerne noch mit dir geredet, über den Neuzugang, aber du bist bald eh wieder weg. Deswegen habe ich es kurz allein entschieden. Nee, aber ja, das ist ja realistisch, klar. Gut, die anderen zwei Spieler, die kommen von St. Pauli, die ich hier kurz noch erwähnen möchte. Und vielleicht muss ich dieses System mit diesen fünf Spielern noch ein bisschen optimieren, vielleicht vorderansetzen. Das müssen wir nachher nochmal auf Erbe kurz besprechen. Weil wir haben ja eigentlich schon Miyajachi und Fehrmann ausreichend gelobt. Aber trotzdem nochmal die Daten dazu. Also gerade so ein Miyajachi, der hat eigentlich alles gemacht, was man sich so von so einem umtriebigen Spieler auf dem Flügel erwartet. Er hat Flanken versucht, sieben Stück, drei kamen an, Torschüsse abgegeben, zwei Stück, sechs Dribblings versucht, vier davon erfolgreich, hat seine Zweikämpfe am Boden gewonnen, insgesamt nur elf Ballverluste. Auch das ist kein schlechter Wert für so einen offensiven, schnellen Spieler. Man kann schon sagen, dass Miyajachi den Unterschied ausgemacht hat in diesem Spiel in vielen Situationen. Und Henk Fehrmann, auch das hast du schon gesagt, ist halt so der ideale Wandspieler vorne drin. Du hast gesagt, halt schon letzte Woche vor dem Spiel, dass er halt irgendwie ziemlich schwer zu verteidigen ist. Und das Tor war wirklich brillant gemacht. Ja, und er hat auch wieder hier eine richtig gute Passquote für einen Spieler, für einen Stürmer, der ja eigentlich, da man nicht so viele Pässe normalerweise an den Mann bringt, aber 85 Prozent seiner Pässe kommen eben an den Mann. Davon auch noch zwei entscheidende, wichtige Pässe, sozusagen Pässe, die Großchancen vorbereiten. Und also das ist halt echt ein enorm wichtiger Spieler für St. Pauli. Ich würde jetzt mal behaupten, hätten sie ihn nicht vorne drin, wären sie noch weiter unten im Abstiegskampf, als sie das jetzt eh schon sind. Ich weiß gar nicht auswendig, wie viele Punkte die jetzt Vorsprung haben auf den Relegationsplatz. Ich schaue mal kurz nach, damit wir das hier verifizieren können. Das ist einer, ja, genau. Ach du Scheiße, Bochum führt 1-0. Der Mann von Laura von Toro hat getroffen. Ja, ich glaube, wir wären Meister. Jetzt bin ich mir relativ sicher. Aber die Giga-Tabelle, die ist immer noch, die ist falsch. Da steht der VfB nämlich immer noch. Also meine ist nicht falsch. Auf Platz 3 steht er bei mir noch. Nee, ich bin, bei mir sind wir Zweiter. Dann nehme ich dein Handy. Gut. 35 Punkte, der HSV hat 34. Aber es sind noch 25 Minuten zu spielen. Das ist noch lang. Grand-Volat hat noch nicht getroffen. Der steht ja bei uns im Fokus. Gut, ganz kurz noch ein paar Zitate zum Spielen auf St. Pauli. Pellegrino Matarazzo sagt, es gibt viel Luft nach oben, was Laufbereitschaft und auch das Spielerische angeht. Aber unterm Strich bin ich zufrieden. Wie kann ich diese Aussage verstehen? Alle, alle, alle sind immer zufrieden. Also finde ich gut. Ich meine, wenn der Trainer feststellt, es fehlt einer Laufbereitschaft und am Spielerischen fällt mir dieser, gut, hat es was mit der Sprache zu tun. Es könnte natürlich noch sein, dass es irgendwie anders ausgeführt wird. Also ich finde, kommunikativ hat der VfB schon noch ein bisschen Potenzial nach oben. Also ich glaube, dass viele Sachen nicht so gemeint sind, wie sie dann ausgesprochen werden. Aber ich kann nicht sagen, die Leute laufen zu wenig, aber ich bin zufrieden. Das geht halt nicht. Also wenn man mit einem Punkt auf St. Pauli als VfB Stuttgart zufrieden ist, dann stimmt was nicht. Also der Rasen mag knöcheltief sein, es mag ein Matsch sein und es ist alles unangenehm und dein Kapitän fliegt sofort raus. Aber du kannst doch nicht zufrieden sein, wenn du da nicht gewinnst. Ich glaube, viele werden sagen, die bruddeln so viel, aber es ist natürlich, man muss das ja im Ganzen sehen. Die komplette Saison ist halt einfach so eine unbefriedigte Saison bis dahin für uns. Immer wieder, wenn man denkt, jetzt geht vielleicht mal was, dann gibt es immer so leichte Nackenschläge und irgendwann dann auch mal heftige Nackenschläge. Das war vielleicht jetzt nur ein leichter, aber man hat einfach die Schnauze voll davon, dass man ständig sich solche auch nicht unbedingt schönen Spiele reinziehen muss. Man hat ja gehofft, wenn man absteigt, dass dann wenigstens irgendwie die Erfolgserlebnisse häufiger werden. Die sind zwar häufiger, aber wenn du halt gegen Heidenheim 3-0 gewinnst und dann nach St. Pauli fährst und dann da nur 1-1 spielst, relativ glücklich, dass dann irgendjemand dahin steht und sagt, wir hatten uns ja oft, dass wir halt nach dem Auftakt auch bei St. Pauli gewinnen und sind jetzt unzufrieden. Aber nee, sind halt alle immer zufrieden, egal wie sie spielen. Das finde ich furchtbar. 1-1, der Olle Zimleibold. Der trifft auch ständig, den wollten wir doch auch mal haben. Ja, dann müssen wir doch mal gucken, ob der wirklich so heißt. Gut, Sven Mislintat sagt, wir waren von Beginn an gut drin, haben es gut angenommen, aber dann haben wir es mit Mitteln versucht, die uns nicht liegen. Das ist die Erkenntnis von Sven Mislintat. Jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen, mit Mitteln versucht, die uns nicht liegen. Also es gab ja eigentlich gar keine Chancen, so richtig. Da hätte man vielleicht noch mal nachfragen sollen, welche Mittel das denn waren, die uns nicht liegen. Lass mal so stehen. Okay. Und die beste Aussage, wirklich die beste, fand ich, kam von Mario Gomez, die ist etwas länger, aber die möchte ich dir nicht vorenthalten. Und zwar sagte er nach dem Spiel, wir wollen jedes Spiel gewinnen, das ist doch klar, doch schon die Hinrunde hat uns gezeigt, dass wir nicht Woche für Woche die Gegner her spielen können. Das müssen wir akzeptieren. St. Pauli hat in der ganzen Runde die wenigsten Chancen zugelassen. Das war auch heute wieder zu sehen. Wir haben uns vor allem in der ersten Halbzeit schwergetan, vor die Kiste zu kommen. Die Zielstrebigkeit, die wir vor dem Ausgleich an den Tag gelegt haben, die hätten wir von Beginn an zeigen müssen. Das müssen wir uns vorwerfen. So. Genau. Ich finde, das ist wirklich eine richtig gute Aussage, die ich auch nach einem Spiel hören möchte. Und damit kann ich dann auch ganz gut leben. Weil hier steckt all das drin, was wir jetzt versucht haben, glaube ich, in 20, 25 Minuten zu besprechen. Ja, aber wobei, da muss man sagen, ich glaube, die meisten VfB-Fans hätten Mario Gomez und auch dem Rest der Mannschaft und auch dem ganzen Trainerteam schon wirklich vorm ersten Spieltag sagen können, dass sie nicht Woche für Woche die Gegner her spielen werden. Das wird nicht funktionieren. Du wirst nicht in Aue spielen oder in Sandhausen und die Gegner her spielen. Das funktioniert einfach nicht. Und wer das glaubt, bei allem Respekt, der hat halt keine Ahnung. Du musst halt irgendwie in jedem Spiel 100 Prozent geben, dann hast du vielleicht eine Chance zu gewinnen und durch bessere individuelle Qualität schaffst du es dann auch. Aber natürlich wirst du niemanden her spielen. Also wir haben ja in der ganzen Saison vielleicht den KSC und Heidenheim vom Ergebnis her her gespielt. Aber ansonsten hast du immer knappe Sachen gehabt. Und ja, natürlich müssen sie das vorwerfen. Du hast ja in der Mannschaft genug individuelle Qualität mit irgendwelchen Spielern wie Silas oder Gomez, die so viel Tempo mitbringen, dass sie halt die Defensive des Gegners in Unordnung bringen können. Ja, und dann erzielst du auch Tore, aber nicht indem du halt irgendwie deinen Stiefel runterspielst. Und ja, vielleicht merkt das auch das Team jetzt dann so langsam gegen Ende der Saison. Hoffentlich. Mein Abschlussstatement zu den ersten beiden Spielen. Ich sehe, wie gesagt, das erste Spiel nicht so gut wie viele und auch das letzte Spiel nicht so schlecht wie einige. Aber ich sehe weiterhin einen Steigerungsbedarf. Vor allem, wenn es darum geht, Lösungen zu finden gegen tiefstehende Gegner. Die gibt es bislang nicht. Und wenn wir die nicht finden und unsere individuellen Schwächen nicht abstellen, dann wird es, glaube ich, eng mit dem Aufstieg. Ansonsten bleibe ich optimistisch. Genau, aber ich finde, du kannst nicht sagen, ja, das ist ja immer schwierig gegen tiefstehende Gegner auf einem schlechten Platz. Ich meine, jedes Auswärtsspiel ist auf einem schlechten Platz gegen tiefstehende Gegner. Und wenn du da keine Lösung findest, dann wirst du halt nicht aufsteigen. Und da ist halt dann echt die sportliche Führung gefragt und vielleicht auch die Mannschaft, da irgendwelche Lösungsansätze zu finden, nachdem du jetzt ja schon irgendwie ein halbes Jahr Zeit hattest, die zu entwickeln. Bevor wir jetzt auf die nächsten beiden Spiele zu sprechen kommen, gab es noch ein paar Aktionen am Rande des Spiels in Heidenheim und auch auf St. Pauli, über die wir jetzt vielleicht ganz kurz mal sprechen sollten. Und zwar, Sebastian, hat sich die Ultrakorrierung Südbande des VfB Stuttgart, also Ultras des VfB, nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Und zwar gab es da sexistische Spruchbänder, wenn man das so sagen kann. Ich denke mal, das kann man so stehen lassen. Und los ging das Ganze gegen Heidenheim. Da gab es dann, ich weiß gar nicht, sollen wir das jetzt hier nochmal zitieren, was die Spruchbänder ausgesagt haben? Ja, ich glaube, das kann man schon mal kurz zitieren, damit wir wissen, worüber wir sprechen. Also da ging es einmal darum, dass gegen Heidenheim ein Spruchband hochgehoben wurde von der Südbande. Da stand drauf, hey, wie sind die Mädels nochmal? Societas. Stimmt, das sind, Spanisch wird es ausgesprochen. Ich denke schon, also ich kann kein Spanisch, also außer aus Casiba, aber Societas dann vielleicht, ja. Hey Societas, wo sind eure BHs? Und darunter wurden halt da noch so BHs aufgehangen unter diesem Spruchband. Das richtete sich gegen eine Ultra-Gruppierung von Heidenheim. Ich glaube, die besteht nur aus Frauen oder hauptsächlich aus Frauen. So ganz genau weiß ich es jetzt auch nicht, aber auf jeden Fall mehr Frauen als Männer. Das können wir festhalten, wenn nicht sogar nur Frauen. Ja, und gegen St. Pauli gab es dann die Revanche, möchte ich mal sagen, für ein Spruchband, das die St. Pauli-Ultras in Stuttgart hochgehoben haben. Auf dem stand geizige Schwaben nehmen arme Zecken aus, fickt eure Ticketpreise und die Jungs und Mädels, ich weiß nicht, ob da auch welche dabei sind, bei der Südbande, hielten dann auf St. Pauli das Spruchband hoch. Auf dem stand geizige Schwaben ficken eure Mütter zu fairen Preisen. So, was sagen wir denn dazu, Sebastian? Ja, ich habe ja schon gesagt, dass ich da eine relativ unpopuläre Meinung dazu einnehmen werde. Also ich fand, das Transparent gegen Heidenheim, ich habe es im Stadion tatsächlich überhaupt gar nicht gesehen, fand ich unterirdisch schlecht, weil es ist nicht mal lustig, es ist einfach nur daneben, es richtet sich halt gegen eine Ultragruppierung des Gegners, die eigentlich mit dem VfB überhaupt oder mit VfB-Gruppierung gar keinen Konflikt haben. Also verstehe ich nicht, warum man sich dann an denen abarbeiten muss und dann auch auf so einer niveaulosen Art und Weise. Also ich finde, da muss man sich jetzt auch gar nicht drüber auslassen, das fand ich komplett daneben. Und ich habe auch gesagt, das Transparent auf St. Pauli ist auch ein Transparent, das ich eigentlich so im Stadion nicht sehen möchte. Die Tonalität der Wortlaut ist jetzt nicht so das, was mir gefällt. aber trotzdem muss man ja diesem Transparent im Gegensatz zu dem Ding, was im Neckarstadion hingegen Heidenheim eine gewisse Kreativität zugestehen war. Das ist eine Replik auf das Ding, was die St. Paulianer im Hinspiel halt im Stadion hängen hatten. Es spielt auf die Stadt an, es spielt mit dem Klischee von Hamburg an mit der Reeperbahn. Jo, also da hat sich vielleicht irgendjemand auch kurz Gedanken gemacht. Natürlich finde ich es nicht gut, sowas im Stadion zu sehen. Ich finde den Wortlaut komplett daneben. Ich finde es gut, dass man das danach kritisiert. Ich finde es auch gut, dass sich dann tatsächlich der VfB als Verein danach kurz in Stellung bringt und sagt, finden wir nicht gut. Aber andererseits habe ich auch gesagt, ich finde es halt ein bisschen schwierig, die Leute, die dieses Transparent dann am Millantor aufgehängt haben, jetzt komplett zu verdammen und irgendwie tausendjähriges Stadionverbot zu fordern und das so zu verteufeln, während diese Zeile, die auf dem Transparent jetzt dann genutzt wird, in irgendwelchen Rap-Songs gang und gäbe ist, die auf YouTube halt zig-millionenfach geklickt werden. Und man muss sich halt schon dann irgendwie mal vielleicht in Erinnerung rufen, dass das halt die Sprache ist, die derzeit irgendwie die Subkultur beherrscht, die auf Schulhöfen gesprochen wird und die natürlich auch in Kurven irgendwie angewandt wird. Man kann das scheiße finden, man sollte das auch scheiße finden und das kritisieren und darüber in Dialog kommen. Aber wie gesagt, ich tue mich schwer damit, auf der einen Seite dann die Leute, die solche Banner schreiben und in die Kurve halten, komplett zu verdammen und mich dann ins Auto zu setzen und irgendwie Kai Z oder Farid Bang oder Bushido oder irgendwie zu hören, wo genau dann diese Worte dann wieder fallen. Obwohl man natürlich jetzt sagen könnte, dass genau bei diesen Rap-Songs ja so eine gewisse künstlerische Note mit einfließt fließt und Kunst dann vielleicht noch anders betrachtet werden muss als eben so ein Spruchband. Das sehe ich genauso, aber jetzt kann man sich aufragen, du hast zwei Fangruppen, die sich einen verbalen Schlagabtausch liefern über Transparente. Das ist ja, wenn man so möchte, schon so eine Art Battle Rap. Also kann man so sehen, muss man nicht sehen. Wenn man in diesen Fangruppen, sag ich mal, oder wenn man sich so ein bisschen mit dem Thema beschäftigt, dann weiß man, dass das so ablaufen kann, dass wir klauen dir, jetzt mal ein anderes Beispiel, wir klauen dir die Schals, dafür klauen wir dir beim nächsten Mal, weiß ich nicht, die Doppelhalter oder sowas. Es ist halt immer so ein Hin und Her. Und das meinst du jetzt, oder? Genau, also wie gesagt, ich möchte das nicht verteidigen, ich möchte es auch nicht gut heißen, aber ich finde, mir greift die Diskussion über diese ganze Geschichte ein bisschen zu kurz. Dass man sagt, hey, das ist komplette Scheiße, die Leute dürfen nie wieder ins Stadion, und was soll denn das? Und auf der anderen Seite, wie gesagt, guck auf YouTube, google die Sachen, die werden 50 Millionen Mal geklickt, das ist halt einfach eine Sprache, die derzeit gesprochen wird, und ich kann jetzt schlecht einschätzen, wie alt die Leute sind, die solche Banner hochhalten, sind die 18, sind die Mitte 40, sind die noch älter, weiß ich nicht, aber ich finde es halt ein bisschen scheinheilig zu sagen, wenn sowas im Stadion passiert, das ist halt ein ungeheuerlicher Tabubuch, nee, das ist es nicht, also diese Sprache wird in der Gesellschaft mittlerweile gesprochen, die findet überall statt, und ich finde es auch nicht gut, aber es ist nun mal so, und die Kurve ist ein Abbild der Gesellschaft, und es ist vermutlich jetzt nicht gerade ein strahlendes Abbild der Gesellschaft, sondern vielleicht eher so ein sehr realistisches, und dass da solche Banner dann auftauchen, ist nicht besonders unwahrscheinlich, und jetzt zu sagen, die Leute dürfen nie wieder ins Stadion, das ist halt Quatsch, weil diese Banner wird es dann trotzdem geben, dann von irgendjemand anders gehalten, weil das Problem oder die Ursache dieser Sprache, die liegt woanders, nicht in der Kurve, und deswegen finde ich, man muss drüber diskutieren, man muss es auch kritisieren, aber man sollte halt auch aufpassen, dass diese Diskussion einfach nicht zu kurz greift. Wobei man hier schon nochmal unterscheiden muss zwischen dem Spruchband auf St. Pauli und dem Spruchband gegen Heidenheim, weil das gegen Heidenheim ist ja ganz klar sexistisch. Man muss es jetzt ja wirklich dann theoretisch dann sprachlich analysieren, und die einen sagen, fickt eure Preise, also irgendeine materielle Sache, und vor allen Dingen sagen die ja, macht ihr das, und das nächste Banner sagt dann halt, wir machen das, und nennt eine Person. Natürlich ist es wieder eine Eskalation, aber das ist ja auch wieder das Prinzip von irgendeinem Battle. Also, ich finde, wenn man drüber diskutiert, dann sollte man das auch in aller Ausführlichkeit und nicht irgendwie vorschnell und irgendwie zu kurz greifen. Ja, aber wie gesagt, ich möchte solche Sachen auch nicht im Stadion sehen, vor allen Dingen, wenn ich dann dran denke, dass ich irgendwie mit meinen Kindern im Stadion bin, und man kann sich halt dann dem im Stadion nicht entziehen, oder wenn man es im Fernsehen sich anguckt. Wenn jetzt irgendwelche Battle-Rap-Songs oder Rap-Songs, die auf YouTube laufen, die muss ich mir nicht angucken, aber wenn ich im Stadion bin, dann habe ich quasi ja keine Chance, dem zu entgehen. Insofern finde ich das, sollte das in der Kurve auch keinen Platz haben, aber trotzdem finde ich, dass man in der Diskussion drüber alle Aspekte berücksichtigen sollte. Würdest du sagen, dass vielleicht diese kleinere Ultra-Gruppierung auch mit so drastischen Spruchbindern versucht, dann vielleicht eher noch auf sich aufmerksam zu machen und dass man das auch berücksichtigen sollte, also dass es praktisch einfach nur versucht ist, noch mehr über die Stränge zu schlagen, als man das vielleicht machen würde, wenn man jetzt zum Beispiel das Kommando Kantstadt wäre. Also da würde es solche Banner also nicht geben, das schließe ich komplett aus. Glaubst du, dass das auch noch eine Rolle spielt? Also einfach so, dass man auf den Schirm irgendwie kommt. Ob kleinere Ultra-Gruppierungen um Aufmerksamkeit buhlen und deshalb zu so sprachlich drastischen Maßnahmen greifen, also das kann ich schlecht einschätzen, aber wenn es so sein sollte, muss man ja konstatieren in der Diskussion drüber, ja, es hat funktioniert. Ja, das ist ja genau auch nochmal so ein Punkt, wie gehst du mit solchen Sachen um? Also du musst es ja klar benennen und ich habe schon ein Problem mit der Aktion gegen Heidenheim gehabt, das Ding gegen St. Pauli, da finde ich halt einfach die Wortwahl so bescheuert. Also ich glaube, wenn man jetzt da wirklich du hast heute auf WhatsApp was ganz Gutes geschrieben, wenn man da jetzt irgendwie was mit G-Klassen oder so gemacht hätte, ja, also was hast du da geschrieben? Geizige Schwaben fahren mit G-Klassen über die Rehobahn. Ja, geizige Schwaben fahren mit ihren G-Klassen durch euren Kiez, was wollt ihr tun? Also das ist ja vermutlich genauso provozierend, aber es ist halt, es beleidigt halt niemanden Unbeteiligten. Ja, also damit hätte ich dann noch eher leben können, aber du hast natürlich jetzt einfach schon das Problem des Sexismus im Stadion, da gab es dann auch wieder einen Fall, da hat die Sarah, die ihr kennt von der Viererkette und von Brustringtalk davon berichtet, dass sie auf St. Pauli war, dort sexuell belästigt wurde, das kann man ja nicht anders sagen, also wenn jemand in die Brust gefasst wird und, ja, also das ist eine sexuelle Belästigung und im ersten Moment mag man so denken, ja mein Gott, so, aber es ist halt echt, es ist halt traumatisch, was da passieren kann, also mag sein, dass die Sarah das irgendwie besser wegsteckt, ohne dass ich mir jetzt ihr anmaßen will zu beurteilen, ob die Sarah das jetzt gut oder schlecht wegsteckt, es ist halt einfach die Gefahr da, dass du da hier eine Frau traumatisierst auf ihr ganzes Leben hin und wenn ich mir das dann noch so mit reinnehme in meine Gedanken, dann kann ich so ein, auch so ein Plakat auf St. Pauli nicht gut heißen, weil du hast eben schon so, nee, nee, du heißt es nicht gut, ich meine es nicht dich, ich meine es nicht dich, das muss ich gleich dazu sagen, ich möchte nicht sagen, dass du das gut heißt, ich meine halt, es muss klar verurteilt werden, dass es solche Plakate gibt und es muss auch klar angesprochen werden, dass es regelmäßig sexuelle Übergriffe gegenüber Frauen im Stadion gibt, weil das war noch eine interessante Erkenntnis, die Sarah schreibt das und dann fiel mir ein, dass zum Beispiel die Gina, die ja auch auf Twitter unterwegs ist, mit uns beim Becherpfand war und auch an den Arsch gepackt wurde, einfach so und dann habe ich heute gefragt, wie oft passiert denn sowas und dann erzählen mir halt Frauen, das ist eigentlich mehr oder weniger Gang und Gäbe und das fällt dir halt als Mann nie auf und deswegen ist es jetzt auch schwierig, wenn ich mich hier hinsetzen würde als Mann und behaupte, ja also der Banner, den müssen wir jetzt erstmal diskutieren, also wie gesagt, ich möchte jetzt da gar nicht jetzt dich irgendwie angreifen in der Richtung, sondern für mich ist das unakzeptabel. Ich nehme jetzt halt hier mal eine etwas unangenehme Position ein, weil ich denke, man muss es diskutieren, aber man muss es halt dann auch wirklich in aller Ausführlichkeit diskutieren, man muss auch ausführlich diskutieren, welchen Zusammenhang es zwischen sexistischen Bannern und irgendwelchen Übergriffen gibt, als ist der überhaupt gegeben, haben wir ja vorher auch gesagt, wir sagen, man kann Killerspiele spielen, wird aber kein Amokläufer, also ich finde das Thema total schwierig und man setzt sich halt total schnell in die Nesseln, aber ich finde, man muss es halt einfach in aller Ausführlichkeit dann mal diskutieren und theoretisch bräuchte sondern wirklich eine Diskussionsrunde zu so einem Thema, die es ja bisher auch vermutlich noch nicht gab, aber ich finde das Thema sehr komplex und sehr schwierig, aber ich finde es halt dann auch zu einfach zu sagen, ja, die, die das Banner hochhalten, das sind alle Idioten, die dürfen nie wieder ins Stadion und das ist mir dann zu einfach. Das ist auch zu einfach, ich habe selber Erfahrungen damit gemacht, also es gibt manche Situationen, die du im Nachhinein auch bereuen kannst und absolut als Fehler verteufelst und ich bin dann auch froh gewesen, dass Leute nicht für immer sagen, du bist der letzte Vollidiot, also von daher möchte ich das auch gar nicht so pauschal verurteilen und ich bin total bei dir, dass man das diskutieren müsste, deswegen finde ich übrigens auch den Weg, den der VfB eingeschlagen hat, ich möchte es nicht zu konkret werden, gar nicht so schlecht, denn es wurde ja heute dann auch schon mal kritisiert, dass der VfB sich zu spät zu diesem Thema geäußert habe und was weiß ich, also ich kann euch versichern, das weiß ich aus erster Hand, wenn es nach dem Präsidenten gewesen wäre, hätte es wahrscheinlich noch am Samstag ein Statement gegeben und ich finde es aber richtig, dass man sich erstmal mit Leuten unterhält, ich lasse es jetzt bewusst ganz offen, bevor man einfach was rausposaunt und damit man was rausposaunt, weil es hilft natürlich und da bin ich wieder bei dir, dass man sich erstmal mit Leuten überhaupt über dieses Thema unterhält, was bedeutet das Banner, wie kommt das überhaupt ins Stadion und da gehört ja viel mehr dazu und auch so ein gesellschaftlicher oder grundsätzlich gesellschaftlicher Abgleich, was Werte angeht, ist ja dann vielleicht auch mal interessant, selbst wenn für uns das natürlich ganz klar ist, dass sowas nicht dazugehört und auch nicht unbedingt von der Wortwahl uns besonders gut gefällt, finde ich es dann manchmal nicht unbedingt notwendig, direkt eine Stunde nach Abpfiff schon da irgendwie was zu posten, aber wenn man sich dazu dann entschließt, so wie es der VfB jetzt getan hat, dann finde ich, sollte man eben genau das machen, was du jetzt auch gefordert hast, sich vorher vielleicht mit dem einen oder anderen darüber unterhalten und dann Entscheidungen treffen und ich fand es übrigens auch gut, wie der VfB sich geäußert hat, der sich nicht nur auf diese Banner bezogen hat, sondern grundsätzlich gesagt hat, Sexismus, Diskriminierungen jeglicher Art, die gehören nicht zum VfB, also sie beziehen sich einfach nicht nur auf das Banner, sondern vertreten grundsätzlich unsere gesellschaftlichen Werte. Genau, das Statement aus der VfB gemacht hat, das ist ja auch wunderbar und das stimmt auch, das kann man halt auch wirklich komplett unterschreiben, genau, aber ich finde halt dieses Problem, dass solche Banner in der Kurve auftauchen, das löst man halt nur durch Dialog und wirklich auch einen Dialog mit den Leuten, die solche Banner halt aufhängen und dann zu fragen, warum macht ihr das, warum denkt ihr, dass das eine gute Idee ist und dann muss man ja irgendwie die Hintergründe erforschen und dann merkt man ja auch, na, was sind denn die Motive, also sind das wirklich Idioten oder haben die halt vielleicht nur irgendwie einen falschen Gedankengang, also das Thema, meiner Meinung nach, ist durchaus komplexer, als es aktuell in der Diskussion dargestellt wird. Ja, da würde ich mitgehen. Ich habe halt einfach inzwischen auch so das Gefühl, so vielleicht auch ein bisschen verloren, wann so mein Empörungsmeter, wenn man das so sagen kann, anschlagen darf und wann nicht, weil ich bin natürlich jetzt da so ein bisschen vorbelastet, also die meisten werden das ja damals mitbekommen haben bei einem anderen Podcast, habe ich mich auch mal sexistisch geäußert und das bereue ich auch sehr, aber es wird dir halt dann auch wirklich erst bewusst, wenn du mit Leuten darüber sprichst, also vielleicht wird es dir auch schon vorher bewusst, aber es wird ja erst mal klar, was das bedeutet für den einen oder anderen und deswegen bin ich ja schon bei dir, dass man nicht grundsätzlich sagt, das sind alles Idioten, die dürfen nie wieder ins Stadion. Ja, also ich würde es einfach mal so stehen lassen, ich finde es gut, dass der VfB sich dazu geäußert hat, ich glaube vor allem ja, hätte es dazu kein Statement gegeben vom VfB. Niemals, natürlich, ja. Und ich würde es auch als Zeichen werten, dass dieses Statement eben nur vom EV kommt und nicht von der AG, auch da kann man ja nochmal drüber nachdenken, wie das zustande kommt. Ähm, aber ganz ehrlich, ich wäre froh, wir müssten solche Diskussionen nicht führen, weil es wäre für uns alle, glaube ich, schöner gewesen, es hätte diese Banner, diese Spruchbänder nicht gegeben. Und ein abschließender Satz noch zu diesen sexuellen Übergriffen gegenüber Frauen. Also, ich würde es wirklich begrüßen, wenn das nicht mehr als Kavaliersdelikt oder als junger, äh, als, als dummer Jungstreich hingenommen wird, dass Frauen im Block vor dem Stadion angekrapscht werden und, ja, ich kann nur jedem dazu oder jedem Mut zusprechen, wenn ihr sowas seht, greift ein und, und, und sagt was. Also, das muss man, glaube ich, offen ansprechen, die Leute, ähm, dann auch versuchen, direkt am besten noch festzuhalten und, äh, wenn es euch gelingt, dann zeigt diese Menschen an, weil das geht nicht. Also, es muss einfach, es muss einfach für jedem klar sein, dass er, äh, niemanden irgendwie antatscht und für alle, die sowas mal gemacht haben, also, ich habe wirklich die größte Verachtung für euch übrig, die ihr euch vorstellen könnt, weil es ist für mich einfach so widerwärtig, wenn du einfach eine Frau betatscht. Also, das finde ich einfach, oh, ich bin, na, ich glaube, wir lassen es jetzt einfach mal so. Ja, genau. Aber das noch kurz, also, das gab es ja heute auch in der, ähm, in der Diskussion um dieses Banner auf St. Pauli, wo es dann hieß irgendwie, jeder Einzelne im Stadion kann was machen, indem man es halt nicht mit hoch hält und da kam ja auch gleich das Argument, ähm, ja gut, wenn ich halt in der Reihe stehe und wird irgendwas durchgereicht, dann halte ich es natürlich mit hoch. Ähm, ja, kann ich nachvollziehen, ähm, aber gerade die Situation, die, ähm, Riki jetzt angesprochen hat, vielleicht vor dem Stadion im Block oder so, da, ähm, ist dann wirklich jeder, äh, für, ja, für seinen eigenen Moralkompass zuständig und, ähm, macht da was, wenn sowas passiert. Ja, aber helft den Frauen, weil ich kann mir schon vorstellen, dass wenn, ähm, also Sarah hat das heute nochmal erzählt, dass sie im Block mal stand und auf einmal fängt hinter ihr ein Mann an, sie zu massieren. Ja, da kann ich mir schon vorstellen, dass das für eine 18-Jährige, ähm, nicht, ohne dass ich jetzt irgendwie absprechen will, dass sie sich nicht selber wehren könnte, aber es ist einfach eine komische Situation, wenn dir plötzlich einen Mann von hinten an die Schultern packt und, äh, dich da durchknetet und wenn du dann niemanden neben dir hast, der da einschreitet, könnte ich mir schon vorstellen, dass seine Frau nicht direkt, ähm, ja, aus der Haut fährt oder, äh, kommt natürlich dann auf die Frau auch jeweils an. Also wenn ihr sowas seht und das Gefühl habt, stimmt was nicht, lieber einmal zu viel was gesagt, als einmal zu wenig. Also, ich war halt echt schockiert, als ich das alles gelesen hab, dass es offensichtlich für Frauen dazugehört, dass sie im Stadion ständig bekrapscht werden. Also, das war mir so nicht bewusst, ähm, ja, ekelhaft. Ja, und vor allem, wenn man dann halt noch irgendwie nebenbei hört, dass es halt mittlerweile besser ist, als noch vor irgendwie 10 oder 20 Jahren, das ist halt irgendwie doppelt schlimm, ne? Das macht's. Da ist halt, äh, ja, wirklich, äh, das Stadion echt noch so eine, so eine Gefahrenzone für Frauen. Und irgendwie echt nach wie vor im Jahr 2020. Und das ist total übel. Also, das darf echt nicht sein. Punkt. Ja. Gut, Sebastian. Jetzt müssen wir hier den harten Cut, ähm, irgendwie schaffen. Also, ich hab noch eine schlechte Nachricht zwischendrin. Vielleicht, ähm, hilft das jetzt, um wieder auf Sportpolitik zu kommen. 3-1 inzwischen für den HV. Ja, das fehlt uns halt. Das ist so, das fehlt uns halt. Ja. Naja, lass uns über Leverkusen sprechen. Und da sagt Mario Gomez folgendes. Egal ob Favorit oder nicht, das Spiel muss erst gespielt werden. Wir fahren nach Leverkusen, um eine Runde weiterzukommen. Ich glaube, Leverkusen freut sich nicht wirklich auf uns, äh, weil sie nicht genau wissen, was sie erwartet. Diese Chance des Ungewissen wollen wir nutzen. Wieder bringt es Mario Gomez, finde ich, ganz gut auf den Punkt. Und, ähm, Sven Mislintat hingegen, sagt, äh, wiederum, wir haben nichts zu verlieren, aber wir wollen auch nicht fünf Stück kriegen. Wir wollen ein richtig schwerer Gegner sein mit unseren Waffen. Also auch da, äh, höre ich so ein bisschen raus, ja gut, also wir gehen jetzt nicht davon aus, dass wir die aus dem Stadion schießen, die Leverkusener. Aber, ähm, selber aus dem Stadion wollen wir auch nicht geschossen werden. Deswegen, wir wollen uns da gut verkaufen und, ja, mal gucken, was hinten rauskommt. Ich denke mal, so kann man diese Aussage von Sven Mislintat interpretieren, oder? Ja. Gut, glaubst du, dass der VfB mit der B11 aufläuft? Nein, würde ich auch nicht machen, weil ich will da gewinnen. Also, pass auf, ich versuche dir jetzt zu erklären, warum ich der Meinung bin, dass der VfB eine Chance hat, in Leverkusen zu gewinnen. Okay? Jetzt bin ich gespannt. Also, ich fange wieder an zu reparieren und du greifst einfach ein, wenn es zu viel wird oder wenn du nachfragen hast. fangen wir mal an damit, dass Leverkusen wirklich bislang, ähm, also gefühlt hat man ja immer so, oder wenn man so an Leverkusen denkt, denkt man ja, toller Offensivfußball und, ähm, ja, im Endeffekt sind die eines der Top-Teams in der Liga. Wenn man dann so guckt, aus den letzten sechs Spielen konnte Leverkusen drei gewinnen, hat drei verloren. Man hat zum Beispiel in Hoffenheim jetzt zuletzt verloren mit 1 zu 2, da können wir gleich noch ein bisschen genauer drauf zu sprechen. Davor drei Siege in Folge eingefahren, einmal 3-0 gegen Düsseldorf, einmal 4-1 in Paderborn, einmal 1-0 in Mainz, aber davor wiederum 0-1 gegen Hertha verloren und 0-2 in Köln. Also, du merkst schon, Leverkusen kann zwar die Kleinen besiegen, siehe Paderborn, siehe Mainz, siehe Düsseldorf, aber sie können auch von den, ähm, nicht ganz so prallen Mannschaften wie Hertha oder Köln auch besiegt werden. Das ist schon mal der öfter Indikator. Hey, Hertha ist ein Big City Club. Damals waren sie leider noch keine Big City Club. Also, der Jürgen war zwar schon da, aber ich glaube, Santi noch nicht. Also, da fehlt ja eine ganz wichtige Komponente. Ähm, gut, dann muss man dazu sagen, ähm, sind mir so ein paar Sachen aufgefallen, auf die ich hier zu sprechen kommen will. Also, Leverkusen spielt grundsätzlich erst mal inzwischen, glaube ich, so eine Art, ja, so ein Pseudo-Ballbesitz-Fußball. Also, die werden wie der VfB so ein Stück weit in diese Rolle gezwungen, weil natürlich die Leute wissen, äh, wenn du Leverkusen kontern lässt, dann wird's schwierig, weil das ist natürlich absolut ihre Stärke mit den schnellen Spielern. Deswegen werden sie immer wieder so in die Ballbesitzrolle gepresst ein Stück weit, spielen mit vielen kurzen Pässen und, ähm, zum Beispiel jetzt die Stuttgarter linke Seite wird enorm gefordert sein, denn, äh, die rechte Seite, die ist enorm stark von Leverkusen, gerade mit Bellarabi, der da viel Dampf macht über seine, ähm, rechte Seite und, äh, auf der anderen Seite, auf der linken Seite spielt noch ein sehr interessanter Spieler, Diaby, heißt der, sorry, so, und die tauschen ab und zu mal die, die Seiten, Diaby und Bellarabi und du hast eigentlich wirklich ständig Druck über rechts, wenn sich dann Havertz manchmal noch mit einschaltet, also, da sollten wir links gut stehen, jetzt sagst du, ja, genau das ist ja eigentlich unser Problem, das löse ich dir später auch noch, also, so, ja, ja, ich, ich tue zumindest so. So, jetzt können wir mal, äh, mehr und mehr auf die Punkte zu sprechen, die mich ein bisschen bestärken in meiner These, dass der VfB durchaus eine Chance haben wird gegen Leverkusen. Also, bislang hat Leverkusen 24 Gegentore kassiert, ähm, das ist jetzt, wenn man in der Bundesliga schaut, nicht so ein schlechter Wert, äh, denn, ähm, nur Bayern, Gladbach, Wolfsburg, ähm, haben weniger kassiert, 23, der Rest hat alles, haben alle mehr Tore kassiert, aber man muss dazu sagen, dass 24 Tore trotzdem relativ viel sind, finde ich, für ein Top-Team in der Bundesliga. Wenn man sich jetzt mal mit der zweiten Liga vergleicht, heißt, da haben halt die Top-Teams, gut, der VfB hat 25, aber die beiden, die vorne stehen, Bielefeld und der HSV nur 21 kassiert in 20 Spielen, also, da ist schon eine gewisse Anfälligkeit da für ein wirkliches Top-Team, wie gesagt, ist es mir dann doch ein bisschen zu viel mit den Gegentoren, man merkt das auch immer wieder bei der Innenverteidigung, die sind nicht so sattelfest. Ich weiß nicht, ob du das Spiel gegen Hoffenheim gesehen hast, da hast du im Endeffekt das Hauptproblem der Leverkusener gesehen, zum einen schlechte Chancenverwertung, zum anderen auch nicht die beste Innenverteidigung, also, da kriegen die Gegner schon relativ häufig Chancen. Schlechte Chancenverwertung, da sind wir gleich schon wieder bei dem Thema, 31 geschossene Tore sind eigentlich für das Offensivpotenzial, was Leverkusen hat, viel zu wenig und noch deutlicher kann ich das mit einer Statistik machen und zwar kreiert Leverkusen 138 Chancen, ja, also über die komplette Bundesliga-Salonung bislang, das sind die viertmeisten aller Bundesligisten und von diesen 138 Chancen verwerten sie gerade mal 22,5% und das ist der 17. Tabellenplatz im Vergleich aller Bundesligisten, also sie haben wirklich eine ganz, ganz miserable Chancenverwertung, da sind wir bei diesem Punkt gleich und ja, da muss der VfB aus meiner Sicht so ein bisschen auch drauf hoffen, dass die Leverkusener ihre Chancen nicht nutzen. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich mich hier sortiert habe, es kommen nämlich wieder positive Sachen, zum Beispiel, dass die Leverkusener gerne in der Anfangsviertelstunde treffen, bereits 8 Tore geschossen haben in den ersten 15 Minuten, das ist ein Topwert in der Bundesliga, aber ich wollte ja eher auf die negativen Eigenschaften von Leverkusen zu sprechen kommen und da möchte ich mich nochmal ganz kurz auf die Innenverteidigung konzentrieren mit Jonathan Tah und Sven Bender und Tah hat irgendwie ein relativ schwaches Jahr aktuell mal drin, da bin ich mir auch nicht so ganz sicher, ist das jetzt irgendwie der Hype, der zu groß wurde, der wurde ja mehr oder weniger schon als der neue deutsche Top-Innenverteidiger deklariert, das scheint es jetzt dann doch nicht mehr ganz so rund zu laufen, wie man sich das mal vorgestellt hat und Sven Bender hat auch immer mal wieder so ein Lapsus drinne und Leverkusen allgemein als Mannschaft lässt einfach viel zu viele Chancen zu, ja, also gerade lange Bälle in die Tiefe, da haben sie immer Probleme das zu verteidigen und dann sind wir bei einem Spieler, den wir heute schon ein paar Mal gelobt haben für seine Lust, lange Bälle nach vorne zu schlagen, nämlich Ned Phillips, also der könnte zum Faktor werden, wie gesagt, Leverkusen hat Probleme, wenn es diese langen Bälle in die Tiefe gibt und Ned Phillips hat sich ja in den letzten Wochen oder in den letzten beiden Spielen ausgezeichnet, dass er gerne mal so einen langen Ball probiert, das wäre hier glaube ich eine Möglichkeit, um für Gefahr zu sorgen, für den VfB Stuttgart und da brauchst du natürlich schnelle Spieler vorne drin, da kommen wir aber dann gleich noch zuzusprechen. Chancenbewertung habe ich schon so ein bisschen angesprochen, da könnte sich Leverkusen verbessern, da passt das Timing nicht immer so ganz, also Leverkusen ist auch die Mannschaft, die rekordverdächtig oft ins Abseits läuft, auch hier liegt es wahrscheinlich dann auch an der ein oder anderen Abwehrreihe, aber trotzdem finde ich, dass man hier vielleicht vielleicht auch, wenn man sich clever anstellt, schon allein eben durch Abseitsstellungen Chancen zunichte machen kann, da muss man vielleicht auch mal abwarten, ob, wie heißt der Volland spielen wird von Beginn an, das ist irgendwie so der Abseitsspieler schlechthin, der kriegt irgendwie nie im richtigen Moment eben nicht im Abseits zu stehen, ja, also wie würde ich das jetzt für mich zusammenfassen, Leverkusen ist zwar offensiv stark, ja, sie kriegen auch viele Chancen, ja, aber sie nutzen diese Chancen nicht, sie gehen damit wirklich schludrig um, sie verteidigen nicht besonders gut und gerade wenn eine Mannschaft, sag ich mal, hinten versucht, einigermaßen Sattelfest zu stehen und dann mit langen Bällen nach vorne operiert, mit schnellen Spielern, dann sind sie da einfach anfällig. so, das ist unser Faustpfand, sag ich jetzt mal, der VfB kann die erstmal kommen lassen, ja, kann sie ein bisschen austoben lassen, man muss aufpassen in den ersten 15, 20 Minuten, dass man da kein Tor fängt, aber wenn man diese Anfangsphase mal überstanden hat, dann bin ich mir relativ sicher, dass der VfB Chancen bekommen wird und wenn man die dann auch nutzt, dann sehe ich da schon die Möglichkeit, in Leverkusen, ja, die nächste Runde einziehen zu können, also ganz so aussichtslos ist es für mich nicht. Ja, es wird vor allem spannend zu sehen sein, weil der VfB ja gegen Leverkusen das sein wird, was jetzt zum Beispiel St. Pauli und Heidenheim gegen den VfB war, also sie können ja mal die komplette Gegenrolle einnehmen und da bin ich mal gespannt, ob ihnen Matarazzo dann da auch irgendwie das Rüstzeug, das Taktische mit an die Hand gegeben hat, wie sie da jetzt spielen werden, in einer komplett veränderten Rolle, weil du spielst halt ja in der zweiten Liga meistens gegen Gegner, die sich gegen dich hinten reinstellen und jetzt spielst du auswärts gegen einen Gegner, der das Heft des Handels in der Hand haben wird und du musst jetzt dann dich mehr oder weniger hinten reinstellen und dann kontern. Mal gucken, wie das funktioniert. Ja, also da bin ich auch gespannt, ob es dem VfB dann gelingt irgendwie. Ich bin auch gespannt, wie Leverkusen das Ganze jetzt angehen wird, weil die spielen am Wochenende in Dortmund, wichtige Spiel für Leverkusen. Ja, da könnte ich mir schon vorstellen, dass man hier und da ein bisschen was probiert. Eine 1b11. Ja, also zum Beispiel Leverkusen hat sich den Palacios geholt von River Plate und der durfte in der Bundesliga bislang nicht spielen, weil er noch eine Sperre aus Argentinien mitgebracht hat. Ja, und jetzt ist es so, du alles weißt, Wahnsinn. Das ist alles, das ist, das wird mir ja mal eingesagt, bei einer Katze nebenan. Und das Interessante für mich ist jetzt aber, dass, also wenn ich jetzt Peter Bosch wäre, übrigens, das muss man auch nochmal sagen, dass nicht jeder Fan weiß, dass es nicht Peter Bosch ist, sondern Peter Bosch lasse ich mir ja noch gefallen. Aber dass nach den ganzen Jahren, dass Peter Bosch jetzt, glaube ich, seit zwei Jahren gefühlt in der Bundesliga, wenn nicht sogar seit drei Jahren schon, dass dann immer noch Kommentatoren Peter Bosch sagen, regt mich so unglaublich auf. Also, das muss ich hier nochmal erklären. Also, er heißt Peter Bosch, nicht Peter Bosch. So, für alle Kommentatoren, die hier zuhören. So, jetzt waren wir eigentlich bei dem Thema stehen geblieben, was Leverkusen ändern könnte. Kerem Demirbay, der wurde, glaube ich, mit Gelbrot vom Platz geschickt gegen Mockenheim. Da könnte es jetzt gut sein, dass gegen Stuttgart zum ersten Mal Palacios aufgeboten wird im Stranien. Da ist der mit Gelbrot im Pokal gesperrt dann auch. Nee, der ist nicht gesperrt für den Pokal, aber es würde natürlich Sinn machen. Weil er gegen Dortmund gesperrt ist. Ja, Palacios jetzt einfach mal ein paar Minuten zu geben oder eben 90 Minuten zu geben, um auch mal überhaupt für Leverkusen zu spielen. Weil er hat natürlich bislang noch nie ein Pflichtspiel bestreiten können für Leverkusen. Und das wäre natürlich dann auch die erste Option gegen Dortmund, dass er dann reinkommt. Und ich könnte mir vorstellen, dass Bosch hier versucht mit Palacios einfach schon mal so eine Art, sag mal, Härtetest. Härtetest genau durchzuführen. Und das wäre interessant zu sehen, wie er sich da schlägt. Ja, der zweite Spieler, den ich interessant finde, den ich aber noch nicht in der Stadtelf erwarte, ist dieser Edmund, jetzt sag mal, wie der den ausspricht, Tabsoba. Ja, das ist so ein Portugiese, den sie geholt haben. Von dem habe ich noch nie was gehört. Ja, pass auf, 18 Millionen kostet der Mann. Gibt es eine ganz interessante Geschichte dazu. Der stand kurz vor einem Wechsel zu Leicester. Ja, also Leicester hat den eigentlich schon komplett verpflichtet, kann man sagen, aber dann hat der keine Arbeitserlaubnis bekommen für England. Und weißt du warum? Weil du, um eine Arbeitserlaubnis zu bekommen aus Ausländer, also dass du dann in der Premier League spielen kannst, eine gewisse Anzahl an Länderspielen. An Länderspielen oder sowas haben musst, ne? Genau. Und die hat er nicht gehabt. Deswegen ist dieser Transfer gescheitert. Und Leverkusen ist eingesprungen, sag ich jetzt mal, und konnte sich diesen Spieler für 18 Millionen unter den Nagel reißen. Das ist... 18 Millionen? Ich habe von dem noch nie was gehört. Edmund Tabsoba. Ja, es ist halt ein großes Talent. Burkina Faso und der ist, wie alt ist der? 20. 20? Ja. Ne, der hat, warte mal, er hat heute Geburtstag. Ne, er hatte gestern Geburtstag. Happy Birthday. Ja. Ja, also... Ja, Wahnsinn. Ich habe von dem noch nie was gehört. Würde mich nicht wundern, wenn der auch eine Möglichkeit bekommt. Der hat nicht mal ein Bild bei weltfußball.de. Das gibt es doch überhaupt nicht. Der einzige im Leverkusener Kader, der kein Bild hat. Das machen die doch Absicht. Das soll doch aus Absicht, das ist doch wieder so, dass man mit Leverkusener Fangefühlen spielt. Einfach ein Bild abbilden. Das kann einfach nicht wahr sein. Also, trotzdem, ich würde mich auch hier nicht wundern, wenn Peter Boss sagt, komm, den bringe ich jetzt einfach mal. Der Sven Bender, da muss man ja eh mal aufpassen, dass der sich nicht gleich wieder verletzt. Ja, genau. Den lasse ich jetzt mal draußen. Also, das sind zwei Spieler, die könnten reinkommen in die Mannschaft. Wer uns auf jeden Fall nicht droht, möchte ich sagen, ist Aranguiz, der immer noch gegen einen Faserriss nicht kann. Und Paulinho, der befindet sich aktuell mit der prasianischen Olympia-Auswahl, ja, bei der Olympia-Qualifikation oder sowas in der Art. Also, der wird Leverkusen nicht zur Verfügung stehen. Und es könnte übrigens auch noch sein, dass Kevin Volland eine Pause bekommt. Aber da komme ich gleich noch genauer drauf zu sprechen. Ja. Also, ansonsten, wie gesagt, sind die Punkte, die ich jetzt hier aufgeführt habe, mal die, die mir, wie gesagt, dann doch ein bisschen Mut machen, dass für einen VfB was möglich ist. Auf der anderen Seite haben die natürlich ein unglaubliches Offensivpotenzial. Keine Frage. Also, da kommen wir jetzt drauf zu sprechen, wenn es um die drei Spieler geht, auf die man achten sollte. Ich habe nicht den Herrn Havertz mit reingenommen. Ich denke mal, den dürfte mittlerweile jeder kennen. Also, da braucht man nicht extra drauf achten. Und dass der gut ist, wissen wir auch. So, aber es gibt einen neuen Spieler, der bislang mir so ein bisschen zu kurz kommt, wenn es darum geht, über Leverkusen zu sprechen. Das ist Moussa Diaby, der jetzt am Wochenende auch wieder getroffen hat. Links außen kam im Sommer von Paris Saint-Germain. Brauchte ein bisschen Anlaufzeit, hat, glaube ich, zu Beginn erst mal nur auf der Bank gesessen, sechs Einwechslungen und hat dann ein Tor gegen Freiburg geschossen und ab da stand er immer in der Startelf. Hat danach noch mal zwei Vorlagen geliefert und insgesamt auch, wie gesagt, zwei Tore erzielt. Super Dribbler, also das ist einfach großartig, auch einen tollen Schuss, da können wir uns auch auf was einstellen. Einfach, das ist einfach wirklich so ein Unterschiedsspieler, der tolle Pässe spielt, der das Auge hat für den entscheidenden Pass. Also, das ist wieder so ein typischer, kreativer, junger, schneller Spieler, den man ja häufiger mal bei Leverkusen sieht. das ist jemand, den müssen wir irgendwie in den Griff bekommen, also nach vorne hin. Nach hinten hin, defensiv, hapert es definitiv bei dem Spieler, das ist kein Spieler, der gerne mit zurückgeht, ist nicht besonders zweikampfstark, ist nicht besonders körperlich, hat Probleme beim Luftzweikampf, also all das, ja, was man so auch erwartet, glaube ich, von einem kreativen Offensivspieler, das hat er eigentlich, verkörpert er eigentlich. Also da bin ich mal gespannt, wie der gegen den VfB auftreten wird. Dann wärst du ja ein schönes Matchup gegen Massimo eigentlich, oder? Ja, du bringst dich schon auf den Punkt, da wollte ich nämlich nachher noch drauf zu sprechen, komm, wie wir dann aufstellen, aber ich bin da ganz bei dir, also das könnte eine interessante Aufgabe für Massimo werden, aber das ist für mich so der Spieler, der mir momentan am meisten Spaß macht bei Bayer Leverkusen. Harvard hat ja auch keine so geile Saison, Kevin Volland hat so ein bisschen abgebaut in den letzten Spielen, also das ist jemand, wenn ihr den noch nicht auf dem Schirm hattet, da solltet ihr dann am Mittwoch drauf achten, richtig großartiger Spieler. Dann hab ich noch Julian Baumgartlinger mit reingenommen, defensives Mittelfeld, der natürlich jetzt nicht mega auffällig spielt oder so, aber ich finde, das ist halt so ein richtig solider Spieler geworden, das ging mir fast ein bisschen unter, als der von Mainz kam, hat er so ein paar Probleme gehabt in Leverkusen. Wir wollen sagen, aber zwischendurch haben wir wieder komplett irgendwie vom Schirm, oder? Da war er kein Startelfkandidat mehr. Absolut richtig, aber unter Boss ist der gesetzt und ist auch im Endeffekt wirklich so der Denker und Lenker im Zentrum geworden. Bombenpassspiel, enorm Pressingresistent, also den nimmst du nicht einfach mal so den Ball ab. Das ist, ich sag mal, die Weiterentwicklung von Mangala, der das jetzt vielleicht in der Saison bislang noch nicht so gezeigt hat für den VfB, aber erinnert euch an den Mangala, der nach Hamburg ausgedient wurde und das mit etwas mehr Erfahrung und noch mehr Körperlichkeit, würde ich fast schon sagen. Das ist eigentlich Julian Baumgartlinger inzwischen. Richtig starke Tackles, also da könnte ich mir vorstellen, dass sich vielleicht Materazzo überlegt, ob ich den Didavi unbedingt jetzt da bringen muss in dem Spiel und den Baumgartlinger auf den loslasse, weiß ich nicht. Also da würde ich mir Gedanken machen als Trainer, weil Baumgartlinger kennt da nichts und wir wissen das, bei Didavi ist man ganz schnell wieder so ein Schleimbeutel entzündet. Also, aber ich wollte ihn nicht unerwähnt lassen, weil Baumgartlinger mir da auch untergeht in diesem Konstrukt Leverkusen, möchte ich mal so sagen. Wird einfach so hingenommen, dass der gut spielt, aber das macht er auch regelmäßig. Und zuletzt möchte ich noch erwähnen, Kevin Volland, das ist die Katze hier wieder. Bist du? Moment, ich muss mich kurz orientieren. Er ist wieder auf dem Schrank oben, das heißt, obacht, dass nicht gleich wieder eine Katze hier aufs Mikrofon springt. Kevin Volland habe ich doch noch mit reingenommen und habe mich da ein bisschen schwer mitgetan, weil er in den letzten Spielen einfach nicht mehr so performt hat wie zu Beginn der Saison. Man muss aber trotzdem mal sagen, er stand in jedem Leverkusener Pflichtspiel in der Startelf in dieser Saison, bis auf das letzte Champions League Gruppenspiel gegen Juve, sonst 28 Pflichtspiele, bester Scorer der Leverkusener mit neun Toren und sieben Vorlagen. Jetzt kommt aber das Große, aber in den letzten zehn Bundesligaspielen hat er nur zweimal getroffen und beide Treffer erzielte er gegen Paderborn. Also kann man sagen, in den letzten zehn Bundesligaspielen nur in einem getroffen. Das ist natürlich kein so geiler Wert für einen Stürmer und er wird auch in Leverkusen immer kritischer gesehen. Man fordert da so ein bisschen Alario, dass der mal seine Chance bekommt und das ist wie gesagt gut möglich, dass Alario dann gegen Stuttgart anfängt. Bin mal gespannt, ob es dazu kommt. Aber Volland, wenn er spielt, trotzdem natürlich ein hervorragender Spieler, richtig guter Schuss, super Pässe. Ja, ich bin großer Kevin Vollandfreund. Absolut. Auf dem Platz steht irgendwie immer den Kopf irgendwie zwischen den Schultern und relativ kleinen Körperschwerpunkt super weit unten und der rackert da und der ist linksfuß, glaube ich. Hat einen super guten Schuss halt und ich mag den sehr gerne spielen sehen. Ja, also sehe ich ganz genauso. Ich verstehe auch nicht, warum er nicht so richtig eine Option für die Nationalmannschaft zu sein scheint, obwohl mir eigentlich die Nationalmannschaft scheißegal ist. Ja, genau, aber trotzdem, er lief halt seit Jahren irgendwie da konstant ab und war irgendwie nie ein Thema, aber das muss man, glaube ich, nicht verstehen. Ja, also das sind so für mich die drei Spieler, auf die man achten sollte und ja, ich freue mich auch ein bisschen auf das Offensivspiel der Leverkusener, muss ich ganz ehrlich zugeben und ich bin gespannt, wie unsere Abwehr sich da schlagen wird. Dann kommen wir gleich schon zum Startelf-Tipp, das wird natürlich jetzt interessant. Vorher löse ich noch ganz kurz auf, wie die erste Doppelrunde, sozusagen ausging. Tja, Sebastian, und da hast du mal direkt geliefert, möchte ich mal sagen. Ja, also geliefert, in Anführungsstrichen. Du hast sowohl gegen Heidenheim wie auch gegen St. Pauli acht von elf Spielern richtig vorhergesagt. Ich kam im Spiel gegen Heidenheim ebenfalls auf acht und gegen St. Pauli waren es dann nur sieben. Ja, also das war natürlich enttäuschend. Das heißt, du führst jetzt aktuell mit 16 zu 15 richtig vorhergesagten Tipps. Zwei Tagessiege, ich nur einen, weil einmal gab es ja einen Unschieden, das werden wir als doppelt ein Tagessieg. Und jetzt kommen wir dann auch schon zur Aufstellung und da bin ich natürlich gespannt, wie du da loslegst. Als aktuell Führender bekommst du natürlich, ja, sozusagen das Vorrecht. Also ich lehne mich da weit aus dem Fenster, aber ich glaube, Fabian Bredlow wird im Tor stehen. Ja, schade. Ich dachte jetzt gerade, du hast es vielleicht vergessen, dass Matarazzo den Bredlow als Kopperkeeper auserkoren hat, aber du bist natürlich Fachmann. Ja, gehe ich natürlich mit. Na gut, Ned Phillips wird spielen in der Innenverteidigung und ich denke auch Atakan Karasso wird wieder spielen. Also ich glaube, wir haben ja gar nicht mehr so viele Innenverteidiger, die spielen könnten. Insofern sehe ich die beiden als gesetzt. Ja. Links auf der Kämpfposition würde ich mal Gonzalo Castro platzieren. Okay. Und soll ich jetzt mal? Ja, bitte. Kannst du ja noch ein bisschen überlegen, ob du irgendwas umstellen möchtest oder so. Denn ich habe jetzt hier meine Formel gefunden, wie man die Leverkusener in Schach hält. Genau. Ich stelle nämlich um auf Viererkette hinten. Ich spiele diesmal nicht mit dieser Dreier- oder Fünferkette, sondern ich würde hinten mit einer ganz normalen Viererkette spielen. Rechts Stenzel, in der Mitte Karasso und Philips und links Castro. Das würde ich so machen. Aber gut, das wollte ich eigentlich auch machen. Ja, das kannst du ja jetzt behaupten. Dann spiele ich halt auch mit Viererkette. Gut, dann spiele ich jetzt mit Dreierkette. Nee, es ist okay. Also du stellst praktisch dieselben auf wie ich in der Viererkette. Ja, weil Stenzel auf links fand ich schon ein bisschen schräg irgendwie gegen St. Pauli und den würde ich echt lieber auf rechts sehen. Und Castro ist wieder einsatzbereit, den schiebe ich auf links. Ja, meine Überlegung war da halt, du wirst viel, viel Dampf über die linke Seite bekommen, weil eben Leverkusen stark über ihre rechte Seite ist. Und da möchte ich keinen Sosa stehen haben, der unter Umständen gar nicht am defensiven Spiel groß teilnimmt. Da wären wir halt schon recht, wenn ich dann einen Castro hätte, der zumindest die Zweikämpfe einigermaßen souverän führt. Wobei man dazu sagen muss, tempomäßig wird es natürlich enorm schwer für Castro mitzuhalten gegen Diaby oder gegen Belarabi. Also da muss er schon sehr gut stehen, um es mal vorsichtig auszudrücken, um da nicht immer wieder Probleme zu bekommen. Da wäre es dann interessant, oder ich kann ja schon vorweg schießen, da würde ich dann auf jeden Fall vor Castro González positionieren im linken Mittelfeld, weil das eben auch ein zweikampfstarker Spieler ist, haben wir ja vorhin schon in der Analyse zu den ersten beiden Spielen festgestellt. Und dann auch noch das Tempo hat, vielleicht mal mit einem schnellen Spieler mitgehen zu können und dann eben Castro zu unterstützen. Deswegen würde ich auf meine linke Mittelfeldseite den Herrn González platzieren. So, du kannst ja mal, wenn du willst, weitermachen mit deinem Mittelfeld. Ja, ich würde vor Castro würde ich Sosa setzen, weil wir seine Flanken unbedingt brauchen. Ja, das ist gar nicht so abwegig, kann ich dir gleich schon mal recht geben, weil die Leverkusener überraschenderweise oft Probleme haben mit Flanken, die hinter die Abwehr scharf geschlagen werden. Und ich hab dir ja vorhin schon gesagt, genau das fordere ich ja so ein Stück weit und genau das macht der Sosa nie. Aber vielleicht kann das ja. von mir auch aus Butter weich Flanken oder scharf, aber solange die halt auf den Kopf der Stürmer kommen, ist mir das egal, ob scharf oder nicht. Der Stürmer ist schon ein kleiner Tieser. Hauptsache präziser. Also bei dir spielt links Sosa, bei mir spielt González auf der linken Seite, dann vielleicht, das haben wir kurz vergessen, glaube ich, die Sechser kurz, wie immer, Endo, Manga da. Ja, Manga da Endo, klar. Okay, bei mir sieht das genauso aus, ich würde auch mit einer Doppelsech spielen und auf der rechten Seite wäre dann Massimo bei mir. Ja. Gehst du mit? Okay. Ja, Massimo, da würde ich mir erhoffen, dass er zum einen natürlich durch seine Schnelligkeit, die er mir so ein bisschen im Griff halten kann und gleichzeitig natürlich nach vorne noch ein bisschen Akzente setzen könnte, theoretisch. Ja, dann sind wir, da ist jetzt die Frage, dann sind wir fertig mit dem Mittelfeld oder kommt bei dir dann noch irgendwie ein Zehner? Jetzt hast du mit dem Baumgartlinger ein bisschen Angst gemacht, die Davi zu bringen halt. Also den Klement kannst du nicht gegen Baumgartlinger stellen, weil der Klement, der fällt nicht. Nein, 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 nein. Du siehst ihm ja jetzt schon auf dem Platz an, dass er sich einfach nicht mehr wohlfühlt. Ja. Dem musst du erst mal die Angst vor dem Spiel nehmen. Ja, ich glaube echt, dem musst du jetzt dann, wenn du gegen Aue dann vielleicht 2-0 führst, dann kannst du ihn einwechseln, aber ich glaube, du kannst ihn jetzt nicht. Wie den Ecklauf, so einen jungen Spieler vorsichtig aufbauen. Es ist ja so, also das ist ja ganz furchtbar irgendwie. Schwierig. Also ich kann ja mal sagen, ich glaube, dass die Davi spielen wird als Zehn. Ja, die werden den nicht ohne Grund draußen gelassen haben und ich glaube, dass vor die Davi dann Gommes als Stürmer auflaufen wird. Das ist meine Aufstellung. Also ich glaube auch, dass Gommes spielt und es spielt nicht die Davi, sondern González. Ja, stimmt. Der ist ja bei dir noch gar nicht drin. Eben. Du spielst dann mit zwei Stürmern? Ja. Und Also du spielst dann Ich wollte gerade sagen, du spielst dann praktisch ein 4-4-2, das flach ausgelegt ist. Ja, man muss halt mal auch unkonventionell an die Sache rangehen. Das geht schon. Ich glaube, italienische Mannschaften wären stolz auf so ein System. Also, nee, das geht schon so. Also, ja, ich bin halt gespannt, wie sie das gelöst bekommen. Also die Stuttgarter mit diesen schnellen Außenbahnspielern, die die Davi Kusen hat. Weil das wird interessant sein. Also, wir haben beide Castro aufgestellt. Ich erinnere da nochmal an das Hamburg-Spiel. Da sah es ganz, ganz scheiße aus. Aber vielleicht, ja, hat er sich verbessert. Oder Matarazzo hat noch ein paar Ideen. Gut, wir lassen uns überraschen und leiten direkt über auf das nächste Spiel, das dann gegen Aue ansteht, am Samstag 13 Uhr. Das führt schon zu dem Problem, dass ich vermutlich dieses Spiel nicht live im Stadion sehen kann. Weil, ja, das schaffe ich glaube ich nicht. Aber mal gucken, vielleicht kriege ich es doch noch irgendwie hin. Übrigens, ich habe ganz vergessen, was zu erzählen, Sebastian. Und zwar, beim Spiel gegen Heidenheim habe ich mich den Ultras, den Heiden, der Heidenheimer Ultras angeschlossen. Nein. Ja, pass auf, und zwar auf dem Weg vom Stadion zum Auto musste ich über diese berühmt-berüchtigte Benzstraße, heißt die, oder? Ja, Richtung Untertürkheim. Ist die Benzstraße, oder? Genau. Die immer wieder abgesperrt wird, wenn da richtige Fangruppierungen laufen. Und dann, ja, sehe ich da dieses riesen Polizeiaufgebot und bin dann erstmal einfach nur hinterhergelaufen und du kommst natürlich da nicht dran vorbei, also du musst dann praktisch hinterherlaufen. Und dann bin ich hinter den Ultras von Heidenheim und der Polizei hinterhergelaufen und habe da so ein bisschen mal zugehört, wie das da so zugeht. Und ich fand das schon sehr interessant, ist wahrscheinlich völlig normal und nur für mich interessant. es war dann halt häufiger mal so, dass die Polizei darauf hingewiesen hat, dass der Zug in fünf Minuten abfahren würde und man doch ein bisschen schneller laufen sollte, um eben diesen Zug noch zu erreichen. Und das provozierte die Fans offensichtlich dann wirklich immer, immer wieder. Also dann gab es immer wieder so Äußerungen, ja, die Fresse oder das ist mir scheißegal, der Zug wartet oder wir stellen uns auf die Gleise. Und ich dachte mir immer so, warum herrscht da immer so ein Klima der Provokation? Also das verstehe ich gar nicht. Ich fand wirklich, wie die Polizei das gemacht hat in dem Fall, ja, muss ich dann auch mal lobend erwähnen, völlig in Ordnung. Also ich finde es halt einfach nur bedrohlich, dass die dann kompletter Montur immer rumlatschen. Ja, ja. Vor allen Dingen dann, ja, wenn Heidenheim da ist. Also da verstehe ich halt überhaupt nicht, warum man da einen Helm und einen Schlagstock braucht. Aber gut, sei es drum. Ja, aber auf der anderen Seite hatte ich das Gefühl, dass da halt viele, ja, so Event-Fans dabei waren, die Bock hatten, dann jetzt irgendwie da was vom Zaun zu brechen und so. Das verstehe ich halt überhaupt nicht. anders als wenn der halt irgendjemand erzählt, dass ein Sonderzug halt irgendwie dann und dann abfährt, das ist natürlich auch dann wieder schräg, weil ich glaube, der fährt dann wirklich erst ab, wenn alle da sind. Ja, aber schwierig. Also das schaukelt sich dann auch gerne hoch und wenn das dann schon bei kleineren Auswärts-Fangruppen so ist, dann will man halt auch gar nicht wissen, wie das dann ist, wenn Derby ist oder so. Ja, also das war für mich mal interessant zu sehen, wie das dann da so abgeht und ja, wollte ich nicht unerwähnt lassen. Gut, aber zurück zum Spiel gegen Aue zu vermelden, denn Aue konnte auswärts neun Spiele in Folge nicht gewinnen. Es gab sechs Niederlagen und drei Unentschieden und Aue hat auswärts auch nur sechs Punkte geholt insgesamt in der Saison. Nur ein Sieg, drei Unentschieden. Das ist nicht so viel, ja. Ja, ist fast so schlecht wie manch anderer Mannschaft. Die haben immer nur ein Sieg weniger als der Kaufe. ich sehe es gerade, ja. Halb so viele wie wir, ja. Und jetzt gibt es noch, jetzt kommt noch eine wahnsinnige Statistik, die hast du noch nirgendwo gehört. Aue hat in der Rückrunde beziehungsweise jetzt 2020 Restrunde. Ja, Restrunde, genau. Noch kein einziges Tor erzielt in den ersten beiden Spielen und jetzt sagst du, ja gut, ja mein Gott, das sind noch zwei Spiele, aber das verrückte Sebastian, das war letztes Jahr genauso. Das ist Wahnsinn. Also das, ja, du lachst jetzt einfach, aber ich kann dir jetzt schon sagen, dass der Sky-Kommentator genau diese Statistik mindestens einmal anbringen wird. Garantiert, ja. Ja, das muss man einfach wissen. Gut, Aue, um zu sagen, dass das Aue am letzten Freitag gegen Bielefeld gespielt hat, zu Hause, ging 0-0 aus, also genauso wie der VfB in Aue gespielt hat und ja, also es ist, die sind zu Hause echt unangenehm und ich glaube, auswärts nicht ganz so unangenehm, aber das wird man dann am Samstag sehen, ob das wirklich so ist. Ja, das Bielefeld-Spiel war schon so ein kleiner Vorgeschmack auf das, was uns dann am Samstag erwarten dürfte oder wahrscheinlich auch wird. Aber ganz kurz auch noch was zur Aue-Auswärts-Schwäche, wenn man das so sagen kann. Auswärts haben sie 18 Gegentore bislang kassiert und sind damit wirklich auch nicht gerade besonders gut. Dresden, Nürnberg und Karlsruhe, die haben mehr kassiert und gegen alle haben wir gewonnen. Und drei Tore erzielt. Ja. So, und da ist natürlich jetzt die Hoffnung groß, dass wir auch Aue fast schon deklassieren. Wie groß wird sie sind. Das muss ja so sein, also ich meine, das ist ja Wahnsinn. Die Statistik lügt ja nicht. Die lügt nicht, aber du hast es ja schon richtig angesprochen. Aue kann halt eins besonders gut und das ist verteidigen und zwar sehr körperlich verteidigen und man hat das Gefühl, dass genau das dem VfB so ein paar Probleme bereitet. Also müssen wir mal gucken, wie wir uns da aus der Affäre stehen können. Ich gehe davon aus, dass Aue mit einer Fünferkette spielen wird. Ist wahrscheinlich nicht so überraschend. Sie müssen auf Rizzuto verzichten. Das ist eigentlich der etatmäßige Rechtsverteidiger. Der ist allerdings gelb gesperrt, hat seine fünfte gelbe Karte gesehen im Spiel gegen Bielefeld. Für den wird wahrscheinlich Strauß dann in die Mannschaft kommen und hinten haben sie eine sehr interessante Innenverteidigung mit Miojevic, den sie glaube ich aus Griechenland ausgeliehen haben. Ich glaube von Thessaloniki, der aber eine richtig gute Saison bislang spielt. Und dann haben sie sich einen sehr interessanten Spieler im Winter ausgeliehen, nämlich Jakob Rasmussen vom AC Florenz. Und auf den bin ich wirklich mal gespannt. Den habe ich auch nachher bei meinen drei Spielern dabei, auf die man achten sollte. Der könnte wirklich ein wichtiger Faktor werden. Komme ich wie gesagt dann nachher noch bei den drei wichtigen Spielern drauf zu sprechen. Der wird wahrscheinlich dann auch in der Fünferkette, eben dann im Zentrum oder rechts oder links, ich weiß nicht genau, was da seine Lieblingsinnenverteidigerposition dann sein wird, positioniert werden. Gonta ist natürlich noch mit dabei. Den kennt man glaube ich auch in Zysche Kempe genauso. Das sind so die fünf, die wahrscheinlich dann im Fünferriegel der Aue auflaufen werden. Und ja, was erwartet uns von Aue? Die spielen einen ähnlichen Fußball, wie das St. Pauli gegen uns getan hat. Also man stellt sich praktisch hinten rein, hat dann die Idee, lange Bälle nach vorne zu schießen. Und was sie gut machen ist, dass sie auch mal so aus wenig aussichtsreichen Positionen den Abschluss suchen. und ja eigentlich eine relativ gute Chancenverwertung haben für ihre Verhältnisse. Also Aue hat die fünftbeste Chancenverwertung der Liga. Jeder dritte oder jede dritte Chance ist ein Treffer. Bist du davon überrascht? Ja. Hättest du damit gerechnet? Nein. Absolut nicht. Ja, also ich war wirklich überrascht, als ich das jetzt hier recherchiert habe, weil Aue steht für mich natürlich schon für so eine gewisse Aggressivität in der Defensive. Ich weiß, dass die eine gute Abseitsfalle haben. Dass sie halt wirklich es irgendwie hinbekommen, wenig Gegentore zu Hause zu kassieren. Aber dass die wirklich jede dritte Chance nutzen zu einem Treffer und damit die fünftbeste Chancenverwertung der Liga haben, hat mich dann doch schon ein Stück weit überrascht, muss man ganz ehrlich sagen. Genau, andererseits bist du wahrscheinlich als Erzbjerger Aue auch nur Tabellensechster, wenn du eine gute Chancenauswertung hast. Sonst wird das nicht funktionieren. Und ja, es sind fünf Punkte hinter dem VfB. Das ist nicht so weit entfernt. Ja, also es gibt natürlich auch wieder genügend Möglichkeiten, wo die dann trotzdem angreifbar sind. Zum Beispiel kassieren sie gerne mal Gegentore nach Standardsituationen, also Eckbälle, Freistöße. Da sind sie einfach anfällig. Dadurch, dass die so robust spielen, faulen sie natürlich auch sehr oft und bekommen deswegen dann auch natürlich immer wieder Freischüsse gegen sich gefiffen. Und das kann der ein oder andere Gegner nutzen. Und die Aue-Defensive hat ein großes Problem im Luftzweikampf. Und da können wir jetzt schon wieder darüber sprechen, ob das vielleicht nicht eine Möglichkeit sein könnte, Hamadi Al-Ghadoui eine weitere Chance zu geben, den ich jetzt für mich als besseren Kopfballspieler einstufen würde als Mario Gomez. Und Nico Gonzalez ist vielleicht dann auch eine Option vorne drin, weil der halt einfach wirklich einen guten Kopfball hat und sich dann auch in den Luftzweikämpfen immer wieder gegen, ja, vielleicht sogar bessere Innenverteidiger durchsetzen kann, als die, die für Aue auflaufen. Also das sind so die Schwachstellen bei Aue. Ansonsten wäre das, glaube ich, ein Abnutzungskampf. Ja, wie so oft, ne? Ja, klar. Da können wir ja gucken, ob der VfB irgendwelche Lösungen hat gegen tiefstehende Gegner. Ja. Also auf das Spiel bin ich wirklich sehr gespannt. Ja, total. Also das musst du ja zu Hause auf jeden Fall gewinnen, Gegner wie Aue. Aber einfach wird es natürlich trotzdem nicht. Also vermeint sich jedenfalls nicht. Ich gehe davon aus, dass man sich da lange Zeit erstmal die Zähne ausbeißen wird und dann irgendwie vielleicht einen reinjodelt und dann könnte es natürlich noch so ein 2-0 geben oder ein 3-0. Aber das wird eine Geduldsprobe werden für alle Fans und natürlich auch für die Mannschaft. Bin ich gespannt. Gut, dann machen wir jetzt weiter mit den drei Spielern, auf die man achten sollte. Und ich habe ihn vorhin schon erwähnt. Marco Mejajovic, der von Pauks Thessaloniki ausgeliehen wurde. Innenverteidiger, 23 Jahre alt, absoluter Stammspieler bei Aue. 19 von 20 möglichen Spielen absolviert. Hat nur einmal gefehlt wegen einer Gelb-Rotsperre. Kann natürlich passieren. Alle 19 Spiele auch über 90 Minuten absolviert, außer natürlich bei der Gelb-Rotsperre. Da flog er ja dann in der 85. Minute vom Platz. Aber ja, absolut unumstrittener Innenverteidiger. Und ja, das ist schon ein guter Mann. Was kann ich über den erzählen? Was ihn besonders auszeichnet, ist die Qualität, Spielsituationen richtig einzuschätzen, richtig zu antizipieren. Und aufgrund dessen läuft er ganz häufig Bälle ab. Ja, und leitet dann wiederum Konter ein für Aue. Und das ist natürlich enorm wichtig, weil wir haben ja gerade eben gelernt, Aue versucht irgendwie möglichst hinten keinen zu bekommen, dann das Ding nach vorne zu dreschen und dann eben ein Tor zu erzielen. Und da ist hier der Mijajovic absolut der Spieler, der diese Situation das ein oder andere Mal schon eingeleitet hat. Also da sollten wir aufpassen, dass das gegen uns nicht so gelingt. Schwächen hat er natürlich auch, sonst wäre er wahrscheinlich nicht bei Aue, sondern irgendwo anders. Und er ist anfällig, was sein Passspiel angeht. Also wenn man den unter Druck setzt, dann kann er schon mal nervös werden. Und wenn er dann den einfachen Pass versucht, da hat er offensichtlich mehr Probleme als mit dem langen Schlag nach vorne. Also ja, frühes Anlaufen könnte dazu führen, dass er vielleicht dich mal zu einem Fehler hinreißen lässt, vielleicht kann man da ansetzen. Der Nächste ist, ja, den kennst du natürlich, Sebastian Martin Mendel. Legende. Ja, ist wirklich eine Legende. Total Legende. Der ist ja schon abgestiegen, aufgestiegen, abgestiegen, aufgestiegen. Also ich finde den super. Warte mal, ist abgestiegen, aufgestiegen, abgestiegen. Ich weiß nicht, zumindest einmal ist er abgestiegen und wieder aufgestiegen. Ich habe gerade überlegt, ob ich irgendeinen VfB-Spiel habe, der schon mal abgestiegen, aufgestiegen, abgestiegen, aufgestiegen ist. Aber der eine, den wir hatten, in Suha ist weg. Wenn Emiliano in Suha geblieben wäre, aber ich habe jetzt heute Morgen auch, wir haben ja Kritik bekommen wegen zu viel Instagram-Content, aber da jetzt irgendwie die ersten Bilder gesehen, da wo er wohnt, aus seiner Gated Community bei L.A. irgendwie, wo er so den American Way of Life zelebriert und schaut halt dann auf der Terrasse über dem Grill auf zwei Fernsehern Super Bowl. Alter, kann man es schon aushalten, aber er hätte es machen können. Absteigen, aufsteigen, absteigen, aufsteigen. Ja, der Mendel hat es geschafft. Und er ist übrigens auch laut Kicker der notenbeste Zweitliga-Torwart. Echt? Ja. Ja, hätte ich auch nicht gedacht. Fünfmal zu null, so oft wie Gregor Kobel. Der hat natürlich ein bisschen weniger gespielt, der Kobel, muss man ehrlicherweise dazu sagen. Aber ich war überrascht, dass er wirklich notenbester Zweitliga-Torwart ist, laut Kicker. Und Martin Mendel ist auch nicht größer als Sebastian Hornung. Wie groß ist der? Weiß ich nicht. Aber er sieht halt größer aus. Bei Hornung weiß man es ja nicht. Also mittlerweile haben wir, glaube ich, alles gehört von 1,51 bis 2,12 Meter. Ja, da kann uns nur noch der Sebastian selber weiterhelfen. Das wäre eine Idee für die 100. Da müssen wir mal irgendwie einen Termin machen und ihn dann ausmessen. Ja, genau. Für die 100. Folge, das große Messen mit Sebastian Hornung im Stadion. Oh, das ist da. Also Martin Mendel ist laut Wikipedia zumindestens 1,83 groß. Ja, wenn du auf der Vereinsseite guckst, bestimmt 5 Zentimeter noch mal mehr drauf. 1,88, ja. Und der ist bei Twitter. Wahnsinn. Wahnsinn. Also er ist vor allen Dingen auch bei Aue und das schon seit 11,5 Jahren. Und was ihn wirklich ausreichend ist, sind die starken Reflexe. Sehr stark, wenn Schüsse aus dem 16er abgegeben werden. Also das ist halt einfach, diese Reflexe, die er hat, sind für mich wirklich, na, Weltklasse ist jetzt übertrieben, aber das ist schon richtig, richtig stark. Also da findest du selbst in der Bundesliga manche Torhüter, die es nicht viel besser können oder vielleicht sogar schlechter. Also das finde ich schon richtig stark. Und auch er ist übrigens ein taktisches Mittel, wenn es um die Spieleröffnung geht, denn er schlägt wirklich sehr starke, lange Bälle. Sind wir wieder bei dem Punkt. Aue fixiert sich eben darauf, die Bälle von hinten rauszuschlagen. Und jetzt habe ich schon den Mendel erwähnt von dem Mijajovic, der auch die Bälle nach vorne schlagen kann und oft seinen Mitspieler findet. Und da merkst du schon, das ist definitiv ein taktisches Mittel. Deswegen ist es hier wichtig, immer früh zu stören und sich vielleicht nicht zu weit zurückzuziehen, weil ansonsten hauen die das Ding halt einfach über die Kette und dann wird es gleich lustig bei uns. Das wissen wir ja. So, und den letzten, den ich mit dabei habe, das ist eben jener Jakob Rasmussen, der jetzt im Winter vom AC Florenz ausgeliehen wurde. Und du merkst jetzt schon, ich habe zwei Innenverteidiger und einen Torhüter dabei. Und das sehe ich halt einfach auch wirklich die Qualitäten von Aue. Das Problem war bislang aus meiner Sicht immer noch der zweite Innenverteidiger, der nicht so stark war. Jetzt hat man mit Rasmussen auf jeden Fall einen soliden Innenverteidiger, der übrigens beim FC Schalke ausgebildet wurde. Also wechselte, glaube ich, mit 16. Nach Gelsenkirchen wurde da in der Knappenschmiede dann ausgebildet, hat auch bei der U19 gespielt. Also die ist ja für wirklich gute, solide Arbeit bekannt. Und ja, ging dann nach Italien und hat da eigentlich nie so richtig den Anschluss gefunden, muss man sagen. Er kam nie so richtig ins Rollen und versucht jetzt den Umweg nochmal über Aue und ich weiß nicht, ob er nochmal zurückgeht nach Florenz oder ob es da eine Möglichkeit gibt, für Aue den festzuverpflichten. Aber das ist jetzt, sage ich mal, schon ein guter Innenverteidiger. Ist kein schlechter Mann, hat ein gutes Passspiel, arbeitet sehr, sehr gut gegen den Ball, starke Blocks, gute Tackles. Also das ist auf jeden Fall dann eben so, sagen wir mal, der Mann, der dann auch mal so ein, ich weiß nicht, jetzt fällt mir kein Spieler ein, vom VfB, der sich da mal Beschwerme tut, wenn er direkt angelaufen wird, so ein Klement oder so abkocht. Ja, einfach mal so wegcheckt und dann steht der Klement da und macht wieder so ein Gesicht wie sieben Tage Regenwetter. Also gefällt mir ganz gut, dass der so eine neue Komponente da mit hinten reinbringt für Aue und war auch einer der wichtigen Spieler, der dazu beigetragen hat, dass man eben gegen nicht unbedingt schlechte Bielefelder das 0 zu 0 halten konnte. Weil, ich weiß nicht, ob du das Spiel gesehen hast, Bielefeld war definitiv, oder hat die Chancen gehabt, da was mitzunehmen oder zu gewinnen und das wurde aber dann gut verteidigt und natürlich auch stark von Mendel immer mal wieder gehalten. Aber die Innenverteidiger waren da ein ganz wichtiger Schlüssel, dass eben Aue einen Punkt zu Hause behalten konnte. Ja, du musst dir nur angucken. Ich habe jetzt mal gerade das Spiel aufgerufen beim Kicker. Aue gegen Bielefeld, Mendel Note 2,5, Michojevic 3, Rasmussen 2,5, Gonter 2,5. Also da haben sie halt ordentlich Zement angerührt und die standen halt hinten super, super sicher und haben dann auch echt wenig zugelassen gegen Bielefeld. Und im Gegensatz dann die Bielefelder Offensive, Vogelsammer, klar, musste halt raus dann nach seinem, was hat er, Wartenbeinbruch oder auf jeden Fall Knochenbruch. Aber 4,5, Klos 4 und Klaus 4,5, da ging wenig für die Arminia. Ja, aber wie gesagt, auch Rasmussen hat manchmal so ein paar Unkonzentriertheiten drin und die müssen wir halt für uns ausnutzen. Also du hast mit Mijovic jemanden, der, wie gesagt, wenn er dann früh angelaufen wird, sich nicht immer so richtig gut aus der Affäre stehen kann, dann oft mal den Ball ins Ausspielt oder wie gesagt, dem Gegner dann wirklich in die Füße kickt. Und auf der anderen Seite hast du einen Rasmussen, der zwar ja, gegen den Ball sehr gut arbeitet, aber hier und da einfach zu unkonzentriert ist und da müssen wir halt da sein. Und viele Chancen, gehe ich jetzt mal davon aus, viele Chancen werden wir nicht bekommen und die müssen wir dann halt nutzen. Ist eine alte Binsenweisheit, aber trifft halt gegen Aue definitiv zu und es wäre halt einfach mal wieder gut, nach dem Spiel gegen Heidenheim habe ich das auch schon gedacht, wenn du halt dann vielleicht mit einer Halbzeitführung in die Pause gehst oder mit einer Pausenführung reingehen kannst in die Kabine und dann in der zweiten Halbzeit nicht wieder so unter Druck stehst, unbedingt ein Tor machen zu müssen, sondern dich dann vielleicht auch darauf konzentrieren kannst, erstmal zu verteidigen, den Gegner ein bisschen locken kannst und dann kannst du vielleicht noch mit schnellen Spielern wie Silas oder Gonzales auf das Zweite gehen, das hat ja gegen Heidenheim ganz gut funktioniert, ja, also ich bin gespannt, wie sie sich hier gegen Aue aus der Affäre stehen können. So, Startelf-Tipp, Sebastian, da bin ich jetzt mal gespannt. Hui, ist natürlich jetzt wieder so ein Quatschtipp, weil wir natürlich überhaupt nicht wissen, wie das Ganze in Leverkusen für einen VfB ausgeht. Genau, wer sich da dann wieder schwer verletzt oder so, aber wir versuchen es mal. Also, ich denke mal, wir können uns darauf einigen, dass der Kobi wieder am Tor steht. Ja. Da bin ich auch absolut d'accord und und ich gehe davon aus, dass man wieder zurück wechselt auf diese Fünferkette, Dreierkette, wie auch immer man das sehen möchte. Philipps, Karasor, Stenzel, das ist meine Dreierkette. Ja, gehe ich mit. Da hat er einmal einen Punkt Vorsprung und dann kopiert er jedes Mal hier meine Aufstellung. Okay, dann sagst du jetzt dein Mittelfeld. im Heimspiel, nachdem ich jetzt in Leverkusen die Davi nicht starten lasse, muss er auf jeden Fall im Heimspiel ran, weil wir seine Kreativität brauchen. Okay. Soll ich jetzt sagen, wer spielt? Also okay, Massimo und Endo sind für mich natürlich wieder die Sechser. Du meinst Mangala und Endo? Mangala und Endo, natürlich, klar. Mangala und Endo sind die, das habe ich gerade überlegt, habe ich da echt Massimo auf die Sechs gestellt? Ja, hast du gesagt. Mangala und... Aber das wäre auch mal, wäre auch mal, also wer weiß, aber nee. Nee, lassen Sie immer so, wie es bislang war. Nämlich Mangala und Endo spielen im defensiven Mittelfeld, das ist bei dir, denke ich mal, auch so. Ja, da gehe ich auch mit, klar. Und davor die Davi bei mir, ja. Genau, die Davi habe ich auch aufgestellt, dann habe ich auf der rechten Seite Massimo, auf der linken Seite Silas und vorne drin Gommes. Ja, also Massimo rechts ist gut, Silas ist auch gut und vorne sage ich dann Gonzales. Also da weißt du dann ab? Ja. Gommes kriegt eine Pause? dann müssen wir wieder pausieren. Gut, meine Aufstellung habe ich, deine Aufstellung habe ich, dann haben wir das geschafft und jetzt kurze Frage an die Hörer, wenn euch diese Vorbesprechung und auch die Nachbesprechung einfach vielleicht statistisch gesehen etwas zu viele Daten beinhaltet, dann könnt ihr uns das gerne auf Twitter mitteilen, etwa auf WSDR, dann werden wir die Statistiken etwas weniger einsetzen, aber ich bin halt so ein Fan der Statistik, deswegen bringe ich das hier immer so ein bisschen mit an. Wenn euch das zu viele Zahlen sind und als Podcast-Hörer das Ganze nicht ganz so interessant ist, dann lasst es uns wissen und wir drehen das Rad wieder, wie sagt man, das Rad der Zeit wieder zurück. Genau, so sagt man das. Ja, so ähnlich sagt man das. Gut, dann kommen wir jetzt schon zu einem der letzten Programmpunkte für heute, nämlich das Transfer-Update. Sebastian, und da muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich völlig ausgeflippt am Freitag, denn ich gucke mir so viele Youth-League-Spiele an, wie es nur geht. Also immer wieder, wenn ich es irgendwie kann, schaue ich mir die Youth-League an, weil es macht halt einfach Spaß, die Jungen da beim Kicken zuzugucken. Richtig toller Fußball, also ich kann es nur jedem empfehlen. Aber jetzt sag nicht, dass du Clinton Mola schon kanntest, bevor er verpflichtet wurde. Doch. Echt jetzt? Das Problem ist, dass natürlich die meisten Spieler vielleicht während dem Spiel dann ab und zu mal auffallen, aber du kannst dir die Namen nicht merken. Und Clinton Mola ist mir tatsächlich im Kopf geblieben bei Chelsea, aber natürlich jetzt nicht für einen VfB, also ich habe jetzt nicht gedacht, der wird mal irgendwann beim VfB landen, sondern du hast also das Gefühl, bei manchen Spielern, die werden bestimmt mal irgendwas und bei anderen U19-Spielern denkst du, nee, das wird nichts. Meistens kommt es genau andersrum, also dass genau die, die du überhaupt nicht auf dem Schirm hast, dann plötzlich die großen Stars später werden und die, wo du dachtest, die werden auf jeden Fall was, die schaffen es noch nicht mal irgendwie einen Profi-Vertrag zu bekommen. Und Clinton Mola ist mir tatsächlich im Gedächtnis geblieben, so möchte ich es mal sagen. Also es war jetzt kein Spiel, den ich dann direkt gegoogelt habe, aber ich konnte mir den Namen merken und als ich dann gesehen habe, dass der VfB den verpflichtet hat, dann habe ich gleich nochmal die Spiele rausgesucht, die ich mit ihm gesehen habe und ja, muss sagen, ich freue mich auf diesen Spieler. Ja, 18-Jähriger, ja, jetzt wird es schwierig, Defensiv-Spezialist, also bei Chelsea hat er meistens in der Innenverteidigung gespielt, muss man sagen, ab und zu auch mal im defensiven Mittelfeld ausgeholfen. Er könnte theoretisch vielleicht auch Linksverteidiger spielen, da war ich aber schon ein bisschen überrascht, dass das jetzt so angeführt wurde, dass er Linksverteidiger spielen könnte. Ich sehe ihn dann, wenn überhaupt, in der Dreierkette auf links, wäre sozusagen der ideale Kämpfersatz jetzt, wenn er nicht so jung wäre und erst zum VfB jetzt hier gewechselt wäre. Ja, aber ich kann mir fast nicht vorstellen, dass Mislintat den als Linksverteidiger verpflichtet hat, also das würde mich sehr wundern. Ja, ein absoluter Leistungsträger für Chelsea, U23, Stammspieler bei der U18, also einfach eigentlich ein sehr verheißungsvolles Talent, dazu muss man sagen, dass Chelsea auch eine richtig gute Jugendarbeit hat, die sind einfach dafür bekannt, dass sich viele junge, gute Spieler ausbilden, dann meistens ausleihen und dann eben, ja, weiß ich nicht, so mit 21 dann an die Profimannschaft ranführen, wenn sie eben das Zeug dazu haben und hier war es so, dass bei Clinton Mola der Vertrag ausgelaufen ist und Chelsea so nochmal die Möglichkeit hatte, ein paar Euro zu verdienen, ich glaube 450.000 Euro oder so um den Dreh rum muss der VfB jetzt bezahlen, da liest man auch immer wieder unterschiedliche Zahlen, so richtig genau werden wir es wahrscheinlich nie rausfinden, aber es ist jetzt ein überschaubarer Betrag und der sagt natürlich auch schon so ein bisschen was über die Qualität aus, ja, also ich habe mich schon über diesen Spieler gefreut, aber es ist natürlich jetzt kein, weiß ich nicht, so ein Transfer wie Sancho oder so, ja, also das sind natürlich dann schon andere Ablösen, die hier fließen, aber es ist ein gutes, großes Talent, würde ich fast schon sagen, ist glaube ich auch Kapitän der englischen U18-Nationalmannschaft, ich glaube die haben keine U19-Nationalmannschaft, bei den Engländern ist es irgendwie anders gestaffelt. Ich weiß es gar nicht, aber er war auf jeden Fall Kapitän in einem Spiel gegen Deutschland, im Länderspiel, ich weiß gar nicht, ob es die U21 dann sogar war von England, aber da war jedenfalls Spielführer, hat dann das Team aufs Feld geführt. Ja, also das ist schon so der Typ, ohne jetzt da natürlich jetzt schon zu viel zu erwarten, aber es ist schon so der Typ Leader, also das hast du auch, das ist genau das, was mir aufgefallen ist in diesem New-Fleague-Spiel, dass das so ein sehr robuster Spieler war für sein Alter, ist ja eben erst 18 Jahre alt, absoluter Arbeiter, Teamplayer, guter Antritt, gutes Tempo und dann eben wirklich diese Leader-Qualitäten, der dann das Spiel so ein bisschen gelenkt hat und eben durch gewisse Aktionen dann auch schon mal so ein, wie man so immer so schön sagt, so ein Zeichen gesetzt hat und das hat mir da glaube ich imponiert, ja, dass es praktisch nicht so einer der Spieler war, die jetzt da versucht mit einem Dribbling auf sich aufmerksam zu machen und besonders schön zu spielen oder so, sondern der hat einfach Fußball, würde man schon sagen, gearbeitet, ja, mir fällt jetzt kein besserer Begriff dafür ein und so ist er mir im Gedächtnis geblieben und ich habe mir natürlich dann noch ein paar Videos über ihn angeschaut, auch ein Spiel nochmal komplett geguckt und zwar das gegen Tottenham, gegen die Tottenham U23 und da war er halt so der Spieler, der das Spiel allein gedreht hat, Tottenham führte zur Halbzeit 2 zu 0 und Chelsea war eigentlich, ja, komplett abgeschrieben und dann nimmt sich der Mola einfach mal so den Ball und marschiert nach vorne und haut den rein und da hat man halt auch erkannt, der hat ein gutes Dribbling, wie gesagt, guter Antritt, gutes Tempo, habe ich ja schon erwähnt, aber das kann er halt eben auch noch, ja, also den Ball eng führen, hat einen guten Schuss, da kommt schon ein interessantes Paket auf uns zu, glaube ich. Ja genau, man kann ja auch sagen, was man so aus, wie heißt denn, aus, von den Netzreaktionen aus London rausgelesen hat, dass die Fans dort nicht unbedingt glücklich sind, dass man Clinton Mola abgegeben hat und ich glaube auch einen anderen Leistungsträger aus der U23 noch, aber klar, bei denen ist halt natürlich der Sprung von der, von den Jugendmannschaften halt ins Profiteam zu, Frank Lampard natürlich riesig, während das in Stuttgart halt relativ klein ist und ja, wenn dann halt einen Zweitliga-Klub mit einem gewissen Namen anklopft, ist natürlich dann schwierig, den Jungs da vielleicht noch eine Perspektive irgendwie zu zeigen, aber ja, also ein sehr interessanter Transfer, der dann vermutlich noch ein bisschen braucht, um zu zünden, aber ja, mit sehr viel Potenzial auf jeden Fall nach Stuttgart kommt. Das ist immer ganz schwer vorherzusagen, wo da die Reise hingeht, das sieht jetzt erstmal auf den ersten Blick ganz gut aus, ich glaube auch, dass Chelsea ihn gerne verliehen hätte irgendwie, also dass man den Vertrag verlängert hätte und dann eben ein Leihmodell sich überlegt hätte mit Stuttgart, aber das hat der Spieler und natürlich auch dann der VfB abgelehnt, weil wenn du dem verpflichten kannst, das Risiko ist halt überschaubar, also du kriegst da ein großes Talent für eine halbe Million, sagen wir jetzt mal, und du kannst davon ausgehen, wenn der den Weg jetzt hier weitergeht, wird der halt in fünf Jahren deutlich mehr wert sein und dann musst du dieses Risiko eingehen, so einen Spieler zu verpflichten, der hat natürlich auch noch Baustellen, ist technisch vielleicht nicht so gut, wie manch andere in dem Alter schon ist, also da könnte man vielleicht noch ansetzen, auch im Spiel ohne Ball, ja, das Raumgefühl, da hat er auch noch so ein bisschen Defizite, erkennt er nicht immer die Räume, die er vielleicht schließen müsste in seiner Position, aber sowas entwickelst du natürlich mit mehr Spielzeit, deswegen bin ich auch gespannt, wie man das jetzt löst, ja, also ich habe ja jetzt Sven Mislintat gehört, der gesagt hat, er möchte diesen Spieler nicht einfach so reinwerfen, man möchte da aus, ja, dem Fall Avuccia so ein Stück weit lernen, der unvorbereitet da einfach reingeworfen wurde gegen Hannover und dann auch gegen Hamburg, muss man ehrlicherweise sagen, ja, aber trotzdem brauchen diese jungen Spieler natürlich irgendwie Spielzeit, also kann ich mir vorstellen, dass er dann vielleicht auch mal in der Oberligamannschaft aushelfen muss oder darf, wie auch immer man das jetzt sehen will, aber ich glaube, wichtig für ihn ist halt, dass er regelmäßig spielen kann, aber an und für sich ist das ein Spieler, auf den ich mich hier sehr freue, auch ein Spieler, der über seine Mentalität kommt, ist ja auch so typisch ein Attribut, auf das Mislintat immer wieder achtet, ja, aber ich glaube, das ist echt eine richtig gute Verpflichtung vom VfB Stuttgart, ohne jetzt genau zu wissen, wo die Reise hingeht, aber ja, es ist halt enorm schwer, klar, bei so einem jungen Spieler zu sagen, mit 18, ja, das wird mal ein richtig großer, der hat auf jeden Fall alles, was man braucht, um ein großer, guter Profifußballer zu werden und mit großer meine ich, wie gesagt, nicht immer diese absoluten irren Kategorien mit, keine Ahnung, 100 Millionen Ablöse oder was weiß ich, aber uns würde es ja schon reichen, wenn das ein Spieler wird, der, sag ich mal so, in Richtung Mangala sich entwickelt, ja, das wäre ja schon dann ein Erfolg, oder? Nee, total, also, auch weniger, wenn es ein solider Zweitliga- oder Erstliga-Verteidiger werden würde, würde uns das ja schon helfen. Also, ich sehe ihn auch eher an der Innenverteidigung als im defensiven Mittelfeld, ja, vielleicht auch schon ein kleiner Vorgriff dann auf die Zukunft, bin mir nicht so sicher, ob man noch mit Awuja groß plant, weiß ich nicht, vielleicht ist das dann jetzt einfach nochmal die Möglichkeit gewesen, nochmal einen jungen Spieler zu verpflichten, weil Awuja wirkt irgendwie weit weg von der Stadtelf, natürlich wird er wahrscheinlich jetzt gegen Leverkusen spielen, aber schwierig, ja. Müssen hat übrigens noch Folgendes gesagt, es ist alles andere als selbstverständlich, dass wir als aktueller Zweitligist das Rennen auf einem auf dem Markt sehr begehrten Spieler gewonnen haben und das hat mich übrigens auch gewundert, weil eigentlich ist es auch ein Spieler, der für Bundesliga-Mannschaften interessant sein müsste und wahrscheinlich auch war und der VfB hat es dann trotzdem irgendwie geschafft, den hier zu verpflichten, vielleicht liegt es auch an irgendwelchen, ja, Klauseln, die man akzeptiert hat, die vielleicht andere Bundesligisten nicht akzeptieren wollten, zum Beispiel wird Chelsea an einem Weiterverkauf beteiligt, ja, und ich würde mich nicht wundern, wenn es dann auch irgendwelche Rückkauf-Klauseln gibt oder so, das ist ja auch nicht so ungewöhnlich, aber von der weiß ich nichts, ich weiß nur von diesen 10%, die Chelsea bekommt, wenn Clinton-Mohler irgendwann mal weiterverkauft wird, ja, so viel zu Clinton-Mohler und können wir an der Stelle auch noch erwähnen, dass man aus verschiedensten Quellen hört, dass der Transfer eher so ein Alleingang von Sven Misshintat gewesen ist und nicht irgendwie so ein Konsens aus Trainer, Sportvorstand und Sportdirektor, können wir schon erwähnen. Wir haben es ja vorhin schon bei Endo angerissen. Genau, also es ist wohl auch nicht unüblich aktuell beim VfB. Und ich finde es auch absolut nicht so schlimm, also es wird ja dann so dargestellt, wie der Sportdirektor entscheidet hier über die Köpfe hinweg von Thomas Hitzisberger und dann eben dem Trainer, also ich sehe es halt so, dass der Vorstand Sport da vielleicht involviert ist in der Hinsicht, dass man sagt, wir haben da noch einen Spieler, der interessant ist und ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass Sven Misshintat bis zu einem gewissen Betrag einfach dann auch freier Handhaber hat. Genau, zeichnungsberechtigt ist, Ja, keine Frage. Wenn er diese, wenn das so ist, dann finde ich es auch okay, wenn er dann kurzfristig die Spieler verpflichtet und das vorher nicht mit dem Trainer oder mit dem Sportvorstand abspricht. Also natürlich sollten die Spieler dann auch möglicherweise irgendwie eingebunden werden ins Spiel des VfB ins Training, aber ich kann mir schon vorstellen, dass ein Clinton-Mohler seinen Platz finden wird beim VfB. Und natürlich, wenn halt irgendwie ein Schnäppchen auf dem Markt ist, wo du zuschlagen musst, dann darf es natürlich auch dann der Sportdirektor also das müssen wir selbstständig machen, ohne das mit dem Trainer abzustimmen. Aber wenn natürlich dann Pellegrino Materazzo sagt, ja, schönen Dank, aber ich habe für den Spieler keine Verwendung, dann darf man sich halt auch nicht beschweren, dass der Spieler dann keine Einsatzzeit bekommt. Also im Idealfall ist es natürlich ein Zusammenspiel aus allen und wenn das nicht der Fall ist, dann kann es natürlich sein, dass es nicht ganz so harmonisch läuft, wie es laufen sollte. Und eins will ich auch noch ganz kurz ansprechen und zwar geht es darum, dass, ja, der eine oder andere, ja Sven Mislintat, in den letzten Wochen schon dafür kritisiert hat, wen er bislang verpflichtet hat. Ich finde es, also vielleicht siehst du es anders, kannst ja etwas dazu sagen, dann gleich, ich finde es ein bisschen schwierig, wenn man jetzt schon beurteilt, ja, wie Sven Mislintats Transfers zu werten sind, weil es sind halt viele jüngere Spiele dabei, die einfach noch Entwicklungszeit brauchen. Wenn ich jetzt aber gucke, dass du einen Phillips einfach mal so reinsetzen kannst und der ersetzt dir einfach mal so einen Badstuber, vielleicht nicht ganz so gut in der Spieleröffnung, keine Frage, aber trotzdem musst du dir jetzt nicht in die Hosen scheißen, wenn der da hinten drin steht. Dann hast du einen Endo, der eigentlich solide bislang auftritt. Massimo wurde zwar nicht von Mislintat verpflichtet, aber Mislintat hat mit entschieden, dass man die Laie vorzeitig abbricht. Auch das sieht bislang ganz gut aus. Ja, auch ein Silas kann man, denke ich mal, anführen, der einfach eine neue Qualität mit ins VfB-Spiel gebracht hat. Stenzel, also so schlecht, finde ich, sieht das nicht aus. Und wir haben dann auch noch verheißungsvolle Talente und da würde ich sagen, ist ja die Entwicklung noch nicht abgeschlossen. Also ich würde es für den Mislintat hier durchaus mindestens noch ein Jahr geben, um dann abschließend oder zumindest so ein Zwischenfazit zu ziehen. Ich würde auch sagen, also am Saisonende kann man dann ein Zwischenfazit ziehen und selbst wenn das dann irgendwie eher negativ sein sollte, ja, muss man dann wirklich gucken, wie dann die Perspektiven für die neue Saison sind. Aber grundsätzlich mag ich da auch nicht den Stab über ihn brechen, denn tatsächlich, wie du gerade gesagt hast, ein paar Neuverpflichtungen haben eingeschlagen, andere sind vielversprechend, andere haben noch gar nicht gezündet, aber da muss man auch erst mal dann abwarten, ja, was aus denen noch wird und man kann halt nicht irgendwie ständig Geduld und Kontinuität fordern und dann irgendwie nach einem guten halben Jahr irgendwie eine Transferbilanz ziehen. Ja, und was ist die Alternative? Dass wir wieder Spieler aus der ersten Liga holen, die bei ihren Klubs keine Einsatzzeiten mehr bekommen, dann hast du wieder Leute, die hier, die wahrscheinlich dann auch nicht für uns für die erste Liga für die erste Liga ausreichend gut sind, bezahlst dann trotzdem hohe Gehälter für die kaum entwicklungsfähig, bringt vielleicht auch wieder Unruhe in die Mannschaft, also ich bin da eher auf Sam Mislentards Seite der junge Spieler verpflichtet, die ihre Zeit definitiv noch brauchen, keine Frage, aber da sind schon ein paar Namen dabei, die glaube ich wirklich sehr, sehr viel Hoffnung auf die Zukunft machen. Mal gucken, ob sie es dann auch abrufen können. Gut, Zukunft ist ein gutes Stichwort, dann kommen wir zum letzten Punkt, U21, U19, sprich unsere Jugend, ich kann euch schon sagen, über die U19 werden wir hier nicht ausführlich sprechen, denn Sebastian, denk mal, du hast nichts gesehen, ich habe definitiv nichts gesehen, ich weiß nur, dass sie, glaube ich, 2-0 gewonnen haben gegen Offenbach oder sowas in der Art, also von daher. Das ist mein Kenntnisstand, ja. Cool, cool, cool. Das war zeitgleich, oder fast zeitgleich mit dem 12 Uhr, glaube ich, ging es los, genau, ja, und ich hatte auch keine Zeit da jetzt großartig, mich drüber zu informieren, deswegen lassen wir das jetzt schön außen vor. U21 ist auch noch kein großes Thema, also es gab zwar einen Test gegen den Verbandsligisten Calcio Leinfeld in echter Dingen und den könnte man mit 9-0 gewinnen, das ist natürlich beachtlich, aber viel interessanter fand ich, dass Luca Mack endlich wieder spielen konnte, der konnte nämlich 60 Minuten absolvieren. Ja, sehr cool. Genau, das ist ziemlich cool und was auch nicht schlecht war, war, dass Matteo Klimowicz spielen durfte, der ja bei der ersten Mannschaft nicht zum Einsatz kam, gleiches gilt auch für Darko Sholinov, der für die Oberligamannschaft in, oder gegen Leinfeld in echter Dingen aufgelaufen ist, auch hier nochmal, falls es der eine oder andere nicht mitbekommen hat, das Problem von Darko Sholinov in Köln war nicht, dass er für die zweite Mannschaft spielen musste, sondern dass er mit der zweiten Mannschaft trainieren sollte, weil er da, ja, Probleme für seine Entwicklung sah und das kann ich durchaus nachvollziehen, also er spielt hier auch für die Oberligameinschaft des VfB Stuttgart, trainiert natürlich weiterhin mit für die Profis, bei den Profis und wird vermutlich irgendwann dann auch mal eine Einsatzminute bekommen, aber das wird vielleicht auch noch ein bisschen dauern. So, dann gibt es natürlich weiterhin das Thema bei der U21, wie sieht es eigentlich mit dem Trainer aus? Da gibt es immer noch keinen, obwohl die Jungs sind immer noch keinen Trainer. Ja, die haben nur den Interimstrainer, das ist der Herr Gentner, der weiterhin eigentlich eine ganz solide Vorbereitung bislang hinbekommen hat, aber man sucht immer noch nach einem neuen Trainer. Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird es eine externe Lösung. Es gibt sogar, ja, wie soll man das sagen, also, ich will es mal so ausdrücken, der Wunschkandidat, der befindet sich noch in einem bestehenden Arbeitsverhältnis. So möchte ich es mal ausdrücken. Das ist Frank Gefahrenhorst. Frank Gefahrenhorst, ja. Das weiß ich natürlich nicht. Also, er befindet sich noch in einem bestehenden Arbeitsverhältnis. Ich gehe mal davon aus, dass man das dann irgendwie noch gelöst bekommt, bevor dann das erste Spiel für die zweite Mannschaft des VfB Stuttgart ansteht. Und zwar, Sebastian, am 15. Februar gegen... Ja, ist das jetzt so? Ist das jetzt so? Ja, it's a fact. Also, man hat das Spiel nochmal verlegt, nachdem es ja schon erstmal wegen Eis... Also, das Spiel gegen Nöttingen hat ursprünglich stattgefunden am 6.12.2019. Genau, da konnte es aber nicht stattfinden, weil der Platz eingefroren war an Nöttingen. Okay, dann hat man festgesetzt den 22.02.2020. Richtig, da ging es dann wiederum nicht, weil... Da, die sind nämlich drei Faschingsumzüge in der Region... Kann die zuständige Dienststelle eine entsprechende polizeiliche Begleitung der Oberliga-Begegnung an diesem Wochenende nicht gewährleisten? Ja, weil da Faschingsumzüge sind und eine Demonstration in K2. Nöttingen den Mittwochabend den 19. Februar vor. Richtig, da ist kein Fasching. Doch das wollte der VfB nicht wegen erschwerter Anreisen mit möglichen Staus. Absolut richtig. Nach Nöttingen... Du weißt, das ist die... Man nennt es ja auch das... Nachher, ich lasse es. Und jetzt hat man sich auf den 15. Februar, ich würde mal sagen, geeinigt. Ich glaube, Nöttingen... Das ist der übernächste Samstag und es wäre 14 Uhr. Ja, und da will man dann spielen. Okay. Also, da freuen wir uns drauf. Dann geht es nämlich los. Ich bin mal gespannt, wer an der Seitenlinie auftauchen wird. Wir gehen nach Hause. Es ist schon wieder viel zu lang geworden, glaube ich. Ach du. Ja, ich habe auch keine Getränke mehr. Die Katze schläft inzwischen. Ja, was willst du machen? Vier Spiele in elf Tagen, da müssen wir alle... Müssen wir alle durch. ...ans Maximum gehen. Gut, wir haben Dennis schon besprochen. Spendet weiter und gebt uns Rückmeldung, ob das hier einfach zu viele Statistiken für euch sind oder nicht. Nächste Woche, Sebastian, besprechen wir dann den Pokalsieg gegen... oder den Sieg im Pokal-Achtelfinale gegen Leverkusen. Genau, Pokalfit-Finale-Einzug und den Kantersieg gegen Aue. Komm, deine Tipps. Im Heimspiel und den Sprung auf Tabellenplatz 2. Letzte Woche habe ich mich aus dem Fenster gelehnt. Was sagst du Leverkusen? Wie geht es aus? 2-0 für Leverkusen. Und gegen Aue? 2-0 für den VfB. Na gut. Ich sage 3-2 für Leverkusen und 3-0 gegen Aue für den VfB. Okay. Dann gucken wir mal. Also, dann vielen Dank, dass du dich hier wieder beteiligt hast. Ed Butze ist dein Twitter-Account. Da könnt ihr dem Sebastian folgen und ich habe heute schon einen tollen Power-Tweet von dir gelesen. Den habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben, den Tweet, und ich suche ihn jetzt auch nicht extra raus. Da hast du irgend so ein Podspiel. Kaum getwittert. Du hast heute irgend so ein Wortspiel, da hast du rausgehauen, da musst du dich schmunzeln. So, jetzt gucke ich doch danach. Die hören doch eh nicht mehr zu. Wenn ich sage Tschüss, dann ist eh schon feuerhaft. Jetzt hat eh niemand zu. Gut, dass Ben es am Anfang geschoben hat. Und wir müssen dann in der nächsten Folge oder in der nächsten Folgen echt mal über das Brezel-Race sprechen. Ne, vergiss es. Nachdem ich jetzt schon, also da wurde mir die Herzkrankheit schon angedichtet, dass angeblich meine Herzfrequenz viel zu hoch gewesen wäre für meine erste Tour. Ich bin nach 20 Minuten, musste ich einen Berg hochfahren, wo ich zum ersten Mal dachte, ey, ich bin jetzt schon im zweiten Gang. Und da habe ich gedacht, das ist eigentlich, gefühlt müsste ich doch da locker hochkommen mit so einem Rennrad. Aber turns out, du musst fast genauso trampeln wie bei jedem anderen Fahrrad. Also es geht nicht von alleine. Jetzt lasst mich erst mal trainieren. Den machen wir. Ja, aber so 100 Kilometer im Gruppetto, also in dem Peloton, das würden wir schon schaffen. Ja. Jetzt habe ich einen Tweet gefunden, den ich gut fand. Und zwar hast du den Tweet der Stuttgarter Zeitung kommentiert. Ja. Die schrieben nämlich, Polizisten lösen Swinger-Party auf und du schreibst dazu vermutlich Verkehrspolizisten. Das fand ich gut. Ja, schöner Tweet. Wer noch mehr solche tollen Tweets von Sebastian lesen will, wie gesagt, at Butze. Und wenn es nur um Fußball gehen soll, at Vertikalpass. Da gab es ja eine tolle Lesung. Hast du davon schon berichtet? Nee, gar nicht. War super. Also wir waren letzte Woche Donnerstag. War das Donnerstag? Ja. Nee, doch Donnerstag. War eben im Kalaluna, in Schorndorf mit Bernd Sauter und Daniel Gallen vom Zeitungsverlag Weibling und haben da gemeinsam aus unseren Büchern gelesen. Und der Bernd hat ja sogar schon zwei geschrieben, wir eins, und es war total großartig. Also es waren jetzt nicht so viele Leute da, ehrlicherweise, aber auch, das ist glaube ich auch der aktuellen Situation geschuldet, mit so vielen VfB-Events in kurzer Zeit. Aber wir hatten total Spaß und die Leute, die da waren, waren total toll und war ein großartiger Abend. Also, falls ihr die Bücher noch nicht habt, wir haben sie schon mehrfach empfohlen. Es gibt einmal die VfB-Fußball-Fibel, geschrieben von dir, lieber Sebastian, und natürlich deinem genialen Partner, dem Andreas Zweigle. Tolle Buch. Genau, der 80% des Buches geschrieben hat. Das sagst du jedes Mal, aber die anderen 20, die sind ja auch nicht irgendwie... Ja, genau, aber das muss ja trotzdem erwähnt werden. Und der Bernd Sauter hat die Fußballheimat Württemberg verfasst. Ein cooles Buch, wenn es darum geht, einfach mal so schnucklig die kleinen Plätze sich anzuschauen. Also, da gibt es tolle Bilder und natürlich dann auch Berichte und Geschichten von Bernd. Und ich glaube, es lohnt sich auf jeden Fall. Ja, absolut. Also, die Geschichten über Fußball in Württemberg sind grandios und eigentlich steckt ja in jedem so einem kleinen Bolzplatz irgendwie eine Geschichte und er hat es irgendwie alle eingesammelt und es ist so lesenswert. Also, kauft euch das. Und ich blätter hier gerade so durch und gucke mir natürlich jetzt immer mal wieder die Bilder an. Auch die sind einfach schon toll. Also, es würde sich, glaube ich, auch schon lohnen, für den Bernd einfach mal so ein Bildband rauszuhauen mit diesen ganzen Bolzplätzen in Baden-Württemberg. Für den Bernd würde sich alles lohnen. Ein Bildband oder ein Podcast, der hat so jeder von diesen Locations irgendwie eine Stunde eine Podcast-Folge gemacht. Ich habe ihm schon was vorgeschlagen. Ich habe zum Bernd gesagt, wir fahren diese Station ab und sprechen da mit den Leuten vor Ort und mit dir über diese Fußballplätze. Ja, und am besten mit dem Fahrrad. Gut, die Idee überlege ich. Ich muss weg. Gut, also, dann sind wir durch. Ich gehe jetzt ganz schnell wieder aufs Fahrrad, dass ich fit werde für meine erste große Tour. Und, ja, ich wünsche euch noch eine angenehme Woche und sage, Bis dann, tschüss. Bis zum nächsten Mal.